Moin Moin und hallo, herzlich willkommen! Rocket Beans TV live am Samstagnachmittag bis hinein in die tiefste Nacht um Mitternacht. So lange geht diese Show hier heute. Ich freu mich sehr, dass ihr dabei seid mit mir live an diesem verregneten Samstagabend. Was will man hier sonst machen, wenn nicht auf Rocket Beans TV zuschauen? Ich bin nicht alleine, ich hab fantastische Gäste, Shoyoka ist da, die gute Pia und außerdem Dennis Richtarski und Maurice. Und Maurice von der GameStar hat das Ganze hier initiiert, unser kleines Anno-Multiplayer-Spielchen mit dem Hashtag Renkespiel. Und wir werden wirklich bis heute um Mitternacht, wenn ich so lange brauche, bis ich alle vernichtet hab. Wenn ich früher fertig bin, wird die Sendung früher enden, ist doch klar. Und ich würde vorschlagen, ich mach jetzt mal wieder schön hier meinen Discord an und schalte mal die anderen dazu. Das ist so viel Technik, ihr habt ja gar keine Ahnung, ihr da draußen, die noch nie professionelle Livestreamer wart. Ihr wisst ja überhaupt nicht, wie das ist. So, pass auf. Hol mal die anderen dazu. Du hast ja schon mal ein Multiplayer-Event ausgerichtet von Anno. Das heißt, du kannst jetzt ganz gut vergleichen, ob ich hier Mist gebaut habe, damit ich meins aufgezogen habe. Hallo Leute! Okay. Oder Nils ist wieder da. Ja. Da ist Nils. Der zweite Mann von den Rocket Beans heute. Und immer jemand, den es ein gewisses Risiko für mich ist, einzuladen. Weil Nils... Es gibt eigentlich nur zwei Zustände von Nils Bohmhoff in diesen Multiplayer-Events. Er ist entweder mein treuester Kamerad gewesen, bislang auch schon häufiger. Oder ich hab gewonnen. Der bitterster Widerwert und hast dann gewonnen. Ja, leider. Moment, haben wir nicht auf einmal zusammen gewonnen? Als unsere Allianz doch durch den Verrat von Mike hindurch? Oder haben wir nur eine Niederlage abgewendet? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber es war glorreich. Entweder wir haben das Spiel gewonnen oder wir haben die Herzen gewonnen. Aber wir waren nie Verlierer. Das hast du schön gesagt. Du hast dich selbst angekündigt, Nils, als ich dich angefragt habe heute, als ein Gegner, der sicherer mit dem Mundwerk als mit Kanonen trifft. Ist das dein Anspruch für den heutigen Tag? Also, ich hab versucht, diesen Anspruch noch ein bisschen zu verändern, indem ich tatsächlich mir am Donnerstag noch mal Anno reingeschmissen hatte. Weil die letzte Partie hatte ich, glaub ich, wirklich auf dem Anno-Gipfel damals gemacht, vor anderthalb Jahren, kurz nach Release. Ich hab kein Set-Dons gespielt. Und als du dann gefragt hast, hab ich gedacht so, ey, wenn ich mitspiele, will ich mich zumindest versuchen, noch ein bisschen vorzubereiten. Das war echt wichtig, weil ich dann, als ich das am Donnerstag noch mal ein bisschen geübt hatte, gemerkt hab, dass ich wirklich alles vergessen hatte. Und wenn ich das jetzt in diesem Spiel quasi erst gemerkt hätte, oh shit, wie geht das denn noch mal? Das wär sehr doof gewesen, glaub ich. Deswegen bin ich froh, dass ich noch ein bisschen üben konnte. Es wird nicht reichen, um dein Niveau spielerisch zu erreichen. Aber ich werde natürlich mit ideenreichen Intrigen versuchen, deinen Vorsprung wettzumachen, indem ich die anderen beiden auf meine Seite ziehe und in die Richtung deiner Vernichtung führe. Ja, so kenn ich das ja schon gut von dir. Man muss aber auch sagen, für alle, die vielleicht hier mit Nils Schurkereien noch nicht so viel Erfahrung haben, das ist direkt der erste Trick, den er immer fährt. Sich erst mal selbst kleinreden, weil Civilization auch immer, ach, ach, ich bin ja eigentlich, ich bin heute nur auf Fria Denzel, nickt schon wissend. Dein eigener Kamerad bei den Beans weiß genau, was Sache ist. Und zuletzt haben wir noch jemanden, der A, auch schon Veteran dieses Formats ist und B, auch sehr bei Anno am Start, nämlich die liebe Pia Shurioka, hallo, schön, dass auch du am Start bist. Ja, du machst mich jetzt ein bisschen nervös, wenn du sagst, dass ich bei dem Spiel so mehr am Start bin, dann habe ich irgendwie Angst, dass die Leute Erwartungshaltung an mich haben. Das ist nicht so gut. Na gut, vielleicht. Ich meine, würdest du sagen, das sollten sie? Oder bist du auch hier so eher auf der Nils Schiene? Also ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich Anno nicht des Todes gesuchtet habe. Ich kenne die ganzen DLCs und alles. Für mich wird es ein bisschen ungewohnt sein, weil ich spiele das normalerweise immer mit meinem Mitbewohner in einem Zweierteam, weil ich tatsächlich finde, dass, wenn man die ganzen DLCs von Anno 1800 jetzt mit einbezieht, das gar nicht mehr so wirklich ein Singleplayer ist, weil da einfach so viel gleichzeitig abgeht, dass ich da auch gar keinen Bock habe, so irgendwie sechs Maps gleichzeitig zu verwalten. Und deswegen spielen wir das normalerweise immer zu zweit. Und ich habe so ein bisschen Angst davor, wie ich mich heute anstelle, wenn er nicht mit dabei ist, weil daran werde ich jetzt sehen, ob ich wirklich was kann in dem Spiel oder ob das einfach nur er war. Und ich kann sagen, dass ich scheiße bin. Wir finden das heute raus, hätte ich gesagt. Der Moment der Wahrheit, richtig. Ja, auch ich bin kein Multiplayer-Profi in Anno. Wir sind halt alle Aufbauspiel-Fans hier. Und ich dachte mir, wir probieren es einfach mal aus. Weil Anno halt auch ein schönes Spiel ist, dass erst mal, es hat einen Multiplayer-Modus, es kann wirklich lang gespielt werden. Also das ist ja genau die Art von Spiel, die wir für dieses Format hier hier wollen. Und es ist halt einfach auch ein Spiel, das viele von euch da draußen geil finden. Deswegen habe ich auch gedacht, niemand hier ist Anno-Multiplayer-Profi. Wir schauen einfach mal, was so geht. Und du hast schon die DLCs angesprochen, Pia. Immerhin das, da kann ich allen Beteiligten ein wenig die Sorge nehmen. Wir spielen weitgehend ohne DLCs. Ich habe jetzt hier mal die Lobby. Denzel, du bist wieder rausgegangen. Ja, bitte lade mich noch einmal ein, dann komme ich rein. Ich habe nur die Grafikeinstellung ein bisschen reduziert, bevor das nachher unspielbar ruckelt bei mir. Ach, Dennis, soweit wird deine Zivilisation gar nicht kommen. Ja, das ist der berühmte Teamgeist der Rocket Beans, der hier am Start ist. Ja, das stimmt. Und wir werden nämlich die meisten DLCs weglassen, weil ich einfach finde, es hat ja keinen Sinn, wenn wir hier irgendwie das Land der Löwen aktivieren für eine Acht-Stunden-Runde. Das ist ja irgendwie völliger Quatsch. Wir lassen die reiche Ernte aktiv, weil die macht ja nicht so viel, was erst im Mega-Late-Game kommt und Botanica. Und wir lassen als eine potenzielle Herausforderung gesunkene Schätze aktiv. Also das, weil das fügt ja ein weiteres Gebiet hinzu, wo es eine mega reiche Rieseninsel gibt, die vielleicht jemand waghalsig genug sein wird, sich unter den Nagel zu reißen. Natürlich werden die anderen drei Spieler aber sicher neidisch auf diesen Spieler dann spechten. Also mal gucken, ob sich das jemand traut. Denn wir werden es auch brauchen, denn ansonsten spielen wir eine recht, sage ich mal, anspruchsvolle Spielwelt. Sie ist klein und hat kleine Inseln, die sehr wenig Fruchtbarkeiten haben. Warum machen wir das so? Weil zuletzt haben wir Crusader Kings gespielt. Das Spiel, da ergeben sich die Intrigen ja einfach völlig von selbst. Aber Anno, da könnte der faule Aufbauspieler auch einfach die ganze Zeit lässig nebeneinander herbauen, acht Stunden, ich mach mein Ding, du machst dein Ding. Das wollen wir hier ja nicht. Wir wollen ja, dass die Spieler sich ein bisschen auch, sage ich mal, ein wenig Neid, ein wenig Intrigen sich entspinnen. Deswegen, wer alles auf seinen Inseln haben will, wird wahrscheinlich erobern müssen oder ansonsten Handel treiben müssen. Es können ja auch Bündnisse geschlossen werden hier. Dafür ist, was Einkommen und sowas angeht, machen wir alles auf Maximum, weil wir haben nur acht Stunden. Wir wollen ja auch ein bisschen weit kommen. Da haben wir lieber mehr Geld als wenig. Und Einfluss ist alles hoch. Wenig Zwischenfälle, häufige Handelsfrequenz. Startbedingungen ist nur ein Flaggschiff. Wir müssen uns unsere erste Insel direkt erobern. Und dafür auch wieder großes Startkapital. Und wir spielen keine internen Siegbedingungen, weil dann könnte es ja vielleicht auch schon vor den acht Stunden vorbei sein. Wir vergeben aber drei Titel am Ende der Runde. Den Pfeffersack für den mit der höchsten Wirtschaftswertung, den Admiral für den mit der höchsten Militärwertung und den Großgrundbesitzer für den mit den meisten Inseln. Wobei, ich würde mal sagen, die aus versunkene Schätze wird dafür zwei zählen, wenn sie tatsächlich jemand haben sollte. Und das sind die Bedingungen. Außerdem schwere Piraten. Also wir wollen hier tatsächlich dem faulen Aufbauspieler so ein bisschen Feuer unterm Hintern machen. Und ich zähle mich da völlig selbst dazu, zu diesen faulen Aufbauspielern. Und wir schauen einfach mal, was so geht. Wie gesagt, wir sind alle hier nicht so mega erfahren, was Arno Multiplayer angeht. Möglicherweise ist das alles eine ganz katastrophale Idee. Und wir werden es alle bereuen, dass wir nicht reiche Inseln und wenig Piraten haben und uns lässig ausbreiten können. Aber dann könnt ihr alle die Schuld auf mich schieben. Das war ja meine Idee. Das ist mal was Neues. So schlecht sind wir gar nicht, Maurice. Wir haben wahrscheinlich alle, alle Arno-Teile gespielt, die bis jetzt rauskamen, oder? Das müssen ja 1800 gewesen sein, wenn das jetzt Arno 1800 ist. Also von daher sind wir ja gar nicht so schlecht. Bin ich die Einzige, die gerade so Rückkoppelungsgeräusche hört? Nee, das höre ich auch. Den Maurice Doppelt, oder? Ja, ich höre dich bei Maurice Doppelt, glaube ich. Ha. Also, es ist nicht schlimm, aber ich höre irgendwie, ich habe ein Echo auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe mich in Anno schon alle gemutet. Oh, das kann sein, dass es in Anno ist. Das ist eine gute, gute, ob das Spiel hier... Oh ja, stimmt. Eigenes Mikrofon, stummig gescheitert. Aha, aha. Das klingt besser. Jetzt nochmal. Ich habe auch mich jetzt selber, so, ich habe euch jetzt alle gemutet in Anno. Nee, ihr müsst euer eigenes Mikrofon, oder? Ja, jetzt passt es, jetzt passt es super. Ja, geil, sehr gut. Perfekt. Gut, ich hatte jetzt gerade kurz Panik, dass ich nochmal in mein komplettes OBS-Discord-Setup hier, weil, nachdem ich jetzt anfange, hier allmählich mehr zu streamen, ist das das erste Mal, dass ich so wirklich mit einem... Pia wird lachen natürlich, mit einem normalen, professionellen Streamer-Setup, mit zwei PCs und all diesem Fancy-Kram hier streame. Und ich habe gedacht, jetzt muss ich das alles nochmal neu basteln, weil irgendein Sound irgendwo, irgendwo der Wurm drin ist. Ich kann dir mit Audioproblemen... Also, ich werde dir nicht helfen, weil ich hasse meine eigenen, aber ich werde einen schon trinken, dir weinend zulachen und sagen, viel Spaß. Sehr gut, sehr gut. Aber es ist so schön zu sehen. Normalerweise sind wir immer diejenigen, die Soundprobleme haben. Moment, also noch müssen wir erstmal toppen hier den letzten Ziff-Gipfel, der leider dann nach vier Stunden abgebrochen werden musste. Solange wir besser als das sind, finde ich, ist hier alles im grünen Bereich. Jetzt soll ich dir mal die Wahrheit sagen. Ich habe meinen Leuten gesagt, wenn ich in Führung liege, werden technische Probleme vorgegaukelt, damit ich gewinne. Das ist die Wahrheit. Ja, kann ich nachvollziehen. Großartig. So mache ich das heute auch. Jetzt weiß ich, warum mein Chat mich vor dir gewarnt hat. Hat er das? Liebe Grüße an deinen Chat. Siehst du mal ein paar Nachrichten vor, Pia? Was sagt denn der Chat zu mir? Wenn wieder welche auftauchen. Ich habe heute gestartet, es wurde gefragt, mit wem spiele ich. Ich habe es aufgezählt. So, den Jungs von den Rocket Beans darfst du gar nichts glauben. So, okay. Oh, das ist schade. Weil wir sind schon Menschen, die sich der Wahrheit sehr verpflichtet fühlen. Und wenn dann so ein Ruf zustande kommt. Ich finde das aber toll, weil dann hat ja dein Chat offenbar gelernt, das letzte Mal, dass ich sehr ehrbar und ehrlich bin. Und wie Erhard von Ehrlichen halt auch war. Dass das bei deinem Chat verinnerlicht wurde. Auch wenn ich ein wenig beleidigt war, als auf deinem YouTube-Kanal jemand geschrieben hat, wohl eher Schleimhart von Schleimingen oder so. Das fand ich ein wenig gemein. Schleimhart von Schleimingen. Ey, Schleimhart, mach mal jetzt das Spiel an dir. Was soll das gelabert? Jawohl. Ich würde auch sagen, wir legen los. Absolut. Und wir werden alle Stunde, das noch für die Zuschauer auch ein kurzes Resümee ziehen. Kürzer als letztes Mal. Wir werden das wirklich knapp halten. Letztes Mal war zu Recht das Feedback. Ich schwätze zu viel. Ich weiß gar nicht, wie das herkommt. Und danach wird jeder sich für so zehn Minuten in seinen eigenen Chat zurückziehen. Also nur mit euch, seinen eigenen Zuschauern reden und ein wenig Strategierat halten, bevor wir wieder um Viertel nach jeder vollen Stunde hier zusammenkommen. Weil wir wollten etwas Zeit einbauen, wo jeder sich so ein bisschen sammeln kann. Nicht ganz so durchschwätzen muss. Und eben auch mit euch mehr interagieren kann. Die eine Ehrsache, die wir von euch uns wünschen, ist, dass ihr natürlich uns gerne Tipps geben dürft, aber vielleicht nicht eins zu eins verratet, was die anderen gerade besprechen in ihren Chats. Oder wenn das jemand macht, dann kann ein anderer Ehrenmann von euch schnell was anderes behaupten. Und dann weiß der Streamer nicht, wer hat jetzt Recht und wer lügt ihn an. Ah, mein Chat wird mich nur treuen. Ich sehe das jetzt schon kommen. Ja, ich weiß auch nicht, wie vertrauenswürdig meiner ist. Ja, mein Chat schreibt mir schon, dass Nils mich gerade angreifen möchte. Und das... Was ist da los? Ey, das stimmt halt nicht. Hier soll mal auf Humor würfeln, habe ich gerade ich gelesen. Ah, okay. So, da sind wir. Da sind wir. Wer prescht da schon wieder vor? Die erste Insel zu sichern. Geht los. Schnell. Sichert euch die Insel. Schnell. Ich glaube, das ist wichtig am Anfang. Ja. Ich glaube, die ist gut. Es ist nur irgendwie hier keine Küste, wo ich anlanden kann. Oh, mega. Die hat Uran. Die nehme ich. Ah, hier. Die Sache ist tatsächlich, wenn man mit niedrigen Fruchtbarkeiten spielt, wie wir hier, sind die vier Startinseln, glaube ich, identisch. Die dürften alle Kartoffeln und Getreide haben und ein bisschen Erzöl und Stein. Erzöl? Damit man halt, ähm, Erzöl, genau. Damit man, ähm, damit man halt faire Startbedingungen hat. Äh, man sieht jetzt hier, wer ist denn das hier, der hier fährt? Das ist, äh, Bödefeld. Äh, Das bin ja ich. Ja, was ist los? Hier haben wir, hier haben wir Pia und Denzel dürfte dann also in die gegenteilige Richtung gesegelt sein. Haha. Geil. Ich habe schon was. Ich habe schon ein Kontor, Leute, ab jetzt ist hier richtig was Geiles am Start. Immer noch keine Inseln, die anderen haben schon die zweite. Ich sehe schon, von meinem Chat kann ich auch nicht viel erwarten heute. Schön. So, aber die ist ja voll klein. Sind eure Inseln auch so klein? Die sind winzig. Wir haben hier auf kleine Inseln geskillt heute, also gespielt. Äh, wenn, wenn du, geskillt, genau. Wenn du mehr willst, Nils, ist es ganz einfach, äh, handeln oder erobern. Wenn ich mehr will, fahre ich aufs Wasser, aber ich will ja mehr Inseln. Oh Gott, das wird alles unglaublich albern heute. Ich sehe es kommen. Ich befürchte das. Ich hätte seriöse Gäste einladen sollen. Warum habe ich keine seriösen Gäste eingeladen? Wie langweilig geworden dann. Das stimmt, das stimmt. Wen kennst du denn seriöses? Das ist die nächste Frage. Ich glaube, auch von meinen Kollegen sind nicht viele Leute ernsthaft seriös. Ernsthaft seriös. Ernsthaft seriös. Das gefällt mir auch. Das sind die schlimmsten. Das sind die allerschlimmsten. Äh. Das ist nicht eigentlich so ein, so ein Spiel, wo man eigentlich so konzentriert die ganze Zeit arbeitet, dass man eigentlich gar nicht reden möchte. Das ist nicht eins dieser Spiele. Ja, deswegen sind wir ja zu viert, dass zumindest einer vielleicht immer am schwätzen ist. Das wird schon. Na gut, wenn ihr das sagt. Nicht FPS limitieren? Ich glaube nicht, ne? Ach, wie das. Gut. Egal. So. Aber immerhin kann ich heute keine Leute nach dir benennen und töten, Maurice. Das stimmt, das stimmt. Ganz was Neues, ja. Aber ich glaube, du wirst trotzdem wahrscheinlich Mittel und Wege finden, wie du vielleicht unverschämt mir gegenüber sein kannst. Hallo? War mega höflich und nett letztes Mal. Ich möchte daran erinnern, dass die meisten Intrigen von Denzel ausgegangen sind und nicht von mir. Das glaube ich dir sofort, ehrlich gesagt. Definitiv. Ich habe auch tatsächlich direkt hier im Schwätzen direkt vergessen, eine Straße zum Hafen zu ziehen. Der Champion auch schon. Ein Profi-Start von Maurice. Also Nils hat vollkommen recht mit allem, was er gesagt hat. Kann nur gut werden. Denzel schon auf der dritten Bewohnerstufe, Maurice ganz klar zu langsam. Ja, ja, ich sehe schon, wie es hier losgeht. Nee, nee, ich glaube, wir gehen das alle gerade ziemlich entspannt an. Ein paar schöne Bauernhäuser hier. Oh, daneben. Nee, nicht da. Boah. Funktioniert das hier? Ah, no. Ist gut. Okay. Okay. So. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Noch mehr Holz? Das ist nicht gut geplant. Okay. Wollen wir neu anfangen? Ja, ich bräuchte bitte einen Neustart. Das wäre sehr nett. Danke für den Vorschlag auf jeden Fall, ja. Ich finde, jeder darf einmal im Spiel Neustart für sich beanspruchen. Ich bin gerne den ersten jetzt, weil ich habe das schiefgebaut. Das geht nicht. Schief bauen. Das geht wirklich nicht. Nee, nee, nee. Das wird mich jetzt die ganze Zeit ärgern. Ah. Aber das ist bei mir auch schon so ein Meme. Ich habe sogar einen Neustart im Mode tatsächlich, weil ich so eine Perfektionistin beim Bauen bin. Das wird mir heute, glaube ich, am meisten im Weg liegen. Einfach nicht nur Häuser dreimal drehen darf. Das ist... Ich bin tatsächlich absolut kein Schönbauer, sondern ein richtig ekelhafter Effizienzbauer oft, der sich eigentlich vorgenommen hat, mehr darauf zu achten, dass meine Städte auch nach was aussehen. Aber heute wird mir, glaube ich, zum Vorteil gereichen, dass ich das nicht so mache. Wahrscheinlich, ja. So. So, gucken wir doch mal, was die anderen hier so treiben. Höldefeld hat tatsächlich eine Verbindung zum Hafen schon gebaut und ist mir damit weit voraus. Jawohl. Wie siehst du das eigentlich? Achso, warte, kannst du einfach angucken. Vermutlich. Ja, also, wenn du, wenn du die Inseln der anderen entdeckt hast, äh, dann kannst du sie ja komplett sehen. Okay, da fahre ich mal durch die Gegend jetzt hier. Pass auf, wo du hinfährst. Die ersten Drohungen sind von hier. Ja, wirklich. Sehr schön. So, was ist hier los bei mir? Ja, das kannst nur du dir beantworten. Ich befürchte. Die machen schon wieder nix. Wir machen die alle nix. So, ich bin mal auf Erkundungsfahrt. Während hier die Holzfäller hoffentlich, äh, fleißig arbeiten. Na gut, das machen wir jetzt mal mal still. Das brauchen wir jetzt gerade noch nicht. Ah, guck mal, die Pia stellt sich vor. Das ist sehr höflich von dir. Ja, ich bin höflich. Das bin ich. Ah ja, schöne Insel. Fällt mir gut. Alter Schwede, ey. Du hast ja schon wieder richtig. Bist du das überhaupt? Ja, das ist ja alles Lug und Trug. Das sind ja nur Blaupausen, die sie da präsentieren. Ja, aber man sieht ja schon dieser Ehrgeiz und dieser Perfektionismus, der sich in diesen Blaupausen widerspiegelt. Das stimmt. Wo ich im Prinzip jetzt schon am Arsch bin, weil ich hab einfach aus irgendeinem Grund keine Arbeitskräfte. obwohl das gar nicht stimmt. Die haben einfach keinen Bock, was zu machen hier. Faulen Hunde, ey. Ich kann mir ein paar Arbeitskräfte verkaufen. Bitte. Ja, nehm ich. Machen wir. Bin ich dabei. Gib mir die. Cool. Wie nennt man das? Sklaverei? Nein. Ja, ich bin überhaupt ne, 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 ne. Bezahl doch dafür. Na dann. Ah, haben wir eigentlich einen Squad jetzt gestartet, Maurice? Äh, ne, haben wir nicht, äh, weil, äh, die, Nils meinte, das geht bei denen nicht. Ähm. Meisterweise. Das ist ein bisschen, ein bisschen kompliziert, wir sind nicht, äh, offiziell Twitch-Partner, deswegen, ähm, können wir das, glaube ich, nicht. Ja. Aber es ist doch, sicher findet sich im, im Chat jemand, äh, der einen Multistream-Link einrichtet, wo man uns dann auch alle vier sehen kann. Äh. Das ist okay. Und natürlich, an der Stelle, natürlich nochmal den Hinweis, äh, selbst für alle, die das jetzt, äh, nicht haben, wir haben hier drei Streams am Start, ähm, für alle, die bei einem von uns zuschauen, gibt es meine Sicht auf Monsters and Explosions, es gibt Pias Sicht auf ihrem eigenen Kanal Shurioka, und es gibt Nils Sicht bei den Rocket Beans zu sehen. Also, wir sind hier ein, ein internationales Event, sozusagen. Oh, jetzt habe ich das Holz schon wieder ausgegeben, ich Idiot. Das ist unfassbar. Das passiert mir immer. Ich warte auf diese zehn Holz, für dieses eine Lagerhaus, und ich frage mich einfach die ganze Zeit, wohin das Holz verschwindet, während ich Bauernhäuser ausbaue. Ja. Ja. Das ist schwierig. Wo ist es hin verschwunden? Das ist jetzt die Frage. Keine Ahnung. Komisch, komisch. Geil, ich habe eine Fischerhütte, Leute. Hammer. Dankeschön. Na komm, hack ein bisschen schneller. Klingt wie so ein Serienmördervater, der seinen Sohn ins Handwerk einführt. Ich habe kein bisschen schneller, mein Sohn. Jetzt kommt die Polizei. Ja, das klingt jetzt eher nach Pia's Dynastie in Crusader Kings. Häng, ich ackel nicht, ich schmeiße Babys nur aus Fenstern. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Aus welchem Stock? Na ja, so, dass es halt nur einmal geworfen werden muss. Okay, ich meine, das ist halt, das kommt darauf an. Ich habe direkt die Piraten entdeckt, da lass uns mal ganz woanders hin regeln. Hast du mal kurz in der Kings 2 gespielt? Nee, ich tatsächlich nicht, nee. Maurice hat mich auch noch nie eingeladen. Ich glaube, das ist dann doch eine Nummer zu viel. Sobald du das zockst, sagt Bescheid. Da bist du sowas von dabei. Wollen wir nicht mal einen Stream machen, wo du mir das einfach beibringst? Ich bin zu faul, selber zu lernen. Das würde ich mir auf jeden Fall anschauen. Also diese Konstellation ist bestimmt großartig. Ja, dann machst du einfach mit. Das ist bestimmt der Hammer. Dann machst du einfach mit und dann bringt er mir das bei. Großartig. Großartig. Aber nur, wenn mir Maurice nicht vorwirft, dass ich meine Kinder nach ihm benenne, weil es hat mich schon sehr hart gehoffen, dass du mir das vorgeworfen hast. Muss ich echt sagen. Das tut mir sehr leid. Sag mal, wer von euch parkt denn hier eigentlich konstant vor mir und zahlt hier nicht mal ein Pakticket? Achso, warte mal. Das bin ich. Du wolltest mir doch was schenken, glaube ich. War das nicht irgendwie so? Ich kann ja keine Menschen schenken. Aber warum denn nicht? Ich habe jetzt zu Hause allen erzählt, da kommen bald ein paar neue Leute. Dann haue ich aber ab, wenn ich nichts kriege. Ja, es geht besser so. Nicht, dass es mich stören würde, aber schon so ein bisschen. Bisschen. Rosa finde ich schon sehr offensiv von dir hier. So. Geil, Leute. Ich bin jetzt ein Dorf. Wollte ich nur mal schon mal, äh... Nicht, dass ihr euch bedroht fühlt, aber ich bin bereits ein Dorf. Das dauert eh wie mit dem Holz. Ach, das ist Dennis. Guten Tag. Oh, Mensch. Soll es, um da rüber zu kommen. Sag mal, wie hast du es denn geschafft, in so kurzer Zeit eine komplette Insel zugrunde zu richten, Dennis? Gefällt sie dir nicht? Nee, nee, überhaupt nicht. Wie ist das mit der Baukostenrückerstattung? Die ist voll. Das heißt, du kriegst alles zurück. Was, wir kriegen eine Baukostenrückerstattung? Was? Jawohl. Und verschieben könnt ihr auch. Also das habe ich auf Maximum gestellt. Wirst du jetzt alles nochmal abreißen, Pia? Nein, aber ich habe noch nie mit Baukostenrückerstattung gespielt und noch nie mit verschieben und ich fühle mich gerade so getätschelt. Ach so, nee, ich habe halt gedacht, damit wir in acht Stunden auch ein bisschen weit kommen, wenn wir schon die Fruchtbarkeiten so niedrig haben, dann soll auch irgendwas zu unseren Gunsten passieren. Und deswegen sind zumindest die Baukostenbedingungen nett. Tätschelig, wie du sagst. Tätschelig, ja. Nee, ist cool. Muss ich weniger mitdenken. Das gefällt mir. Ja, es soll ja, wie Nils auch korrekt gesagt hat, auch ein bisschen Raum für geschwätzt bleiben. Ja, eben. Sonst ist man so gestresst. Ey, das ist, wenn ich mit den Peats Civilization spiele, die machen hier immer so einen Timer rein und ich bin die ganze Zeit nur, oh fuck, oh fuck, ey, ich habe noch so viele Sachen zu tun und der Timer tickt runter. Ich kann eigentlich überhaupt nicht reden. Ja. So, was wollen die denn jetzt hier alle haben? Arbeitspensum, Zeitung. Hab mehr Menschen. Los, macht mehr Kinder. Ach so, wartet, falsches Spiel. Ups. Schwierig. Da gibt's über coole, coole Inseln überall. Alter. Mir ist das viel zu eng hier. Das ist wiederum der Nachteil. Da sind wir nicht getätschelt. Aber Denzel, da muss ich auch sagen, da bist du selber schuld, weil die Idee habe ich ja von dir und deinem Ziff-Event, also Anno-Event, dass man die Fruchtbarkeiten und so, dass man da den Spielern eher mal nicht so nett ist. Ja, so ein Mist. Ich bin nämlich eigentlich eher der Schönbauer. Ah. Wenn du keinen Platz hast, dann kannst du das nicht so schön machen. Ich fühle das gerade so sehr, wirklich. Also auf so vielen Ebenen gerade. Es ist mir echt eher sekundär, ob ich gewinne. Hauptsache, das ist hier alles schick, die ganze Zeit. Aber ich habe einen dummen Fehler gemacht. Kacke, hier ist ja ein Fluss. Da muss ich ja eine Brücke bauen. Kann ich das? Ja. Kostet Geld, ne? Kostet richtig... Holz. Scheiße. Ja, habe ich auch vorher gemacht, diesen... Na gut. Ich weiß nicht, ob ich es Fehler nennen würde. Ich mache ja keine Fehler, wirklich. Nein, nein. Das hätte ich auch nicht gedacht. Gut, ein bisschen Schönbau gönne ich mir schon noch. Gut, dass ihr das sagt. Ich dachte, das muss ich erst erforschen, oder so. Den Schönbau? Nicht Brücken. So, jetzt läuft sie richtig rund. Das Empire startet. Was sind wir denn? So, was fehlt mir dafür jetzt? Holz, ja geil. Ah, ist das schön. So. Ei, ei! Ein Feuer ist ausgebrochen. What? Oh nein. Ist bei euch auch gerade Feuer ausgebrochen? Ja. Bei mir halt literally im gleichen Moment. Nee. Habe ich das von ihm anders gehört? Ich glaube auch. Ach, wir hören alle, wenn bei einem von uns Feuer ausbricht, oder wie? Normalerweise sind nicht. Ich glaube, ich glaube, das war eine Rückkoppelung mit dem Discord. Aber bei wem brennt's denn jetzt? Ich bin interessiert an dieser Information. Bei wem brennt's? Wie wüsst du's gern? Ich bin immer die Erste, bei der's brennt, und diesmal nicht trotzdem. Aber eine Feuerwehr ist tatsächlich ein guter Hinweis. Feuerwehr. Ach nee, das war dumm. Mein Chat fragt mich die ganze Zeit, ob wir gegeneinander spielen. Wir spielen, sag ich mal, in der gleichen Welt. Was wir daraus machen, ist uns überlassen. Wir springen gegeneinander. Ja, also komm, wenn einer von euch gewinnt, ist doch klar, dann müssen wir uns natürlich dagegen stemmen. Das ist doch logisch. Ich weiß nicht, Nils. Muss man das immer so eng sehen? Oh. Wo ist mein Schiffchen? Da oben. So, ist die Piratin in der Mitte? Wahrscheinlich, ne? So. Hört ihr auch diese bedrohliche Musik? Nee, aber wenn du bedrohliche Musik hörst, brennt's wahrscheinlich bei dir. Tatsächlich? Stellt sich raus, es brennt einfach bei mir. Aber das ist ja, warum, warum? Wahrscheinlich, weil meine Bewohner schon Elektrizität erforscht haben und dann leider ne Sicherung durchgeplatzt ist. Ich glaub auch, dass es daran liegt. Das klingt realistisch. Ja. Ja, mhm. Aber die laufen alle weg vor den Flammen. Ich kann's verstehen. Aber wie dumm sind denn die Leute? Die Häuser sind niegelnagelneu. Wieso können die denn... Unglaublich. Vielleicht darfst du dir nicht so oft sagen, dass du sie dumm findest. Das wäre dann vielleicht... Ja, dann müssen die sich auch anders verhalten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ich hab den Piraten gefunden. Ja, ich hab ne Gefängnisinsel entdeckt. Ich beobachte sie auf Schritt und Tritt. Da hat er ja nix. Ich dachte, das wäre in der Mitte. Ich hab gedacht, dass der Händler da rechts in der Ecke ist, aber nur der Pirat ist da rechts in der Ecke. Surprise! Ja, ich bin da auch hingesegelt und dachte, ah, da ist doch was. Ich hab kein Schiff mehr, aber... Oh nein! Das ist nur ein kleiner Rückschlag. Ähm... Oh Gott, ne Wimmelbildaufgabe. Da haben wir doch echt besser was zu tun. Verdammte Kacke. Ähm... Ja, blöd. Blöd. Ärgerlich. So, Brand unter Kontrolle. Ich weiß, euch interessiert das. Deswegen sag ich das. Absolut. Wieso hab ich denn noch einen Händler gesucht? Ich hatte doch schon alle gefunden. Gut gemacht. Nee. Nee, mir hat... Oh, Blödsinn. Mir hat eins gefehlt. Mir hat das, ähm... Gefängnis gefehlt. Das hab ich gefunden. Das ist sehr schön. Gut, ich bin ganz gut aufgestellt. Ah, der hat mir so viel Geld am Anfang. Ich hab das voll übersehen, wie viel Kohle wir eigentlich haben. Das ist ja dann eh entspannt. Ich seh schon, also, äh, Pia ist, äh, voll am Start, dass ich diese Bedingungen noch zu hier Softie-mäßig für sie gemacht hab. Und neben den knallharten Inseln will sie auch noch so richtig, dass wir so richtig gefickt werden von Geld und Bau. Ja, to be honest, äh, spiel ich meine Spiele meistens so. Also, ich hab Anno immer mit größeren Karten zwar gespielt, weil ich halt gerne schon baue, aber ich spiel halt immer mit, äh, sehr, sehr schweren Startbedingungen. Also, wenig Ressourcen, wenig Geld, kein Umbauen, schwere KI und so weiter. Keine Ahnung, ich find das irgendwie, ähm, am lustigsten dann tatsächlich. Deswegen... Ich, ich, ich notiere es einfach mal fürs nächstes Mal, dass, das, äh... Ich bereue alles, was ich gesagt habe und behaupte, dass es im Gegenteil... Es tut mir wirklich leid, Pia, dass ich da dich reingezwungen hab, in so ne, so ne... Nein, 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 das geht super. ... Versager-Anno-Runde hier quasi. Das hab ich nicht gesagt. Das sind deine Worte. Ich möchte mich davon distanzieren. Bevor hier eine Hate-Welle über mich hereinbricht. Tatsächlich. Also, ich bin gerade sehr zufrieden, weil meine Angst, mich komplett zu blamieren, jetzt ein bisschen geringer ist tatsächlich, weil, ähm... Mich, das doch nicht so schlimm ist, wie ich gedacht habe, dass es sein wird. Und das, es sieht okay aus bis jetzt. Aber wahrscheinlich hab ich's grad verschrien, also. So, hier haben wir den. Hat der ja grad irgendwas praktisches gesagt? Ich hab das Pattern schon wieder vergessen. Ich brauche Hilfe bei einigen kleinen Problemen. Hm. Ich soll ein Foto von so nem Jungen vor der Feuerwache machen? Das dumme Gür kommt einfach nicht. Ich bin der Herrscher dieser kompletten Insel. Und mit sowas halte ich mich hier auf, oder? Ist es doch eigentlich völlig lächerlich. So. Ich wünschte, ich könnte ihre Güte mit einer ganz vergeltenden. Ja. Wie dreh ich noch mal ein Gebäude vom Platzieren? Äh, mit der Kommataste, glaube ich, war es, oder? Äh, mit der Maustaste. Ich glaube, du kannst das Mausrad rollen auch. Probier mal. Die Maustaste drücken. Drücken, danke. Oder drücken, ja. Irgendwas mit der Maustaste. So, was geht ab? Okay. Sehr schön. Sehr schön. Das läuft auch. Nein, Quatsch. Ich glaube, ich hab's den Tum gebaut. Ich hab's noch mal. Ich hab's noch mal hier. Alter, wie viel Fisch essen die denn? Zu viel. Ja, kann doch nicht sein. Hast du hier so ein kleines Dörfchen, aber die brauchen drei Fischproduktionsstätten, um über die Rösen zu kommen. Das ist echt nicht in Ordnung. Also, ich hab's noch mal hier auf get uncertain. Mein Lieberab ist jetzt in Ordnung. so hat jemand von euch schon die nächste entwicklungsstufe erreicht bürgermeister handwerker hast du ja ich war arbeiter meine ich arbeite ja nicht also ich habe jetzt die ich habe jetzt meine meine erste lehmgrube gebaut gerade jetzt seht ihr wir müssen uns daran halten ich bin wieder zu langsam wo muss ich die fotoaufgabe machen nehmen wir müssen das so nicht aber bringt sachen ja ich habe sachen ich habe sachen sehr schön schnaps ich finde nur noch das gefängnis so Amen. Aber ich protestiere gegen diese Fotoaufgaben allein schon deswegen, weil ich sie immer noch nicht kapiere, warum die darauf bestehen, diese komischen Aufgaben in Anno immer noch einzubauen. Ich habe keine Ahnung. Ich finde die eigentlich immer ganz nett, weil ich da einfach so extra Geld bekomme und so extra Items und so. Vorhin habe ich einfach zehn Holz bekommen, unfassbar wertvoll. Also ich habe auch schon fast meine Zeit geboren, das ist dafür hergegeben zur jetzigen Situation. Leider war es nicht verarbeitet. Wenn es verarbeitet gewesen wäre, also dann, puh. Das wäre natürlich dann fortgeschritten gewesen. Naja, auf jeden Fall, ja. So. Was? Natürlich, das Holz verarbeitet nicht das Kind, um Gottes Willen, Chad. Ich finde es schön, Pia, wie du nach diesen ganzen Crusader Kings Runden solche Dinge wirklich immer noch dazu sagen musst. Weil, weil man ja schon weiß, es ist nicht selbstverständlich, dass sie es nicht meint. Nun. Ich kann da auch nicht wirklich was dagegen sagen gerade, deswegen, ähm. Ja, ja. Ich weiß. Ja, ja. Aber es ist schön, dass du mich trotzdem eingeladen hast heute. Ja, das finde ich, also ich meine, ich sage ja nicht, dass ich es negativ kritisiere, ich halte nur Fakten fest hier. Ja, 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 das habe ich schon rausgehört. Du hast ja auch nicht unbedingt den friedlichsten Spielstil, also. Das stimmt, das stimmt. Ja, wobei, also, Pia Erhard von Ehrlichingen war, also, doch, über jeden Zweifel erhaben. Wie war das? Schleimhaar? Kleine. Das sind eine komischen Zuhörer und Zuschauer, die, die haben offensichtlich nicht ganz gecheckt, was Sache ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das schon ganz gut verstanden haben. Ich habe den Pattern, ich vergiss jedes Mal, wie der Pattern von diesen Kleidungssachen aussieht und es sieht jedes Mal aus wie ein Unfall. Aber es ist ein effizienter Unfall, deswegen ist das okay. Ist das eigentlich egal, wie die Häuser, ähm, zur Straße hin ausgerichtet sind oder muss man das manuell machen? Das ist egal. Das ist egal. Das sind Details, mit denen sich ein Mann von Welt auch nicht aufhält. Verstehe. Gut. Ich bin sicher, da sind du und ich, Nils, ja auch einer Meinung, dass es gibt halt Sachen, mit denen ein Herrscher sich befassen sollte. Ja. Und es gibt auch Sachen, die, ja, also. Definitiv zum Beispiel Fotos von kleinen Jungen vor der Feuerwache machen und so. Ja, das ist auch aus anderen Gründen, sollte vielleicht ein Bürgermeister nicht irgendwie machen. Hm, herrlich, unangenehm. Aha, aha, aha. Huch. Wieso fehlt mir denn schon wieder Kleidung? Warum wollte der nicht nackt sein? Auch etwas, das ein Bürgermeister vielleicht, ähm, nicht fragen soll, ich kommentiere das jetzt gar nicht mehr. Das ist offensichtlich für euch Hopfen und Malz verloren, ihr perverslinge. Denzel war doch letztes Mal bei Crusader Kings, der perverse dachte. Ja, stimmt, da war ja was. Und mehr Schnaps wollen sie immer besaufen, ne? Ja, das verstehe ich ja, aber. Ich merke schon, wir kommen meine Kommentare heute nicht so zugute, vielleicht sollte ich mich ein bisschen häufiger muten. Nein, nein, also wir sind hier, um den Leuten Unterhaltung zu geben und, äh, das tun wir. Ah, jetzt geht's richtig rund bei mir. Ich schwimme auf einer Erfolgswelle. Es wird ja... Ich müsste doch so viel Kleidung haben mittlerweile. Oh, die Zeitung, nee, nee. Also als, äh, ich fühle mich ja immer ein bisschen schlecht, weil ich ja tatsächlich im, im Journalismus selbst beruflich tätig bin, diesem Mann immer sein, sein Lebenswerk so zu verhunzen. Aber, äh, aber ich tue es trotzdem. Ja, also ich mein... Was ist los, Maurice? Ja, ich hab halt jetzt die Wahl, ob ich die Bürger unzufriedener mach oder mehr Geld verdiene. Ich mein, wer, wer, wer kann mir denn verübeln, dass ich da zweitere Wahl wähle? Wir verurteilen dich nicht. Das, das ehrt euch sehr. Ja, ich bin mir noch nicht sicher, ehrlich gesagt, ob ich das auch so sehe. Zum, zum Ausgleich, äh, moralisch werde ich jetzt gleich eine Kirche bauen, meinem Volk. Das ist doch eigentlich auch dann nett, oder? Also, so. Ja, ich hab's nicht so krass mit Kirchen, aber das funktioniert bestimmt irgendwie so, ja. Ja, ich ja eigentlich auch nicht, aber wenn ich das jetzt auch noch zugebe, dann bin ich ja moralisch komplett unten durch. Ein, ein gottloser Propaganda, äh, Verbreiter, das, ich weiß nicht, das, da, da gewinn ich doch nix. Ja, ein bisschen lektorieren geht schon. Ja, ne? Ein bisschen. Also, diese Lehmarbeiter sind per se aber auch ein bisschen faul, oder? Also, irgendwas ist in der Lehmbranche, was irgendwie... Also, ab... Die Lehmbranche. Naja, aber es ist ja so. Ja, stimmt. Also, da versammeln sich offensichtlich die Arbeitsunwilligen. In der Lehmbranche. Ich muss direkt denen mal sagen... Du meinst, es zieht die Arbeitsunwilligen ganz konkret spezifisch in die Lehmbranche? Ey, ich glaube wirklich, so, wenn du ein faules Kind hast, dann sagst du dem, ey, Junge, komm, lass es einfach, geh in die Lehmbranche. Bist schlecht in der Schule, bist langsam, in allem ein bisschen langsamer, komm, machste in Lehm, sagt man. Oh, jetzt wird das mit dem Platz richtig ekelhaft. Brauchen die wirklich so viel Getreide? Kann man Brot nicht mit weniger Getreide und mehr Holz machen? Du machst schon Brot? Ich will es jetzt machen, aber der Platz ist schwierig. Ich will jetzt nicht sagen, dass es mich unglücklich macht, aber es macht mich schon ein bisschen unglücklich. Ich glaube, irgendjemandes Sound höre ich. Ist das bei euch auch so? Mir hat gerade der Lektor irgendwas gesagt, der nicht bei mir ist. Mein Lektor hat mir gerade gesagt, meine Stadt wird hässlicher. Und das ist, wo ich mich echt frage, ey, was ist los? Wir sitzen doch im selben Boot, wir sind doch wirklich auf derselben Insel. Und jetzt habe ich ein paar Schweine gebaut und schon kommt der Journalist an und meint, die Insel wird hässlicher, weil ich da ein paar Schweine, also... Unverständlich. Absurd, ja. Und das Lehm, es fehlt wieder an Lehm, es ist so lächerlich. Aber wieso ist deine Insel schon so prächtig, dass du keinen Platz mehr hast für ein bisschen Korn? Ja, ich, also prächtig würde ich sie nicht nennen, aber ich habe irgendwie ein bisschen zugebaut alles. Ich brauche ja viele Holzproduktionen, ich habe gerade vier abgerissen, weil ich einfach dann kein Brot habe und Holz kann ich ja nicht ins Brot packen, leider. Naja, man kann schon auch Sägespäne so ein bisschen. Ja, das war eigentlich die Idee, aber das Spiel findet das nicht so gut. Wir sollten Frostpunk spielen, wer ist dabei? Oh, Frostpunk ist großartig, das ist auch so ein schönes Spiel. Da geht es. Ja. Aber das kann man nicht gegeneinander spielen, weil das Spiel alleine schon einfach schlimm genug ist. Das Spiel ist ja schon gegen dich, da sind andere Spieler, wären ein Problem vielleicht. Ich glaube, Frostpunk ist auch das schwerste Aufbau-Spiel, das ich hier gespielt habe, das ist wirklich, das zwingt mich regelmäßig komplett in die Knien, das geht einfach nicht. Und man genießt es trotzdem. Ja, auf jeden Fall. Aber hat jemand eine Idee, woran, also hört ihr Nils Hintergrundding auch manchmal oder bin das nur ich, der vorher seinen Lektor gehört hat? Ich bin mir nicht sicher, mein Ingame-Sound ist so laut, dass ich nichts anderes höre. Also ich habe nur Kopfhörer und habe, der Sound, der bei mir ausgegeben wird, geht nur in die Kopfhörer, also eigentlich ist es komisch, ja. Es sei denn, ich habe auch nicht irgendwie über Discord oder so, hey, macht eigentlich alles ganz Sinn. Also ich wollte ja eigentlich nicht sowas, aber... Man weiß ja nie, ne? Ja, also Technik, ne? Technik sind wie Lehmgruben. Funktioniert irgendwie nicht. Das Zitat des Abends, Technik sind wie Lehmgruben. Sehr schön. Sind, habe ich auch gesagt, das ist ja grammatikalisch vermutlich fragwürdig. Macht nichts, das ist okay. Wir verzeihen dir nicht. Ja, wir hören da einfach drüber und, ähm... Danke, Leute. Danke, Leute. Ich wurde verstanden, das ist das Wichtigste. Ja, das stimmt. Ja, kommunikationswissenschaftlich gesehen ist das ja wirklich so, solange du verstanden wurdest. Ja. Hast du auch Kommunikation studiert, so wie ich? Tatsächlich habe ich das, ja. Dieses vollkommen sinnbefreite Studium irgendwie. Ja, wo warst du, an welcher Uni? An der LMU in München. Ah, ja, mhm. Und du? Ich tatsächlich auch. Warst du bei Schwarzmüller oder warst du bei Bockfürst? Ich weiß nicht, ob die... Ich glaube, die existieren beide nicht mehr. Echt, ich bin ein paar Jahre älter als du, ne? Zu meiner Zeit... Dafür hätte ich jetzt so nicht gesagt, Nils, du bist auch noch jung im Herbst. Bockmüller war die Choryphäe. Schwarzmüller ist dem immer hinterhergerannt, weil er war nicht ganz so angesehen. Aber gut. Boah, ich möchte mich eigentlich nicht jetzt schon da so reinwerfen, aber ich muss echt sagen, ich muss dir recht geben mit der Lehmgrube. Das ist echt pain. Siehste? Ich will wirklich nicht das, was ich will. Das ist schwierig mit uns. Ja, die sind echt... Man sagt ja auch immer, willst du ein seichtes Lehm haben, gehst in eine Lehmgrube. Man sagt das bestimmt andauernd, Nils. Aber nur in Hamburg. Nur in Hamburg. Jet, nehmt die Weisheiten aus Hamburg an. Ja. Wo kommst denn du her, wenn du nicht aus Hamburg kommst? Ich wusste gar nicht, dass das überhaupt geht. Ehrlich gesagt. Hinter den Bergen. Ich bin tatsächlich Österreicherin. Ach, das hört man gar nicht. Wo denn? Äh, Graz. Ich mein, ich kann auch burnen. So ein bisschen was kann man, glaube ich, schon ausgehören, wenn ich will. Aber mittlerweile ist nicht man wirklich da. Oh, das klang für mich schon authentisch. Als jemand, der oft in Graz ist, das habe ich ehrlich gesagt schon häufiger beim Bäcker auch so gehört. Ja, das, das, ja, äh, genau. Als, als, äh, Koryphäe, was die österreichische Sprache angeht, war das eindeutig authentisch. Oder? Ja, ne? Aber das klingt echt ganz anders als Wienerisch oder so, habe ich gerade jetzt mal festgestellt. Ja, Wienerisch ist auch einfach furchtbar. Also ich, ich will jetzt hier keinen Hass schüren. Ja, das hast du aber gut gemacht, ehrlich gesagt. Ja, schon, schon, ja gut, dann habe ich jetzt auch okay, aber Wienerisch ist furchtbar. Gibt es da so eine, so eine, so eine Rivalität zwischen Graz und, ist da mal was vorgefallen? Zwischen Graz und, und Wien? Irgendwie so eine Hauptstadtfrage oder sowas, die Graz verloren hat, irgendwas Historisches? Ich, ich glaube nicht, aber ich finde einfach Wiener Dialekt grauslich. Also, dieses Ur-überall, alles ist urgeil, urschön. Ur-toll, weil ich finde, das macht mich, boah, das höre ich und dann denke ich mir schon, nein, danke, brauche ich nicht. Ich finde, du kennst da keine Gnade. Nee, nee, nee. Da gibt es keine Gnade. Ey, diese Scheißbürger auf meiner Insel, ne? Das ist, erst beschweren die sich, die Insel wird zu hässlich, weil, erst, nee, pass auf, das fängt ja weiter vorne an. Ich habe hier so diese dreckigen Bauernhäuser gebaut, die die dann erstmal abfackeln, dass ich eine Feuerwehr hinsetzen muss, okay, alles klar. Dann grade ich die ab zu Bürgern. Das erste, was sie wollen, ist, jetzt wollen wir Schweine haben. Dann baue ich Schweine auf die Insel. Dann kommt der Scheißjournalist, schreibt, unsere Insel wird hässlicher wegen der Schweine. Währenddessen gehen die Bürger ständig mir auf die Eier mit so einem riesigen Stern in ihrer Mitte, der mir sagt, mach irgendeine triviale Kacke für mich, die dich daran hindert, den eigentlichen Aufgaben nachzugehen, nämlich die Insel schön zu machen. Das ist ja so lächerlich. Warum hast du den Journalisten das denn schreiben lassen? Du kannst ihm doch einfach sagen, dass er das nicht schreibt. Bin ich Wladimir Putin oder was? Ich kann doch nicht einfach den Journalisten sagen, was sie machen sollen. Das geht vielleicht bei der GameStar, vielleicht, Maurice. Nee, diesem Schreiberling-Pack, ganz ehrlich. Man muss doch einfach eine harte Hand zeigen, Nils. Ja, okay. Dann mach ich das jetzt. Ja. So Maurice' way of life. Wie mach ich das denn jetzt? Ich will die Schweine jetzt gar nicht bauen. Ich hab grad Schweine gebaut. Ich hab so negative Vibes mit den Schweinen gehört gerade und jetzt will ich eigentlich gar keine Schweine bauen. Nee, lass das mit den Schweinen, wirklich. Wenn du Schweine willst, geh zu Dennis Richtarski. Ich wette, dessen ganze Insel ist voll damit. Ich weiß nicht, was das für eine Art von Seitenhieb war, aber ich möchte mich sehr höflich aus diesem Seitenhieb hinaus distanzieren. Zu spät. Du bist jetzt einfach mit drin. Das tut mir leid. So, was wollen die Bürger denn hier eigentlich alle noch von mir? Jetzt wollen sie eine Schule haben. Boah, hier Schulen, das ist auch absurd. Oder? Ja, komplett. Ich kann ja nicht mal eine bauen. Was muss ich denn machen, um eine Schule zu bauen? Das triggert mich so hart, dass ich einfach keinen Platz hab, das schön zu bauen. Jetzt hab ich hier überall so Ecken drin. Das ist nicht schön. Ja, wie, vorher hieß es noch? Also alles so kuschelig und hier, ich fühle mich gar nicht gefordert. Anno, Profi, der ich bin. Echt, also A, das habe ich so nicht gesagt. B, finde ich diese Karte sehr klein. Das stimmt. Also sehr, also sehr klein. Es ist, es ist, also ich will mich jetzt nicht beschweren, aber es ist schon echt klein. Ach, was mach ich denn für einen Scheiß hier? Oh, das schaut doch eigentlich ganz hübsch aus, so. Na, das wollte ich sowieso so bauen. 25 Leben, ach, hör doch auf. Wer wird der erste Spieler sein, der die neue Welt kolonisiert, fragen sie bei uns im Chat. Was denkt ihr? Also ich, ich hab da nichts verloren, ehrlich gesagt. Was, ich wollte doch nur, ja? Ich nehme mich da aus dem Rennen einfach mal raus, weil ist mir zu viel Druck gerade. Ja. Ich bin mit den Schweinen beschäftigt. Die reichen mir gerade schon an der Stelle. Das verstehe ich. Ich habe schon zu viel Druck mit meiner Zeitung. So, Blaupausenmodus. Bitte machen Sie das doch ein. So, wir haben an dieser Stelle, ist die erste volle Stunde erreicht. Das heißt, wir können mal jeder ein Fazit ziehen. Ähm, ich habe das Gefühl, ich habe am Anfang so ein paar fragwürdige Bauentscheidungen getroffen. Aber jetzt ist die Industrie hier eigentlich ganz gut am Rollen. Selbst meine Lehmindustrie stellt mich einigermaßen zufrieden. Und ich glaube, ich bin ganz gut dabei. Äh, Nils, wie sieht es bei dir aus? Ach, wunderbar. Also ich habe hier eine richtig prächtige Architektur hingelegt. Meine Bürger sind super zufrieden. Äh, der Lektorat, äh, der Zeitung hat nur positive Meldungen zu lektorieren. Äh, die Insel ist super sauber, sehr belebt. Äh, kaum Schweine in der Nähe. Also es ist... Leben coolen Rollen. Sehr gut. Richtig, äh, an. Also es ist alles toll bei mir. Es ist, es ist absolut Wahnsinn. Meine Stadt ist wie Wien. Es läuft. Es läuft einfach gut bei uns. Denzel, was, was geht bei dir ab? Bist, bist du zufrieden mit dem wirtschaftlichen Verlauf? Naja, ich bin nicht so ganz zufrieden mit meiner Planung. Ich habe mir etwas verplant. Renn jetzt die ganze Zeit hinterher, weil ich zu wenig Arbeitskraft hatte. Ich wollte total energisch die Mega-Industrie aufbauen. Habe aber vergessen, dass da halt auch Leute arbeiten müssen. Und jetzt so langsam habe ich die Nachfrage befriedigt. Und kann mich wieder ein bisschen konzentrieren auf die Hauptaufgabe. Und, ähm, ich muss eigentlich nur mal rüber zu euch gucken. Und weiß dann auf einen Blick, dass ich mich auf jeden Fall ranhalten muss. Dann, äh, Pia, wie sieht es bei dir aus? Deine Insel sieht doch recht, recht hier fruchtbar und idyllisch aus. Du hast sogar schon wogende Weizenfelder als einzige von uns. Du wogende Weizenfelder. Ja, ich bekämpfe gerade mit meinem zweiten Schlachtschiff, das so ein bisschen brutzelt. Ähm, aber ich bin nicht gesunken gerade. Alles super. Sehr gut. Ähm, nee, also es läuft tatsächlich gut. Ich habe so Platzprobleme gerade an der Stelle. Sehr unangenehme Platzprobleme. Aber ich bin, glaube ich, nicht die Einzige mit unangenehmen Platzproblemen gerade. Das ist korrekt. Deswegen, ich kann mich eigentlich gar nicht beklagen. Ich muss mich jetzt langsam mal ranhalten für Eisenproduktionen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ähm, weil einfach... Also ich wüsste halt auch gerade gar nicht, wo ich das hinbauen sollte. Vielleicht ins Meer. Weiß ich nicht. Kann man Eisen im Meer abbauen? Da wäre noch Platz. Äh, aber sonst gut. Also kann mich nicht beklagen. Ich bin gespannt. Äh, und ich muss definitiv mir eine neue Insel holen, weil, ähm, ist halt eng. Bei mir ist gerade ein Feuer ausgebrochen, just in dem Moment. Aber meine Feuerwache ist schon unterwegs. Äh, gut, mit diesen schönen Worten werden wir uns jetzt jeder mal kurz in seinen eigenen Chat, äh, zurückziehen, um Kriegsrat zu halten mit unserem lieben Publikum. Und in einer Viertelstunde, also um Viertel nach, kommen wir wieder alle im Hauptchat zusammen. Ich, äh, sehe euch nachher, Ladies und Gentlemen. Ja! Auf Wiedersehen! Scheiße, jetzt muss ich hier irgendwie raus dabei, euch aus dem Discord oder was? Nee, du kannst drinbleiben, du musst dich nur muten. Okay, Mann. So, ich müsste jetzt auch gemutet sein und nicht... Nee, bist du nicht. Warte auf! Sei ruhig jetzt, sei jetzt endlich ruhig. Was war da? STRG-D, ne? Ja. Okay, jetzt hört ihr mich hoffentlich nicht mehr. Ey, Leute! Ähm, wir sind allein, lieber Chat. Chatzeit, Chatzeit. Zeit, dass ihr nett seid. Okay, Leute, da bin ich. Ich höre euch, ich sehe euch. Ähm, ihr guten Freunde des Hauses. Ähm, ich muss aber natürlich nebenbei auch noch ein bisschen weiterbauen. Also es ist jetzt nicht eine reine Freundlichkeit hier. Leute, was geht bei euch? So, jetzt kann ich endlich mal auf euch achten hier. Ähm, seid ihr zufrieden? Habe ich große Fehler gemacht? Oder ist das alles noch im Rahmen des Erträglichen? Das ist die, das ist die Frage, die sich, die mich umtreibt. Ist das alles noch okay soweit? Moin Nils, hi Nils. Hallo Leute, hallo Nikolaj, hallo Rade, hallo Northstar86. Hallo Leute, hallo Naisy, Krafator, Boiler. Hallo Leute, Bobovic, Sergeant Cool. Was geht ab? Sicher die so viel wie möglich Inseln, okay. Guck mal hier Freunde, ich habe hier schon richtig eine Stahlindustrie gerade hochgezogen. Ich glaube die anderen haben einfach, die wissen gar nicht, dass ich es richtig gut in diesem Spiel. Und das werden die irgendwann schmerzhaft erfahren müssen. Ähm, wie man sieht bin ich einfach, ich habe hier schon Arbeiter, die Arbeiterklasse schon integriert. In dieses Spiel. Äh, also. Was? Du musst der Cup Trelawney sichern? Echt? Was ist, wo ist Cup Trelawney? Die heißen doch alle unbesiedelte Inseln. Oder ist Cup Trelawney, ist das diese, ähm, Gefängnis, äh, diese neue Insel da? Auf nach Trelawney und schnell das Cup einnehmen. Was? Ich habe keine Ahnung, wie geht das? Die Rieseninsel, das ist die Rieseninsel. Ehrlich gesagt, ich habe das noch nie gespielt, dieses Add-on. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Leute. Dafür müsst ihr doch Verständnis haben. Fehlende Waren. Ja, hör doch mal auf, ist doch alles, läuft doch hier bei mir. Was will der mit Rohstoffe? Köllerei läuft, Eisenmine läuft. Hochofen läuft. Was fehlt dem Hochofen? Arbeitskräft? Ne. Das sieht doch gut aus. Und. Stahlträger habe ich. Ist doch eigentlich alles geil. Was will er denn? Was will der her? Er hat doch alles. So, äh, 700 Handwerker erreichen, dann kannst du hinfahren. 400 Handwerker. Ja, aber das ist ja, äh, Pille-Palle. Warte mal, ach so, Handwerker sind ja nicht Arbeiter. Och, du meine Güte. Das heißt, ich muss ja erstmal, erstmal muss ich hier diese Kirche bauen, damit die hier aufhören. Dann muss ich Bier, Bier muss ich irgendwie herstellen. Hopfen wird bald wichtig, ne? Ja, ich habe hier so Hopfen für Bier, ne? Hier Hopfen und, das ist so eine Hopfen- und Paprika-Insel. Die ist doch ganz geil hier eigentlich. Oder diese beiden hier, die auch. Hopfen und Paprika kann ich hier bauen. Und es gibt hier Zement und Eisen. Also entweder nehme ich diese hier. Da ist Hopfen und Paprika. Kupfer. Stein. Kupfer und Steinkohle. Braucht man das? Die anderen sind lauter, ich kann die anderen auch lauter machen, irgendwie, glaube ich. Weiß ich nicht. Bier ist immer gut, ne? Bier, Bier. Nimm beide, beide nehmen. Seid doch nicht so gierig, ich muss den anderen auch noch was lassen. Was kostet mich denn sowas nochmal? Das kostet mich ganz schön, ähm, Ressourcen ja auch. Kirche, Kirche, 25 können wir dann mal. Müssen wir vielleicht ein paar mehr Arbeiter noch bauen, was meint ihr? Ich will ja richtig Leute haben. Ein paar mehr Arbeiter noch, was meint ihr? Sag mal. Aber ich glaube, also jetzt am Anfang, ich glaube so, ich fall jetzt noch nicht so massiv ab hier, oder? Qualitativ. Also Denzel, glaube ich, ist auch nicht so gut. Klar, und Pia und Maurice sind natürlich echt gut offensichtlich in dem Spiel. Aber so, ich finde jetzt so, am Anfang habe ich es noch nicht so massiv verkackt, wie es hätte sein können. Ist aber nur ein rein subjektives Gefühl, nicht durch Fakten unterfüttert. So, hier richtig viele geile Leute. Siedelt euch an bei mir, jawohl. Guck mal hier. Wenn du Silos baust, erhöht sich die Produktion von Schweinen und Schafen und so weiter. Silos aber immer an die Straße bauen. Mach viel Seife. Ah, okay, Seife kann ich bauen, das ist eine gute Idee. Okay. Was? Schau dir die Insel von den anderen und mach dir ein Bild. Soll ich dir mal, ja. Oh, scheiße, das sieht ja schon echt gut aus. Alter Schwede, ey. Die ist ja schon richtig am Gutsein. Das ist Maurice, mit Sicherheit. Ja, ist auch nicht schlecht. Die haben alle schon Getreide. Denzelmann ist hier unten. Scheiße, alle haben Getreide außer mir. Jetzt fühle ich mich direkt wieder wie so ein Loser. Ich muss auch Getreide bauen. Komm, Leute, ich muss dringend Getreide. Mittlerweile genug Arbeiter. Nee, bringt mir ja nichts. Mach erstmal Blaupause. So, Getreide ist ja eine richtige... Eine Minute dreißig. Brauche ich wahrscheinlich zwei Getreide farben, wa? Wie brauche ich das denn am besten? So. Zack. Zack. Pass das schon, ja geil. Fühlt doch ganz gut aus. Ähm, dann... Brauche ich... Machen wir nochmal ein Lagerhaus. Leute, ich muss nochmal ganz kurz... Ihr seht das, ihr seid bei mir, ne? Ihr seid bei mir, oder? Ich würde sagen... Dann machen wir nochmal hier... Warte, nochmal... Brauche ich zwei Getreide farben, oder reicht eine? Zwei wahrscheinlich, oder? Vermutlich brauche ich zwei. Ist irgendwie mein Gefühl. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich... Laufe dieses Spiels... Das ist zwei Getreide, irgendwie die bessere Entscheidung. Das kann aber auch Quatsch sein. Weil ich weiß es einfach nicht. Komm mal hier. Hört ganz gut aus. So. Guck mal. So. Zwei Getreide. Mindestens fünf, so viel wie geht. Mindestens drei. Okay. Na gut. So, Mühle brauche ich dann ja... Wenn ich zwei Getreide habe... Ja, macht ja Sinn. Eine Mühle. Logisch. Und zwei Bäckereien. Ja, ja. Ja, 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 ja. Okay, pass auf. Das machen wir so. Ähm. Oder ne, wir machen das anders. Wir machen jetzt hier... Eine Mühle. Und dann... Zwei Bäckereien, ne? Zack. Ähm. Zack. Und ein Lagerhaus. So, das macht doch Sinn, oder? Freunde. Ich glaube, das ist gut so. Ich habe... Ich hoffe. Ich finde... Ich finde das eigentlich okay, was ich hier mache. Ich finde das eigentlich ganz okay. Und jetzt verbinden wir natürlich noch hier... So. Ist das prima? Seid ihr sehr zufrieden? Mit mir? Ich hoffe doch. Okay. Was ist hier mit Heinmöck? Er will nicht. Was fehlt mir? Doch. So. Geil. Das ist doch stark, oder? Seid ihr sehr zufrieden? Ähm. Das heißt, jetzt bekomme ich Brot. Brot is on the way. Schweine sind auch schon da. Was wollen die denn noch haben? Die Kirche. Bier. Ich brauche Bier, Bier, Bier. Ich brauche für diese Biergeschichte, brauche ich Stahlträger. Können die nicht mal hier ein bisschen mehr arbeiten? Arbeitspensum. Anpassen. Komm. Ihr macht mal... 25%. Ihr müsst richtig rein galoppieren in die Arbeit. Arbeitspensum anpassen. 25%. Müssen noch hart malochen hier. Bei dem muss hier immer jetzt richtig was passieren. Der ist aus mit der Köhlerei. Der muss auch mal... Der muss auch mal hier ein bisschen mehr machen. Komm. Müssen alle jetzt... Für das ganze Volk. Ne. Er muss 26%. Alle müssen 25%... Bis auf die Köhlerei. Die muss 26%. Was ist mit ihm hier schon wieder? Nicht genug Arbeitskraft? Ach ja. Ich muss wieder ein paar Leute upgraden. Ja. Wollen alle nicht upgradet werden. Was fehlt ihnen? Wir machen das Beste aus unserem Leben. Wart. Nicht genug Klamotten. Ist es deren Ernst? Da ist nichts außer Wut. Also es ist ja ruhig lächerlich. Wo hab ich denn hier meine... Hier die Dinger hier. Ähm. Komm. Wir bauen nochmal... Eine... Hiervon. Ähm. Mach ich das? Wir machen das. Pass auf. Pass auf. Also Blaupause ist an. Ja. Das will ich. Blaupause ist an. Wir müssen sich davon haben. Reicht das, wenn ich da bin? Ich wahrscheinlich nicht. Drei. Ne. Oder? Shit. Ne. Das klappt nicht. Okay. Dann mussten wir das anders machen. Zerstören. Zerstören sie das. Dann machen wir mal die Schäferei. Vielleicht. Doch. Mach ich da hin. Oh. Ah. 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 Und. Die Schäferei kommt in. Ja. Das passt schon. Das ist okay. Das ist okay. Das ist gut. So machen wir das. Ist immer noch in der Nähe. Das ist... Linksbums. So. Ist das hier? Ich muss mal aufpassen, dass man das Gehöft dann auch baut. So. Und jetzt wollen die wahrscheinlich auch noch wieder mehr Schnaps haben, oder? Eine Eisenmine, zwei Köhler, zwei Schmelzen, drei Stahlwerke. Ja. Ich hab das jetzt nur mal so gemacht. Weil die... Damit ich jetzt hier nicht zu viel Arbeitskräfte verbrauche und trotzdem aber schon mal die Stahlindustrie quasi ins Laufen bringe. Ähm. Oh. Hier hat sich schon jemand breit gemacht. Das ist gegen... Gegen meinen ausdrücklichen Wunsch. Da muss ich mir jetzt diese... Schnell diese hier. Hopfen und Paprika. Diese Insel holen. Was kostet ein Kontor? Kostet das 15 Stahl? Oder wie viel kostet ein Kontor? 15 Stahl? Sag mal, Leute. Was kostet ein Kontor? Acht Stahl kostet es nur? Das ist ja an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Das ist ja voll wenig. Das habe ich ja schon. So, Homeboy. Dann segel mal schnell dahin, bevor es jemand anderes tut. Hier gibt es nämlich auf dieser Insel Hopfen und Paprika. Schnell dahin. Wind ist Eile. Okay, danke für diesen Tipp. Jetzt kann ich mir auch die Kirche bauen. Da sind die immer ein bisschen glücklicher. Heulen nicht die ganze Zeit rum. Heuli, heuli. Und dann kriegt ihr hier mal... Was ist das hier so mit... Irgend so ein Grünzeug. Kleinen Park. Brunnen. Den Trevi-Brunnen. Und dann hier ein bisschen... Bäumchen. Und Wiese. Guck mal. Jetzt freuen die sich richtig. Äh, so. Hol dir gleich mehrere Inseln. Sonst ist Hopfen und Malz verloren. Ja. Ja, ich muss ja erst mal einer nach der anderen. Eine nach der anderen. So. Ähm. Ich brauche mehr Arbeitskräfte. Ich brauche mehr Glückseligkeit. Ich brauche mehr Glückseligkeit. Hier ist ganz schön viel los. Okay. Ich habe jetzt richtig Arbeitskraft. Also es ist gut. Insel läuft. Es geht weiter im Discord. Oh ja. Danke für diese Nachricht, lieber Chat. Ey, wir sehen uns später, Leute. HDGDL, ihr wart mir eine große Hilfe. Ich gucke ab und zu mal rein. Aber ihr wisst, ich bin mega beschäftigt. Nicht wissen würdest. Ich weiß gar nicht. Ich habe einfach zufällig die nächstbeste. Jetzt guck, das ist die nächste, die bei meiner Hauptstadt quasi ist. Ganz zufälligerweise. Ja. Reiner Zufall. Ich weiß gar nicht, was mir hier immer unterstellt wird. Hallo, Leute. Hallo. Da bin ich wieder. Wir sollten uns ganz genau anschauen, was Maurice so momentan macht. Also ich möchte es nur so anbringen. Nicht, dass ich jetzt hier Krieg führen möchte, aber... Oh, das können wir aber. Ich werde da fleißig expandieren auf jeden Fall. Musst du nur sagen. Da drüben. Nein, nein, ich habe nicht expandiert. Das sieht nur so aus. Das ist eine optische Täuschung. Das stimmt. Tatsächlich sind das alles bislang nur Planungsblaupte. Pausen auf dieser Insel, die da existieren. Von daher... Ja, genau. Und da hat auch Nils expandiert. Guckt euch das an. Naja, und nicht gehören. Auch auf Hopfen und Paprika. Und der hat auch noch Zement und Zink auf dieser Insel. Die ist noch mal besser sogar als meine. Das würde ich mir nicht gefallen lassen, Denzel, da hinten. Also ich habe mir nicht mehr waschen gewusst, ob ihr drei euch stark drum prügeln werdet. Und sich an deiner Stelle würde ihm das nicht lassen, würde ich nur sagen. Ja, es wäre langweilig, wenn die Insel schon frei wäre, wenn ich sie mir hole. Ja, das sehe ich ähnlich, also... Oh, Maurice, was hast du angerichtet? Ich habe nur... Ich weiß gar nicht. Ich finde das ein bisschen verwerflich, was hier passiert, muss ich schon sagen. Ich verstehe das. Ich verstehe deinen Kummer. Ich wusste, dass du mich verstehst, Nils. So. Was ist hier los? So viel zu tun. Jetzt habe ich die Scherereien mit dem Holz auf der nächsten Insel. Das ist einfach... Ja, das stimmt. Diese kleinen Inseln sind gar nicht so leicht, wirklich so sinnvoll zu bebauen. Gar nicht so leicht unmöglich ist die Beschreibung, die ich gesucht habe. Also ich bräuchte jetzt echt den Neustart, von dem wir vorhin geredet haben. Der würde sich jetzt echt gut machen, finde ich. Also Nils, tatsächlich hört man dich bei mir doppelt. Ich habe jetzt gerade wieder von mir aus freigegeben gehört. Das war weg, als ich dich gemutet hatte im Discord. Du kommst irgendwie in den Discord noch rein. Das ist komisch. Ist das sehr unangenehm? Müsste ich mal einen Chat fragen. Ich höre tatsächlich nur kurz ab und an so kleinere Sprachansagen von dir. Ich weiß nicht, ob man im Stream auch irgendwie noch die Musik dadurch doppelt hört oder sowas. Lieber Chat, wie ist es denn? Ist die Qualität gerade super oder... Schiebt es jetzt nicht auf seinen Chat, ne? Wirklich? Natürlich. Das Publikum ist alles. Alles supi, sagen die Leute. Okay, dann ist es nur ich. Bin es nur ich. Und das kannst du ja quasi... Das kann dir ja egal sein. Liebe Grüße an deinen Chat. Gute Leute. Ne, ich weiß nicht, ob die so gut sind, wirklich. Hast du gerade deinen eigenen Chat beleidigt? Ich habe das... Ihr müsst erst mal drei Sekunden darüber nachdenken, ob ich das gerade wirklich gehört habe. Ja, wie die mir in den Rücken fallen halt hier. Das kann ich nicht gut heißen. Das würde ich mir auch nicht gefallen lassen, Maurice. Da würde ich jetzt erst mal eine Fruststadt bauen. Eine Frust? Wie sieht denn eine Fruststadt aus? Ja. Da unterscheidet sie sich von einer normalen Stadt. Guck mal bei Dennis. Eine Fruststadt suchen, die nutzlos ist, auf einer Insel, die nutzlos ist und dort nutzlos bauen. Das würde den Chat bestimmt sicher mega aufregen. Das würde sie tatsächlich mega aufregen, aber ich gehöre nicht dieser Gedankenschule an, quasi sich selbst ins Fleisch zu schneiden, um andere Leute... Ich glaube, das ist nicht der Schüsse zu einem guten, erfüllten Leben. Ah, sicher? Kannst du das wissen, wenn du es noch nicht probiert hast? Ich frage ja nur. Das ist sehr überzeugende Argumentation, tatsächlich. Auch ohne irgendein eigennütziges Hintergedanken-Ding, also... Ich würde dir nie, Pia, eigennützigen Hintergedanken vorwerfen. Gut, das würde uns da einig sind an der Stelle. Das war mir sehr wichtig, das nur zu klären. Nach, ich glaube, inzwischen drei Runden Crusader Kings mit dir, weiß ich, dass du vollkommen selbstlos bist und keinen niederträchtigen Knochen in deinem Körper hast. Habt ihr das gehört, Chat? Kann das irgendjemand klippen und zitieren, damit wir das für die Zukunft auch noch behalten können? Das wäre schön. Dankeschön. Seh schon, dein Chat ist auf deiner Seite, im Gegensatz zu den Schurken bei mir. Oh, oh, oh. Jetzt ruinierst du dir das aber wirklich mit deinen Jungs, du. Das wahrscheinlich, ja. Und Mädels. Wo kriege ich denn das hier? Wie läuft die Produktion? Läuft sie gut? Ah, wir kriegen Seife. Meine Menschen dürfen sich jetzt endlich waschen. Du hast schon Seife? Ich hab grad Seife gebaut, ja. Naja, die sind ja dreckig, die stinken. Ja, du hast recht. Ja, Seife wäre in der Tat schon mal gut. Wenn du Schweine hast, dann kannst du auch Seife bauen. Also viel mehr jammern tut er dann nicht mehr. Ja, dann brauch ich ja auch Seife vor allen Dingen. Wo sind die denn eigentlich noch mal? Geht, die sind schon so dicht an die Siedlung herangerückt, die Schweine. Die Kinder freuen sich, haben sie was zum Füttern. Ich verfütter doch nicht meine Kinder, die Schweine. Nein, die... Die Kinder können die Schweine füttern. Um Gottes Willen. Habt ihr als Kinder nie Bauernhoftiere gefüttert? Ein Jahr lang hab ich auf einer Mühle in der Nähe von... In Franken gewohnt und da hatten wir Schafe. Ah, süß. Und warum mussten deine Eltern sich verstecken? Aus irgendeinem Grund? Oder warum? Ja, es war tatsächlich nicht der strategisch schlauste Schachzug, den sie je gemacht haben. Weil ihnen dann hinterher aufgefallen ist... Ja, Leute, so als Architekten hier so auf dem Land ist ja gar nicht so viel Bedarf. Und vielleicht sollten wir doch lieber wieder in die Großstadt München zurückziehen, wo die Leute viele Gebäude bauen. Deswegen war es auch nur ein Jahr. Ich hab hier schon wieder ein Feuer. Ist es bei euch schon mal ein Feuer ausgebrochen? Ja, einfach. Ja? Das war ganz schlimm. Ich hab ja irgend so einen Brandstifter irgendwie hier verinseln. Brandstifterkind. Es gibt ja manchmal wirklich solche. Ich würd erst mal allen sagen, dass sie aufhören sollen zum Arbeiten, bis du den gefunden hast. Das war sicherheitshalber. Ja, okay. Das ist eine sehr gute Idee. Das machen wir genau so. Ja, ich muss sagen, ich weiß das sehr zu schätzen, wie du als erfahrene Anno-Spielerin hier sinnvolle Ratschläge verteilst an Mitspieler. Das ist wirklich... Das würde nicht jeder tun. Das ehrt dich auch sehr. Ja, also das finde ich gut. Ach, schön. Zeugt von großem Anstand und eher so viel Müll. Danke, danke, gerne. Also, wenn ihr Hilfe braucht, ihr könnt euch immer an mich wenden. Das merke ich mir. Komm ich fast zu. Du hast schon zwei Pensionsinseln oder was? Ja. Jetzt findest du das nicht ein bisschen viel? Na, ich mein, also... Wie, weil... Alle guten Dinge sind... Ja, das stimmt. Ich hab noch nichts damit gemacht. Da liegt ein quadriuelles Handtuch drauf. So auf seinen Inseln. Mehr ist er nicht. Das ist aber das Deutscheste, was man machen kann. Die Insel mit dem Handtuch reservieren. Natürlich. Jetzt bin ich meist ein bisschen stolz. Das ist schon echt schönes Gameplay. Shit, wir sollten uns davon was abgucken. Wir sollten da auch noch was mit einem Handtuch reservieren. Die Flammen wurden gelöscht. Ich mein, ich hab ja schon auch ein bisschen einen strategischen Vorteil eigentlich, Nils, dadurch, dass ich dich ständig höre. Jetzt wurde mir gerade gesagt, deine Flammen wurden gelöscht. Ich weiß quasi alles, was bei dir vor sich geht. Ja, das kann ich nicht verhindern. Aber dann weißt du ja auch immer vorzeitig, wenn du stirbst. Das ist ja auch gut. Da kannst du deine Angelegenheiten ordnen. Das stimmt. Das ist schon mal verabschieden vom Chat und solche Sachen. Jetzt fehlt mir auf beiden Inseln Holz statt auf einer. Das ist so fain. Was braucht man für einen Hafen auf einer neuen Insel? Acht Stahl, hab ich gelernt, glaube ich. Acht Stahl und Holz. Nimm 50 Holz auf jeden Fall mit. Ganz viel Holz und acht Stahl. Danke. Bitte sehr. Die Alternative wäre natürlich auch einfach, den Kontor von wem anderen einzureißen. Zum Beispiel das Badehandtuch. Dann musst du keinen Stahl mitnehmen, sondern kannst du es einfach übernehmen. Es ist sehr verführerisch. Aber ich bin sehr unerfahren. Ich weiß nicht, ob du mit deinem Flaggschiff gegen ein Kontor plus Flaggschiff gewinnst. Wir haben ja alle aktuell noch nichts. Das wird noch. Wieso? Was kann dein Kontor denn? Die können doch nicht schießen. Das ist eine 1800, oder? Das Kontor schießt. Das Kontor schießt? Ja, ja, Kontor schießt. Das Kontor macht rum. Recht viel sogar. Das ist auch gar nicht schwach. Da wäre ich... Also bevor du Denzel denkst, denk nach. Bevor du dich unglücklich machst. Nein! Boah, das ist alles so knapp. Kann man nicht irgendwie so einen Erlass dafür machen, dass Leute irgendwie zu 30 in diesen Häusern wohnen müssen? Klar. Wenn ich zwölf Schichten einführe. Das ist auch wieder eher Frostpunk, glaube ich. Wenn wir immer zwölf Stunden, dann können wir zwei Familien drin wohnen. Eine nachts und eine tagsüber. Ich sehe schon, Pia hat einfach Bock auf Frostpunk. Das ist so ein bisschen, was ich hier die ganze Zeit rauslese aus diesen schlimmen Erlässen, die sie die ganze Zeit erlassen will. Schlimme Erlässe. Ach, Blödsinn. Das klingt alles für böswilliger, als es gemeint ist. Schau, die kriegen sogar Fische von mir. Die sollen sich nicht aufregen. Ja, dann will ich nichts gesagt haben. So. Hast du eigentlich schon wieder ein Schiff jetzt, Pia? Oder bist du immer noch schifflos? Oh, schon die ganze Zeit. Schon die ganze Zeit. Aber voll lieb, dass du fragst. Sonst hätte ich dir immer meins ausgeliehen. Das ist nett. Wir sind im Tausch gegen ein paar Sklaven. Nee, nee, das geht auf jeden Fall. Das ist fast alles. Bei mir ist es wichtig, dass alle Spaß haben. Aber? Nö, das kommt ohne Aber. Eigentlich wollte ich nur wissen, wollte ich nur wissen, wie sehr ich mich vor dir fürchten muss. Aber jetzt kannst du ja... Ich habe mit meinem Chat, die haben gesagt, ich soll mehr in die Verteidigung und weniger in den Angriff gehen. und ich vertraue meinem Kriegsrat da. Aha. Ja, du hattest ja tatsächlich das Pech, dass du bei den Piraten quasi gespawnt bist. Ja, Pech oder Vorteil, das ist halt die Frage, ne? Das stimmt. Ich sehe das eher als Vorteil, weil ich halt einfach super viel rumfarmen kann an denen. Das stimmt. Ich glaube, im Endeffekt wäre auch noch mal ein bisschen mehr Fischerei ganz gut. Und hier vielleicht auch noch mal ein bisschen ein weiteres Lagerhaus. Ui, mir geht der Schnaps aus. Gott. Schnell, unter nimm was. Ich bin gleich wieder da. Und hier vielleicht auch noch mal ein paar. Ich will kein Grammophon, ich will ein Rum. Grammophon? Ja, ich habe so anders Grammophon bekommen. Ist eh voll nett, aber ich hätte halt lieber was anderes. Das kann ich verstehen. Das ist halt einfach, wie wenn du zu Weihnachten was Cooles kriegst, aber es gibt halt was Cooleres. Das stimmt, ja. Probleme, die wir alle kennen. Sehr schwierig, ja. Kann ich mir das, kann ich das noch looten geben? Ja, das geht sich noch aus, oder? Ohne, dass die dicke Bärta mich da anschießt. Das geht sich noch aus. Das verbinde ich so krass mit Österreich. Ich glaube, das sagen die Leute auch nur in Österreich und Bayern, oder? Das geht sich noch aus. Jetzt will die in Waffenstillstand und ich soll ihr dafür Geld zahlen, obwohl ich sie gerade getötet habe. Ja, ich glaube, es hackt. Du hast schon jemanden getötet? Ja, ich kämpfe die ganze Zeit mit der Piratenfrau daneben mir. Ach so. Ich bin ja rum von der. Ach, wenn du die platt machst, gibt sie dir rum? Ja, die Schiffe droppen Sachen. Ah. Ihre Schiffe, Items und Sachen und Items und Sachen. Items, das ist sehr interessant. Das war mir gar nicht bewusst, dass man das machen kann. Oh Gott, ich habe die hässlichsten Kornfelder in der Welt. Wer mal zu Besuch kommen will. Wie viel ist denn dieses Grammophon wert? Ist ja gar nichts wert. Das schmeißen wir einfach über Bord. Ist das nicht mal irgendwie ein Item, das du irgendwie in die Handelskammer oder sowas setzen kannst? Ja, wahrscheinlich. Ich habe sie noch nicht weggeworfen. Ich glaube, mein Chat kriegt irgendwie ein Ares, wie heißt das? Die Blutungen im Hirn, wenn ich das jetzt wegwerfe. Weil die regen sich eh schon die ganze Zeit auf, dass ich keine Items nutze. Ja, aber wegwerfen wäre vielleicht wirklich eine zu drastische Maßnahme für ein ungewünschtes Geschenk. Das stimmt, ja. Ja, aber ich kann den Rum nicht aufheben. Ach so. Ah, okay. Ja, das ist das Problem. Das müssen dann Prioritäten gesetzt werden. Und darum ist halt schon, also... Aneurysma, genau das ist das Wort, das ich gesucht habe. Dankeschön. Ich bin heute auch ein bisschen... Aneurysma? Ist das ein Add-on? Aneurysma. Ne, ich habe gesagt, mein Chat kriegt ein Aneurysma, wenn ich anfange, Items über Bord zu werfen. Aha. Ich dachte schon, da ist wieder was rausgekommen, was ich nicht mitbekommen habe. Nein. Ja, ganz, ganz wichtiger DLC, Nils. Oder? Das andere ist mal. So, wo ist hier das Holz, Leute? So, was habe ich da bekommen? Eine Flan... Ey, was ist das denn? Warum kriege ich denn so ein Crab die ganze Zeit? Hast du dir das nicht gefallen? Ja, nee, mache ich auch nicht, aber... Schwierig. Toll. So weit, so gut hier. Uh. Und jetzt Felder auf der anderen Seite von Straßen auch wieder bauen? War das anfangs nicht anders? Was? Die müssen doch verbunden sein, dachte ich. Eigentlich auch. Ne, so ein Schweinefeld habe ich jetzt auf... Ah, ne, die gehen. Die gehen. Nur die, die Bauern, also die quasi... Was sagt man dazu? Getreide und der andere Kram. Die müssen verbunden sein. Pflanzen! Ah, okay. Achso, okay. So, kann ich das? Ah ja, ja, ist viel zu tun. Wenn wir jetzt mehr Kohle bauen, jammern die mich bestimmt gleich wieder voll, dass es hässlich ist und jetzt jammern sie mich voll, dass wir keine Kohle haben. Das ist... schwierig. Neue Befehle? Ich hasse so Leute. Ganz schön. Leute, die nur jammern. Wirklich wahr. Ja, ist halt schwierig, ne, wenn ich drüber jammer, dass andere Leute jammern. Das ist halt irgendwie so ein Dauerkreis. Das macht alles so ein bisschen komplizierter. Aber immerhin hast du die Self-Awareness, dass dir das bewusst ist. Ja, 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 ja. Das geht grad. Ich weiß nicht, über was ich mich mitladen sollte. Oh Gott, wo muss ich das denn zerstören? Puh. Das sieht's eigentlich hier. Oh, ich... Anno ist echt... Leute. Anno ist was? Irgendwas fehlt immer bei Anno. Wirklich wahr. Die geben sich einfach nicht zufrieden. Das ist wirklich wahr. Irgendwie... Vielleicht ein kleiner Kritikpunkt am Spiel, dass es zu mehr viel nach Arbeit anfühlt, dieses Spiel zu spielen. Also... Das ist, was ich meine. Im Multiplayer auf jeden Fall, ja. Weil man ja auch in Konkurrenz steht. Klar. Stimmt, da noch mehr. Aber wir sind ja keine Korps. Wir sind doch alle Freunde quasi. Ja, ja. Sagst du so lange, bis du uns dominierst und dann auf einmal verlangst du Tribut nur dafür, dass wir im Leben bleiben. Ich weiß wirklich nicht. Ich glaube, das verlieren wir, Leute. Also es tut mir sehr leid, euch das mitzuteilen, aber ich glaube, das verlieren wir. Ernsthaft? Nee, nee. Ich... Ich... Ich hab gar nicht über den Kampf. Kein Stress, Neil. Das ist nichts bei dir. Aha. Vielleicht habt ihr nur... Die Schlacht gegen die Piraten, oder wie? Nee, nee, nee. Ich muss eine Fragatta zerstören und ich war schon ein bisschen angeschlagen, als ich in diesen Kampf gegangen bin. Ah, ich seh's hier. Aber wir machen das. Immer schön hin und her wenden. Wie so ein Pfannkuchen. Aber du könntest das hinkriegen. Ja. Immer schön den Pfannkuchen spielen. Los. Das dürfte es doch wohl sein. Ja. Wir. Jawohl. Glück gehabt. Das wollten wir hier eigentlich. Gut, das kann ich ja machen. Segel. Jetzt muss ich das noch abgeben. Puh. Oh, jetzt wollen sie Klamotten haben. Ist ein bisschen wie Töchter. Ja. Mein Sohn läuft auch immer nackt rum. Wann gibt's eigentlich nochmal den Pendler, Kai? Ich glaub, den können wir in dieser Saison gut gebrauchen, ne? Eigentlich. Ja. Shit. Ach, ich dumm baddel, ey. Ich baue hier voll die Getreidefelder. Und dann wächst der Shit überhaupt nicht auf der Insel. Nein, Hingel. Scheiß Natur. Vielleicht hast du Glück und kriegst irgendwie eine Fruchtbarkeit oder so beim Laden. Wie, das geht? Man kann sich eine Fruchtbarkeit kaufen? Ja, du könntest dir eine Fruchtbarkeit besorgen. Und dann musst du in so einen Handels, äh, wenn man das heißt, äh... Äh, so ein Handels... Äh, nee, ich weiß, was du meinst. Eine Handelskammer heißt das. Ja, Handelskammer. Und dann packst du das rein und wenn du dann in dem Radius bist, dann geht das. Alter. Das gibt's wirklich. Kostet 18.500 Mark. Entspannt. Quasi gar nichts. Lohnt, lohnt, na, ach. Ja, ich hab ja, ich hab ja die Kohle. Warum eigentlich nicht? Aber interessant ist, dass das auch direkt zur Verfügung steht, so brav. Ja, da ist Glück, ja. Der Nier ist immer, immer vom Glück gesegnet. Ja, ohne euren Fre... Oder ohne Pierce-freundlichen Hinweis wär mir nicht mehr bewusst gewesen, dass diese Option überhaupt existiert. Ich bin ein Teamplayer, das ist... Das war ich schon immer, also... Weißt du, und das zahlt sich bei mir aus. Wenn der Maurice nachher irgendwie versucht... Weißt du, sag Bescheid. Warum, warum ich? Warum wieder... Ich hab überhaupt nichts... Weil du's... bei diesen Events ein völlig falsches Menschenbild von mir haben. Und das schmerzt mich, Nils. Das schmerzt mich wirklich. Wie die Betonung auf Menschen... Was willst du jetzt eigentlich wieder hier? Denzel, wir waren schon... Liebhaber in einem Stream. Ich dachte, wenigstens du bist auf meiner Seite. Ja, bin ich ja auch. Aber ich wusste, bis du nicht von unserem Planeten kommst. Ja, das weiß ich auch nicht. 100% Ja, aber guter Tipp mit einem Saatgut. Kein Platz mehr frei. Gott, hau und Kram. Ach, scheiße. Wir brauchen Handwerker für die Fregatten, ne? Oh, das ist ärgerlich. So gibt's nur das Saatgut, was Nils braucht und nicht das, was ich brauche. Weil Nils vom Glück gesegnet ist. Ja, das ist auch einfach Karma. So. Ich nenne es Pakt mit dem Teufel. Das gibt's ja auch mit Hopfen und mit... Das ist tatsächlich gerade in diesem Spiel wahrscheinlich sehr wertvoll. Äh... Diese... Diese Fruchtbarkeiten. Absolut. Ich hab einfach keinen Platz. Das ist alles so schrecklich. Was knallt da gerade? Ich bin unschuldig. Das ist mein Sohn, der die Tür hier einschlägt, weil er unbedingt rein will. Der kann das nicht ab, wenn ich ihm sage, er soll hier nicht so rumtouren. Ich hab nämlich keinen Bock, dass der hier immer in Green reingelaufen kommt und dann irgendwelche Faxen macht. Aber er... Dann rebelliert er. Ja, er will halt unbedingt rein. Und er findet, ich hab ihm neulich dieses Spiel hier gezeigt und er fand das so geil mit den Schiffen. Ich hab's ja, hab ich euch jetzt hier Donnerstag noch ein bisschen geübt und er fand die Schiffe so geil. Und er hat die ganze Zeit von diesen Schiffen erzählt und... Und dann... Die sind auch... Also ich fand als Kind so Segelschiffe auch Hammer. Ich hab immer Segelschiffe gezeichnet, die... Konstruktionstechnisch völliger Schwachsinn waren, weil es mir nur darum ging, wie viele Segel und Takelage krieg ich unter auf einem Bild. Und ich glaub nicht, dass die je seetüchtig gewesen wären, aber sie sahen cool aus. Das Einzige, was zählt hier. Ja, eben. Ich hab Panzer gemalt. Ja, das hat sich nicht viel geändert, Dennis. So, Arbeitskraft kritisch. Ihr kriegt sogar Kleidung von mir. Seid dankbar. So, da fehlt mir Arbeitskraft. Boah, ey. So, ich geh jetzt auch mal ein bisschen Piraten farmen, glaub ich. Die wagen sich auch bei mir hier so ein bisschen vor. Hab ich noch mal einen rum? Oh, wie dumm bin ich denn? Wenn sie rumfallen lassen, dann können wir ja drüber reden. Oh, diese Dummheit. Aber ich glaub so ein bisschen, weißt du, die haben das, glaub ich, so ein bisschen allmählich, kommen sie so auf Ideen, dass... Bei Pia ist es zu gefährlich. Wir könnten ja vielleicht mal gucken, ob wir bei Maurice bisschen plündern gehen können. Und das ist ein Gedanke, den ich lieber direkt im Keim ersticke, als das irgendwie zuzulassen. Du kannst sie gerne zu mir schicken. Ich vermiss sie schon so ein bisschen. Also ich irgendwie... Muss ich die immer suchen gehen gerade. Schon ein bisschen nervig. Oh, wir kriegen gleich eine Schule. Irgendwo hat man doch diese Multiplayer-Übersicht, ne? Wie wir so zueinander stehen gerade. Die ist ja auch für unsere Medaillen relevant. Die ist im Diplomatie-Menü. Okay, das gefällt mir alles nicht. Was genau? Ja, so unsere Verhältnisse gefallen mir alle nicht. Du bist doch mit die Stärkste mit mir zusammen. Du hast mehr Militär... Ein Militärpunkt mehr und einen Wirtschaftspunkt weniger als ich. Das ist das Problem mit dir gemeinsam. Auf die Art und Weise formuliert, wie es mir nicht gefällt. Also ich weiß gar nicht. Das ist doch... Einige Felder könnten es nicht helfen. Mhm. Ich glaube, ich muss ein paar mehr Schona bauen. Wir können Seite an Seite über die Galaxis herrschen, Pia. Du kommst von einem anderen Planeten, so wie du vorhin geredet hast. Und ich bin mir nicht sicher, ob mir das Sorgen bereitet hat oder nicht. Da muss ich mich auch beim Chat fachsimpeln darüber. Weil jetzt sieht das mit den Bedürfnissen alles ganz gut aus. Ah, ne, das ist tatsächlich nur etwas anderes. Lassen die hier noch. Nein. Eieieiei, so, wie sieht das jetzt hier aus? Sie halten uns ganz schön auf Kraft. Das braucht auch so lange alles. Hä, warum kriegen die da Aufstandswahrscheinlichkeiten? Stadt wird hässlicher. Die sind echt anspruchsvoll, muss man halt schon sagen, dieses Bauernpack. Ja, ja, wir korrigieren da so ein paar Schreibfehler. Viel zu teuer, das würde ich doch niemals kaufen. Das bauen wir selber. Das haben meine Eltern auch immer gesagt. Ach, da muss ich auch. Wie sieht tatsächlich wirklich der Platz für Wohnraum einfach aus? Habe ich denn so die Befürchtung? Ein bisschen geht schon noch, aber viel ist es nicht mehr. Was ist denn hier? Vielleicht mal noch eine zweite Polizeiwache wäre nicht so gut, nicht so schlecht. Polizeiwache, das ist etwas, was ich verbauen könnte. Also gerade, wenn du gerade schon Fragen gestellt hast wie, warum kriegen sie denn da Aufstandswahrscheinlichkeit, ist wahrscheinlich eine Polizeiwache keine schlechte Investition. Oh, 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 ich hab da grad so nen... Was? Ich muss da was wegmachen. Der Rum fährt mir hinterher, das ist voll nett. Wer rum? Ja, die Piraten fahren mir hier gerade hinterher. Es ist voll nett, dass die mir den Alkohol selbst vorbeibringen wollen. Das ist aber nett Ah, voll Jetzt bleibt doch hier Anscheinend wollen sie es doch nicht Habt ihr schon so komische Handwerker oder wie die heißen? Ja, ne? Schnaps Äh, nee, nee, ich arbeite gerade dran Mir fehlt nur noch die Schule Dann Klaus du mir den da jetzt? Das ist nicht dein Ernst Vor meiner Nase Aha Was, wird auch angegriffen? Ja, ich sehe das schon Das hast du gemacht? Ja Wer eine Sache steht Ich dachte eigentlich, du hast erzählt Dass du so immer ganz viel rum bei dir Im Box herum treibt Ich dachte, ich kriege da was von ab Ja, das finde ich nicht gut Ich glaube, ich muss meine Türme noch ein bisschen weiter rausbauen hier Ey, jetzt kommt dieses schäbige Piratenpack zu mir Ja, warum kommen die euch alle besuchen, aber mich nicht? Jetzt versenkt sie halt, bevor sie uns versenken Maurice hat richtig Probleme da Ja, ich habe das nicht gecheckt Oh Gott, nein Maurice geht down Nein Ich komme Verdammt Ich setze die Segel Das ehrt sich ja sehr, aber Oh nein Ah Ah, das gibt es doch nicht Ah, scheiße Ah, das habe ich zu spät gecheckt Was ist denn jetzt? Was ist denn los? Dein Schiff kaputt oder was? Ja, mein Schiff wurde versenkt Aber nur dein Schiff Und die Ehre Schiff und Ehre vielleicht Nee, die Ehre ist unantastbar Ich sammle deine Schiffbrüchigen ein Du aßgeier Das ist schäbig, denn das weißt du genauso gut wie ich Ich helfe den solchen, wie hast du das, ertrinken lassen? Was für ein Schicksal erwartet sie denn bei dir? Ähm Noch keine Gedanken um mich, war mir nicht mal sicher, ob ich sie nach Hause bringe Nee, aber du hast gar keine Schiffbrüchigen, keine Angst Den verkaufen wir auch noch Diese Säcke, ey, das war wirklich menschlich, unterirdisch Jawoll Handwerkskunst, schön Jetzt hast du keinen Griff, aber doch, du hast zwei Schiffe, ne? Ja, ich hatte eine, das war mein zweites, das hier Zwei Schiffe, krass, okay Das haben sie halt aber Ja, aber direkt ist ja der Vorsprung wieder dahin Das habe ich jetzt in den Sand gesetzt Ich narr Ich dachte, es ist voll gefährlich Du wirst angriffen, verlierst dein wichtiges, einziges Schiff Oh nö, du hast schon ein ganzes Set von Schiffen Bereit für neue Befehle Ne Leute, ich muss ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass wir als erstes im Cup ankommen werden Weil Maurice einfach vor uns schon anfangen konnte Und er hat sicher schon was losgeschickt Oder? Warst du schon auf der Suche nach dem Cup? Ne, ich habe das noch gar nicht gekriegt Hast du sie gerade gekriegt, die Benachrichtigung? Ne, 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 ich habe glaube ich nur für die neue Welt gerade Genau, also das Cup kriegst du anscheinend noch nicht mit Handwerkern Müsste eigentlich Jedenfalls habe ich es nicht und du ja auch nicht Ja, sein Schiff wurde versenkt, aber das heißt ja nicht, dass er kein anderes hat, Leute Dürfte ich nicht so naiv sein hier bei Maurice Immer diese Anschuldigungen Das sind Erfahrungsberichte Das stimmt, das muss ich leider einräumen Mein Schatz sagt 700 Handwerker Ah, okay Gut, da bin ich auch noch ein bisschen von entfernt Na, immerhin etwas, wovon du noch ein Fan bist Wie viele hast du jetzt? Äh, 220 Das ist also wirklich noch Was? Ne, ne, nix, 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 alles gut Achso, okay, okay Gut, ich verstehe schon Ich verstehe schon, was Sache ist Und eindeutig noch mehr Eisen Stahl, das sind die Treiber unserer Industrie Also die Treiber meiner Industrie sind tatsächlich einfach die unfassbar vielen Schoner, die ich spame und verkaufe Ach was, du verkaufst Schiffe? Na, die ganze Zeit Das geht Das geht An wen verkaufst du die? An die Piraten, wo du sie dann wieder versenkst oder was? Ne, ne, nix, 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 nix High Clarence Hall, Sir Archibald Blake, der über die Königin spricht die ganze Zeit über die Schnitzereien. Der kauft dir die ab. Cooler Typ, okay, den merk ich mir. Archibald. Kann man sich finanziell so ein bisschen aufstocken damit. Oh shit. Das hätte ich tatsächlich auch machen sollen. Mein Laden brennt. So, und wo setze ich jetzt noch mehr Gebäude hin zum Wohnen? Das sind die großen Fragen des Lebens tatsächlich, diese Runde. Ich habe halt gar keinen Platz dafür. Ja, ihr werdet unglücklich ohne Schnaps neben der Schnapsproduktion leben. Es tut mir echt leid, aber. Ich kann hier kein Wirtshaus bauen. Das ist einfach der Platz. Das ist unlucky. Man kann ein Wirtshaus bauen, was ohne Bier und Schnaps trotzdem seine Wirkung entfaltet. Und das macht irgendwie keinen Sinn. Gute Musik. Das stimmt. Flagschiff erwartet Anweisungen. Kacken wir das hier so hin? Dann jammern die weniger, ne? Oder vielleicht hier hin. Ja, das ist das. Wir packen das da unten hin. So. Ja, ich glaube, ich werde die Holzproduktion ausgliedern müssen. Ach Leute, das macht Spaß mit euch. Was ich sagen, ist ganz lustig. Ich habe mir euch schlimmer vorgestellt. Das ist lieb, Nils. Danke. Sagt man das bei sowas? Ja, klar. Ach Gott, hier gibt es ja auch noch Gebäude, die brennen können. So, was wollt ihr denn noch haben? Schnaps sieht gut aus. Schnaps sieht nicht gut aus. Oh. Wie, der hat gar nichts gedroppt? Das ist enttäuschend. Das ist auch alles etwas ungünstig hier gerade. Ich will halt nicht meine gesamte Holzproduktion ausgliedern. Das wäre halt zu aggressiv, glaube ich. Auch eine andere Insel meinst du? Ja, aber ich weiß halt, also, ich habe halt keinen Platz mehr. Ich sage es euch, wie es ist. Ich habe keinen Platz mehr. Und es fällt mir auch nicht ein, wie ich, also, ich könnte versuchen, die Insel weiter aufzuschütten, indem ich einfach unfassbar viel Erde ins Meer kippe. Aber, das wird so nichts mehr. Ey, du musst einfach Maurice jetzt angreifen. Also, seien wir doch ehrlich. Du, ich will das ja auch theoretisch gesehen. Aber praktisch gesehen brauche ich dafür auch Holz. Welche Schurkenpläne werden denn hier enthüllt? Naja, es ist der friedlichste aller Bürgermeister. Es ist die Notwendigkeit, Maurice. Es ist nicht persönlich. Nie einer Fliege was zu Leide getan. Irgendjemand muss halt anfangen. Das ist pure Schurkerei. Den Seekrebs, den behalten wir. Achso, die steht schon da unten. Die beste Ausrede für einen Krieg, den ich je gehört hatte. Irgendjemand muss ja anfangen. Ja, ja. Nicht schlecht. Alter! Das kann ich noch verkaufen. Ah, da sind leider Schiffe, die ich noch verkaufen muss. Ei, ei! Die habe ich einfach vergessen da unten. So, da kriegen wir jetzt Holz. Ah, das mit dem Schiffverkauf hätte ich auch machen sollen. Das war echt eine schlaue Idee. Ich wusste nicht mal, dass das geht. Das ist echt voll gut. Nein! Ja, das hilft mir auch nicht, an Holz ranzukommen. Ja, aber das ist ja ein geringes Problem, oder? Also, Holz bist du schon irgendwo. Kannst du es nicht kaufen? Hafen? Ja, aber da verliere ich ja das Geld wieder, das ich mir erwirtschaftet habe. Das ist, glaube ich, im Leben häufig so. Dass man, oder? Geld verdienen, es dann wieder verliert. Ich weiß, es ist zumindest in meinem Leben. Das ist der Zyklus der Wirtschaft, ja. Warum ist denn die Moral jetzt schon so am Arsch von dem Schiff? Die sind ja nicht mal losgefahren. Ja, weil sie Angst haben, verkauft zu werden, natürlich. Ja, wenn die so moralisch instabil sind, dann hätte ich auch Angst. Dann sollen die sich mal anstrengen. Ja, das stimmt. Was hebt denn noch die Moral? Schnaps, den haben wir schon. Brot? Ne. Wie wäre es mit Fische? Insbesondere der Moral. Ja, Fische habe ich schon drauf. Macht Brot nicht auch Glauben? Ja, Jesuskörper bestand zu einem gewissen Prozentsatz aus Brot. Eindeutig. So, was ist mir da jetzt ausgegangen? Wegen irgendwas hat er gejammert. Oh, mein Schnaps geht mir aus. Ach, du Schande. Nein, der Schnaps. Wieso ist der Aufstieg nicht mehr? Das ist doch Quatsch. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Alter Schwede. Ey, meine Bürger sind wie der HSV. Aufstieg nicht möglich. So, ihr müsst jetzt leider... Alter... Wie soll's hier nicht einbrechen? Mein Sohn ist hier eingebrochen. Geh mal weg. Der lacht auch schon, als würde er deine Anweisungen nicht wirklich ernst nehmen, Nils. Nee, jetzt komm, kleiner Mann. Geh mal eben. Geh mal hier raus. Los. Pst. Abfluch. Geh mal. Pass auf. Wenn du jetzt... Ich mach dir... Ich hab eine folgende Idee für dich. Du darfst hier dir einen nehmen, aber nur wenn du gehst. Du darfst hier dir einen nehmen. Aber du musst auch dann gehen. Und... Abfluch. Tschüss. Unglaublich. Wieso konnte der denn hier einbrechen? Ich hab abgestoßen. Wie hat er das gemacht? Nein, nein, nein. Den Schlüssel durch... Ja, aber okay. Du bist sehr schlau. Und jetzt gehst du mal raus. Der Typ hat original den Schlüssel... Von außen den Schlüssel... Rausgesteckt. Und den irgendwie dann durch die Tür gezogen oder was? Ich weiß es nicht. Aber der Typ wird auf jeden Fall... Auf jeden Fall wird der kriminell. Schön, wenn man das Potenzial seiner Kinder so früh entdeckt. Man muss es fördern. Das ist... Viel mehr hat er nicht. Man muss es fördern. So. Ach, jetzt explodiert meine Fabrik. Ach, hör doch auf. Ich krieg echt immer Angst, weil diese ganzen Katastrophennachrichten von Nils ja auch bei mir kommen. Und ich so, oh shit, oh shit, eine Explosion. Und dann, ach nee, ist nur Nils. Gut. Nee, ist nur Nils. Das ist ja okay. Shit, das ist halt echt einfach voll teuer. Also, wie kann ich das denn jetzt mit dem Schnaps? Wie kann ich das denn jetzt mit dem Schnaps? Also, das ist ja wirklich problematisch. Ich zwinge die eh schon mehr zu arbeiten. Oh, das ist ja echt ärgerlich. Holz weg, Schnaps hin. Ja, aber... Also, ich verstehe das Argument. Holz weg, Schnaps hin. Das ist ein gutes Argument. Aber schon auch, also... Schwierig. Hopfen, Leute. Hopfen. Super gut. Ich beneide dich dafür, ne? Also, muss ich ehrlich sagen. Wir können ja Handel treiben. Wie teuer Bier ist? Nee, 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 nee. So gern mag ich meine Einwohner auch nicht. Nee, wir können ja auch erstmal den Hopfen verkaufen. Die Flammen wurden gelöscht. Aber... Dann bin ich ja abhängig davon, dass du mir da mehr verkaufst. Ich werde auch keinen Wirtschaftszweig darauf aufbauen, dass Maurice mir Sachen verkaufen muss. Ich bin die lebensmüde. Ich verstehe diesen Mangel an Vertrauen wirklich nicht. Nur, weil wir zweimal Crusader Kings zusammengespielt haben. Was macht dieses Spiel mit Menschen? Hat schon gereicht, ja. Schon, schon. Ich glaube auch nicht, dass es an Crusader Kings lag, to be honest. Oh, oh, jetzt geht's aber wirklich hier knallhart. Dann sieht's fast alles. Das schaut aber weird aus, ne? Äh, meint ihr, dass es irgendwo jemanden da draußen gibt, der wirklich Tobias Ornis heißt? Ich weiß es nicht. Ähm, was? Ey, du musst doch bestimmt, gibt's da einen, der so heißt. Ich meine, wie geil ist das denn, wenn du so heißt? Ist das cool? Ich weiß nicht. Wird man wegen sowas in der Schule gemobbt? To be honest? Keine Ahnung. Aber tatsächlich wird es gar nicht so leicht, auf diese 700 Leute zu kommen, die du für das Cup brauchst. Weil... Ja, es ist eine Katastrophe. Es ist eine absolute Katastrophe. Ich finde das auch großartig, dass das vorgeschlagen wurde, dass wir auf kleinen Inseln spielen. Ich tilte auch gar nicht. Also... Unterm Strich kommt das ja von Denzel, will ich nur nochmal feststellen. Danke, Denzel. Danke, Denzel. Am Ende, dass wieder alles... Danke, Denzel. Danke. Weil er hat damals das erste Anno-Multiplayer-Event gemacht und da war das so. Ja, super gemacht, auf jeden Fall. Ja. So. Ich habe nicht mal segeln. Segel meine ich. Ich habe nicht mal Segel. Die könnten ja welche verkaufen. Ja, ich habe schon eine Segelindustrie jetzt in Auftrag gegeben, aber die sind ja so langsam. Die Lehmindustrie. Ja, wirklich. Die Segel sind das neue Lehm. Es ist wirklich so. Die Lehmarbeiter beschweren sich über die Segelarbeiter, weil die so faul sind. Schon wieder. Ja. Das ist hart. So, wir haben jetzt wieder Schnaps für unsere Männer. Das ist das Allerwichtigste. Neue Befehle. Aber Holz ist halt jetzt echt, also... Puh. Ich will mir deine Insel gar nicht angucken, weil wenn du wirklich keinen Platz mehr hast für ein bisschen Holz, dann muss deine Insel so voll bebaut sein, dass... Das macht mich nur... Das ist tatsächlich, äh... Macht mich nur traurig. Das ist... Also ich kriege so einen Millimeter Holz, kriege ich nur einen. Macht dich das weniger traurig? Ja, jetzt geht's mir wieder sehr gut. Dankeschön. Bitte. Immer gerne. Also, ähm... Darf habe ich Hopfen. Ich sehe gerade, dass das, äh... Das Geld geht zur Neige hier. Das ist etwas suboptimal. Wo soll ich das denn hinmachen? Kann ich... Hier schnell eine Schmiede fotografieren, löst die nochmal. Kann ich tun da rein und drauf zu verschneiden, Matzen? Ne, das ist ein Halt. Ach Gott. Das ist auch wack. Schiff unter Beschuss. Feuer frei. Weg mit diesen Säcken. Das ist alles eine Katastrophe. Oh, geil. Ich kann Handwerker ausbilden. Oh, yes. Zeit, alle Leute, Handwerkskunst. Besser als gar kein Holz. Ja, Leute. Ich habe jetzt Handwerker. Ist das schon Endgame jetzt eigentlich? Oh, ich kann eine Expedition. Ist das diese Expedition, die so wichtig ist? Das dürfte die, äh... Ist das in die neue Welt die schon? Neue Welt sein. So, wie viel kriege ich für eine Fregatte? Das kann ich jetzt aber nicht machen. So, jetzt kriegen wir durch diese Aufgabe zum Glück hier... So, ich mache das jetzt auch mal mit diesen verkauften Schiffen. Das Geld ist eng und knapp. Also klaue ich mir Pias Strategie. Strategie, die wir sind die besten Komplimente an eine Strategie. Das stimmt, das stimmt. Eieiei. Ne, Geld funktioniert bei mir echt gut gerade. Also ich mache 600 plus und habe 33.000. Das ist echt solide gerade. Das geht nicht schlecht. Damit bin ich eigentlich zufrieden. Und das ohne Bier. Ja, so. Ja, der Bier-Ausschank muss jetzt bald mal beginnen. Ich glaube, das wird tatsächlich die Lösung für all meine Probleme sein. Wo habe ich die Schule nochmal hingebaut? Ist sie das? Ja, das ist sie. Klingt das so schön, wie du im gleichen Atemzug, in dem du über Bier redest, die Schule suchst. Ja. Die du verloren hast vor allen Dingen, ja. Ja, irgendwo hier muss die doch sein. Der schlechteste Vater. Wo war da nochmal die Schule, wo mein Kind... Wo war da die nochmal? Wo war denn nochmal, wie viele Kinder? Ja, wie viele Kinder habe ich denn? Ach Gott. Nein, ich bin falsch. Wirklich. Doch, das war sie doch, oder? Zählt das jetzt? Oder warum zählt das nicht? Wie, das ist immer noch nicht genug Schnaps? Was hat die denn für Schnaps-Drosseln? Jetzt. Sucht die Schule, findet immer nur die Kneipe, kommentiert mein Chat sehr korrekt. Ja, ähm. Ich will das nicht weiter kommentieren. Eine Fregatte gibt 10.000. Wie geil ist das denn? 10.000 Irken? Ja, für eine Fregatte. Und 2.500 für die Kleinen. Alter, ich steige jetzt auch ins Schiffgeschäft. Gibt es da eigentlich so eine Preisinflation, wenn ich da jetzt... Nee, das... Also, die müssen... Die Dinger kannst du da voll ganz reinhauen. Wie doof sind die denn? Also, die könnten doch einfach sagen, sorry, ich kaufe das jetzt nicht mehr für 10.000, ich habe jetzt mehrere Angebote auf dem Tisch. Ich gebe ihnen jetzt nur noch 5.000. Machen sie aber nicht, ne? Mhm. Gut für uns. Mach uns bitte diesen Laden. Nicht kaputt. Ja, das stimmt. Erwähne es jetzt ihnen gegenüber nicht. Nein. Dass ihre Geschäftsstrategie Unsinn ist. Selbstreden, sowas würde ich wirklich nie tun. Sag mal, die Leute in meiner Kolonie, müssen die was essen? Oder geht das auch ohne? Meinst du auf deiner Zweitinsel oder in der Neuen Welt? Ja, genau. Auf der Zweitinsel. Also, ich habe denen was zuerst angeboten. Und die haben es auch angenommen. Aber weißt du, würde das doch auch ohne gehen, oder? Sie würden halt Aufstände kriegen. Ah, okay. Ah, gut. Bist du schon in der Neuen Welt? Äh, in der Zweiten Neuen Welt bin ich schon. Ich bin auf dem Mond. Ah, nee, das gibt es sogar schon. Warte, was? Nee, warte mal. Das war ein anderes Spiel, ne? Das war ein anderes Anno, ja. Das stimmt. Die Mondlandung war 1800 rum, ne? Das ist ein paar ein Tick schon da. Ja, ja, 1800, ja. Naja. Weiß ich noch. Ja. Wie wir da alle vom Fernseher saßen. Ja. So, ich will jetzt auch mal ein Schiff bauen hier. Was ist das? Aber nee, ich bin nicht in der Neuen Welt. Keine Ahnung. Und ich glaube, das wird auch noch eine Weile dauern. Ich habe jetzt gerade Hopfen entdeckt. So weit, so gut. So kann ich denn hier oben nicht bauen. Ich bin da etwas überfordert. Ich bin da einfach hiermit in Ruhe. Was ist los, Maurice? Brauchst du Hilfe? Nein, nein. Das wird schon. Da lacht er über dieses freundliche Angebot von mir. Lacht er einfach nur. Inzwischen hat er anscheinend aber auch gecheckt, dass das mit den Schonern nicht das beste Geschäft ist. Er hat mir jetzt nur noch 1500 dafür gegeben. Das lag daran, dass er nur die Hälfte seines Lebens hatte, der Schoner. Ah, stimmt. Ah, dreist, dass sie das berücksichtigen. Ich finde das eigentlich nicht in Ordnung. Okay, das ist jetzt echt alles ganz schön eng. Ich lebe am Limit, sagt mein Chat, was das Geld angeht. Ja, richtig, ich muss jetzt mal irgendwas tun, was mir mehr Geld bringt. Was bringt mir denn mehr Geld hier für Zufriedenheit? Ja gut, Bier ist natürlich in der Tat, was das Volke will. Also lasst uns doch mal. Was ist hier los? Oh, ich baue mein erstes Schiff. Geil. Richtig schön Schoner. Plaggschiff steht zu Diensten. Sind unterwegs. Bier hat immer so komische Produktionszeiten zusammen. Ach ja, und das hier bringt auch Kohle. Kann ich das schon bauen? Ach ja, sehr gut. Das sollte ich auch tun. Gute Idee. Ein Theater einfach mal. Ne, was fehlt mir? Immer noch. Ach, die Fenster fehlen immer noch. Komm, dann. Schuftet doch einfach mal mehr hier. Kann man Rinder überall züchten? Oder brauchen die auch eine Fruchtbarkeit? Keine Ahnung. Tiere kannst du immer auf jeder Insel halten. Nur für Obd und Gemüse brauchst du Fruchtbarkeiten. Beziehungsweise es wird dir angezeigt, ob du eine Fruchtbarkeit brauchst, weil diese in der neuen Welt gibt es ja dann so Muscheln und sowas. Da brauchst du auch eine Fruchtbarkeit, aber Rinder, Schafe, Schweine geht überall. Ah, gut zu wissen. Ich bedanke mich für diese Information. Es ist nicht selbstverständlich, sie mit einem direkten Konkurrenten auf Augenhöhe zu teilen. Naja, fand ich jetzt nicht so auf Augenhöhe, aber ja. Wow. Wow, was sind denn das für unnötige Wege? Ich hab gar nicht den Platz für so viele Getreidefarmen, Leute. Ja, du hast auch die Spieleinstellung gemacht. So, wo ist jetzt hier mein Schona? Wann läuft er denn dir vom Stapel? Das gibt's ja gar nicht. Komm jetzt. Wir müssen jetzt hier wirklich jedes kleine Stück Land muss bepflanzt werden. Das klang halt wie so ein Öko-Hitler. Wir brauchen mehr Lebensraum für die Pflanzen. Ja, ja, absolut. Einige Pappeln müssen hier gepflanzt werden. Dort brauche ich mehr Getreide für unsere Mühlen und für unsere Bäcker. Ab 9 Uhr wird zurückgepflanzt. So klangst du gerade so ein bisschen. Ich hab dich nur nachgemacht. So, hab ich das jetzt hier richtig. Wir haben zwei Dinger. Wir treuen das hier. Das kann aber zwei davon haben. Wir brauchen noch eine Melzerei. Dann muss ich versuchen, dafür noch Farmen anzulegen. Tatsächlich haben wir einmal die volle Stunde zur Übersicht verpasst. Wir machen es dann bei der nächsten wieder. Fällt mir gerade auf. Das ist schon okay. Der Chat weist sehr korrekt darauf hin. Alle Leute, ich hab eine Handelsrude eingerichtet für Bier. Meine Bierinsel produziert Bier für die Hauptinsel. Das ist eigentlich auch, wie fies ist das eigentlich? Stell dir vor, du arbeitest auf der Bierinsel, produzierst Bier und darfst niemals in deinem Leben von dem Bier probieren. Das stimmt. Das ist nur für die Hauptinsel. Für die besseren Leute. Ja, für die schlechten. Wirklich. So gerne würde ich mal ein Bier probieren. Nein, Hans. Das ist nicht für uns gedacht. Nur für die andere Insel. Für die Aristoklasse. Aber ich würde auch so gerne. Nein. Für die Oberklasse. Ich lege ja auch die albernsten Felder an, die je angelegt wurden, glaube ich. Also ich muss ehrlich sagen, ich beruhige mich gerade so ein bisschen zu sehen, dass ich nicht die einzige grausame Person hier bin. Und das tatsächlich jetzt ein besseres Licht auf mich schiebt. Weil ich produziere einfach gar kein Bier. Ernsthaft? Wieso? Ich habe keine Bierfruchtbarkeit. Das ist ja grausam. Ich möchte mich da entschuldigen im Namen aller bierkonsumierenden Menschen. Gibt es aber echt keine Hopfeninsel mehr auf der ganzen Map? Nee, Hopfen und Malz ist komplett verloren. Wieso habe ich denn jetzt das? Nein, ich muss da raus. Das Foto ist gerade nicht das, was ich brauche. Meine Schiffe ist unter Beschuss. Geh jetzt weg mit diesem Pop-Up. Wollte doch gerade... Ey, jetzt wollte ich gerade aufsteigen. Schwupps hat er sich das anders überlegt. So, jetzt hier mein Chat hier. Also bitte, weil wir Sie hier beschweren, dass ich Sie ignoriere. Ich habe doch hier gerade mich vor der Pleite gerettet mit eurer Idee hier Seife zu verkaufen. Ach, das war gar nicht deine Idee, Maurice. Nee, ich habe quasi keine eigenen Ideen. Ich klaue die alle von anderen Leuten. Von Pia, aus meinem Chat. Und Claudia... Ich brauche mich seit Jahren durchs Leben. Und es klappt eigentlich ganz gut. Ja. Aber ich mag dich trotzdem, ehrlich gesagt. Das finde ich lieb, Nils. Ich mag dich auch. Dankeschön. Ja, jetzt kriege ich kein Holz mehr auf die Hauptinsel, weil die mir meinen Shona da zerschossen haben. Meine Güte, ich glaube, wir sollten eine Fregatte benutzen für diese Strecke. So. Ei, ei! Ei, ei! Die kriegen wir doch auch noch einen Hopfen unter, oder? Wenn wir das hier so auf den Rand machen. Fisch, Fisch, Fisch. Es fehlt ein Fisch. Es fehlt den Herren an Fisch. Aber die Fregatte verkaufen wir noch. Ich bin nämlich viel zu geldgeil gerade. Wie viel Geld hast du denn? Ja. Ist doch schön. Ist das eine feindliche Übernahme jetzt, oder was? Dann habe ich jetzt einen von dir. Ja, nee, das will ich nicht. Ja. Das finde ich nicht gut. Den will ich wieder zurück. Das ist sehr, ach, er stimmt, klar, man kann jetzt direkt, äh, warum kostet es immer mehr zurückzukaufen, als es dich, als ich von dir bekommen habe. Ja, weil das einfach da ist, um andere Spieler zu nerven. Das ist, das finde ich dreist. Es ist nichts Persönliches. Ich wollte einfach nur mal gucken. Ah ja, ah ja. Gut, doch, erst mal... Vor allem wollte ich mal gucken, ob es dir auffällt. Ja, ich kriege ja ein Pop-up. Au. Dafür kriegt man mittlerweile ein Pop-up? Ja. Voll ärgerlich. Ähm. Ups. Ja, so war das nicht geplant. Schurkerei hier. Wer weiß, ist die Arbeitskraft bei mir auch gerade kritisch. Ich muss mal anfangen, tatsächlich auch ein wenig die Holzproduktion zurückzufahren. Ich bin jetzt genau auch an dem Problem, das du die ganze Zeit schon hast. Das mit der Holzproduktion ist wirklich nicht Katastrophe. Man hat halt keinen Platz für diese ganzen, äh, weil die ja so viel Platz brauchen, diese unsäglichen Holz. Aus irgendeinem Grund wollen sie halt Holz aus Wäldern nehmen, ne, statt es wie gute Industrielle irgendwie mit einer cleveren, modernen Idee, äh, aus dem Nichts zu generieren. Hä, ich hab doch gar kein Schiff zerstört. Oh, doch, das ist einfach in meinen Hafen reingefahren. Das Schiff. Von ihr. Ja, gut. Das ist auch cool. Also, die Piratin ist jetzt angepisst auf mich, weil ich ein Schiff von ihr versenkt habe, weil das Schiff in meinen Hafen gefahren ist. Das ist eine schwierige Situation, um ehrlich zu sein. Also, ich weiß nicht wirklich, was ich davon halten soll. Ja, das sind halt Piraten, ne, die, die haben halt auch keine Ehre oder sowas, die, die, das war nur eine Entschuldigung, weißt du, die hat dieses Schiff extra da reingeschickt, um hinterher zu sagen, ja, der Grund, warum ich dich angreife, ist natürlich, weil du mein Schiff da versenkt hast. Wenn sie mich halt zumindest richtig angreifen würde, ich brauch immer noch Rum. Ja, ich muss ehrlich sagen, also, ich hänge jetzt irgendwie so ein bisschen fest, nur in meiner Entwicklung, so. Was kann man da machen? Ja, eigentlich warte ich nur darauf, dass meine Expedition mich halt weiterlässt. Ich könnte jetzt noch ein Zoo bauen, also, ich finde das sehr euphorisch von dem Spiel, dass es mir auf der Insel vorschlägt, ein Zoo zu bauen. Ich weiß nicht wirklich, wo. Ja, da muss man halt einfach ein bisschen was abreißen, oder? Das Essen. Das Essen. Wir können dann ja Elefanten essen, oder so. Wir brauchen schon Schnaps, wir brauchen schon Fisch. Ach, schön. Ach, jetzt muss ich hier auch noch einen Weg hin. So, kommt, Leute, eins nach dem anderen jetzt hier mal. Ach, shit. Was ist da? Faut mal auf. Gehen Charterrouten? Nicht für... Ach, nur zu meinen Inseln, ne? Ach, da muss ich noch selber einen Schoner bauen. Oh Gott. Ich mach erstmal hier eine. Komm. Okay. Okay. Gut, Leute, jetzt können wir hier auch wieder ein bisschen aufrüsten. Und die Arbeitskraft, das Arbeitskraftproblem lösen. Jawohl. Boah, langsam wird sie ja auch bei mir ein bisschen eng hier. So. So, und jetzt brauchen wir hier noch mehr Hopfen. Okay. Dann müsste das doch eigentlich hier ganz okay jetzt werden. Wie im Gefängnis hier. So, wie sieht es denn mit den Bedürfnissen hier aus? Gut, eigentlich, die wollen nur... Nur Bier wollen sie alle noch, ne? Diese Schluckspechte. Ah, jetzt kann ich eigentlich das hier bauen. Das dürfte uns auch ein bisschen ins Fluss bringen. Vielleicht. Nee, Alex, das bringt gar nicht so viel. Na gut, wenn ich nicht so viele von denen habe. Bier muss auf jeden Fall hier. Bier muss das Geld uns bringen, meine lieben Freunde. Du kannst von mir... Oh, nee, ich hab... Nee, sorry. Die meinen Leute brauchen selber Bier. Ich wollte dir Bier anbieten, aber dann habe ich mir alles anders überlegt. Das ist ja nett. Oh, das... Okay, der ist aber sehr teuer. Also teuer, diese guten Items immer. Ich hab jetzt ein ganz gutes Gleichgewicht. Also die Leute wollen grad nix. Und ich weiß genau, wenn ich jetzt irgendwas baue, dann geht das wieder komplett aus mit Gleichgewicht und die Kinder gehen nicht mehr zur Schule und die Leute nicht mehr zur Arbeit. Deswegen lass ich das jetzt kurz so. Lass das einfach so. Ich lass das so. Und ich geh mal hier in mein... in mein Vorratslager. Hier. Guck mal, ob ich da irgendwas Nahrhaftes finde. Das ist eine gute Idee. Ja. Also ich bin jetzt... ob man mit der Nahrungsaufnahme beschäftigt. Oh, tatsächlich, äh... Sollte ich hier wirklich mal alles durch Steinstraßen ersetzen? Das ist ein guter, guter Gedanke. Gut, aber es kostet auch alles ein bisschen Geld, ne? Und Geld ist gerade Mangelware. Und Bier, ne? Ja, auch. Ja, Bier dürfte jetzt eigentlich bald dann funktionieren. Um ehrlich zu sein. Oh Gott, die wollen ja ständig irgendwelche neuen Sachen. Wo soll man das denn alles bauen? Die sind ja unersättlich. So, jetzt werden wir hier mal ein bisschen versuchen. Dadurch regelmäßiges Geld reinkriegen. Jetzt muss ich hier auch noch irgendwie Fenster bauen. Das gibt's doch gar nicht. Fenster bauen. Ich habe gerade Goldbarren bekommen und sie über Bord geworfen. Weil da kein Platz mehr war. So, Moritz. Du hast original gerade Goldbarren über Bord geworfen. Ja. Jetzt kriege ich doch hoffentlich dadurch ein bisschen Geld. Und das Bier kommt bald und das Bier kommt bald. Und dann dürfte doch hier hoffentlich... ... das Leben mal etwas besser werden. Oh, geil. So, was geht hier? Wir können ein bisschen aufrüsten noch mal. Es wird nicht gerade leichter, Winnie. So. Ich kann hier auch nicht bauen. Das kann ich hier bauen. Oh Gott, bei mir gibt's einen Aufstand. Endlich. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabrieren. Nein! Und? Warum denn? Oh, Polizei! Ich habe schon wieder eine Explosion bei mir hier. Nicht damit. Nein. Ich dachte jetzt gerade, weißt du, ich kriege immer Panik wegen deinen Meldungen, Nils. Dachte ich, oh Gott, jetzt streiken sie schon und dann fliegt auch noch eine Fabrik in die Luft. Ey, wie oft fliegen hier die Fabriken in die Luft, ey? Aber immerhin... Das gibt's doch nicht. Aber die Bierproduktion, meine lieben Freunde, sie läuft an! Und der Seifenverkauf auch. So, also hier. Das, das ist... Eine... Speicherstadt haben wir drin, oder? Äh, ne. Wir haben die... Wir haben die ganzen neueren Late-Game-DLCs nicht drin. Ich habe auch tatsächlich ein bisschen unterschätzt, wie weit wir kommen würden. Also man kann ja durchaus, man könnte ja sogar schon loslegen mit ein bisschen was davon. Aber... Auf jeden Fall, also mir wird's sogar helfen. Alles, alles Lektionen, die gelernt werden hier. So, ey, guck mal, Leute, wie wir da wieder im Plus sind. Ich freue mich für dich. Das klang nicht ehrlich. Mein Champ die ganze Zeit schon so richtig passiv-aggressiv weiß, Maurice, dass er im Minus ist. Ja, ich muss aber das Bier irgendwoher bekommen. Die Leute zahlen nur Steuern, wenn sie besoffen sind. Das wäre vielleicht für dich. Also, mein einziges Problem ist einfach Holz. All the way, ich muss Holz importieren von meiner zweiten Insel. Das ist unfassbar ärgerlich. Imagine, du baust mehr Kanonen pro Minute, als du Holz abbaust. Ja, das ist gut. Also, ich glaube, die Priorität ist richtig, aber ärgerlich. Ich tausche im Kurs 1 zu 1 Holz gegen Kanonen. Nee. Also, prinzipiell handle ich sehr gerne, aber da musst du an dem Kurs noch ein bisschen nachplanen. Ja, na gut. Dann kann ich... Was willst du denn? Ich kann dir 50 Holz liefern. Was willst du denn haben? Was will ich denn haben? Ich hab schon, ich hab schon. Vielleicht eher für die Zukunft dann. Also, im jetzigen Zeitpunkt geht es mir noch gut. Okay. Gut. So, wir müssen jetzt hier an dieser Handelsroute ein bisschen basteln. Du gehst da raus, du gehst da rein. Und da müsste ich jetzt auch meine Paprika herkriegen. So. Und weil es auch noch nicht knapp ist, müssen wir jetzt noch irgendwie Konserven auf dieser Insel anbauen. Und das, ey, und das ist die Kacke, ne? Du denkst, oh geil, Paprika. Und dann brauchst du ja nicht nur diesen ganzen Konserven-Industriezweig, dann musst du ja auch noch Fenster irgendwie bauen. Ah, ich brauch ja auch Fenster für Paprika. Ja, das ist leider wahr. Die machen auch so viel Geld, das ist so gut. Die kann man auch verkaufen. Aber man braucht sie halt auch wirklich sehr viel. Ja, aber man kann auch sehr viel bauen und sehr viel verkaufen. Ja, man kann schon sehr viel bauen, wenn man denn unbegrenzt Platz besäße. Das ist echt krass. Aber Fenster, also du hast sicher doch ne Küste frei, oder? Das stimmt, das stimmt. Aber Leute, wenn ihr Fenster braucht, dann guckt mal in euren Chat, da sind eure Fenster. Ich weiß nicht, ob ich das kommentieren soll, Nils. Oder ob ich es einfach lasse. Das Problem ist einfach, ich liebe Dead-Jokes. Ich finde sowas so großartig und ich bin einfach glücklich gerade. Ich werde immer so geflamed dafür, dass ich so einen, wie sagt man, alten Humor habe, was das ist. Alte Männerhumor habe, was das angeht. No offense an dieser Stelle. Das ist jetzt schon auch low-key, gerade ein bisschen wird Nils hier frei. Sowas sind Dead-Jokes. Das ist doch die Übersetzung. Ja, aber du hast ihn gerade einen alten Mann genannt. Nein, ich habe gesagt, ein alter Mann Humor. Ich bin 23 und stehe auf den Humor. Das heißt ja nicht, dass man alt sein muss, um auf den Humor zu stehen. Das stimmt, das stimmt. Ja eben. Und ich werde immer geflamed dafür und ich finde das gerade voll schön, dass ich gerade einfach nicht die Einzige bin, die eine Leidenschaft dafür hat. Ja. Das stimmt. Ja, mit 28 bin ich eigentlich schon echt auch in einem Alter, wo ich mir langsam mal was Neues überlegen sollte. Ich finde nicht. Ich finde den Humor super. So, da kommen jetzt unsere Fenster. Cool. Ich brauche keinen Strom für Fenster, oder? Ne. Ne, ich glaube nicht, dass du es brauchst. Äh. Hm. Auch meine Leute, ständig warte ich hier auf irgendwas. Meine Leute sind so langsam. Mach doch mal hin. Mein Handelsschiff wird angegriffen. Ist das einer von euch? Ne, ne? Ne. Dürften die Piraten sein. Ach so, das ist Piraten. Ja, okay. Ich dachte, die hast du schnell getötet. Shuyoka. Ich habe es versucht, aber meine Fregatte ist... Nein, meine Fregatte, mein Hauptflaggschiff ist gerade nicht da. Deswegen konnte ich gerade nicht so viel jagen. Und jetzt haben wir ein bisschen mehr Piratenplage momentan. Es tut mir sehr leid. Meine ganze Bierversorgung ist gefährdet. Nein! Nicht das Bier. Nicht das Bier, Dennis! Ich verliere mein Handelsschiff gerade. Oh, jetzt dreht er um. Das ist knapp. Okay, alles gut. Und warum gehen denn hier die Arbeiter weg? Ist da irgendein Bedürfnis nicht erfüllt? Oh, die Wurst fehlt, Leute. Ich habe eine geile Idee. Die Wurst. Es fehlt uns an Wurst. Es fehlt uns an Wurst. Das ist auch ein Problem, das man haben kann, natürlich. Komm, aber wir machen einfach... Produzieren einfach noch mehr Wurst. Komm, man kann doch nie genug Wurst geben. Ich sag mal, das Gefängnis kauft einem Seife ab, ne? Ja. Ja. Alter Schwede, checkt ihr das? Wie wusst ich das eigentlich ist? Das ist doch das Klischee vom Gefängnis, wenn man die Seife fallen lässt. Ja. Und das Gefängnis kauft Seife. Das fällt mir jetzt erst auf. Das ist total lustig. Das ist genau mein Humor, den ich mit meinen 26 Jahren... Es wird immer Jünger gerade. Was? Nicht, dass die sich einfach waschen wollen. Natürlich ist das so gemeint. Es ist doch kein Zufall, dass ausgerechnet das Gefängnis die Seifen kauft. Ja, bei einer Chance von 1 zu 5 Inseln... Ist das wirklich immer so? Was, wieso bin ich denn direkt beim Kraten gelandet? Boah, Pain. So, ist jemand von euch auch schon in der neuen Welt? Jawohl. Was? Shit, ernsthaft? Oh nein. Was macht ihr denn? Ich muss mich beeilen. Ich will auch in die neue Welt. Nein, 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 nein. Ich will doch gar nicht. Da ist ein Pirat. Ich bin doch hier rausgekommen. Ich kann doch nichts machen. Ich wollte doch gar nicht grüßen. Ah, da ist das ätzend. Also der Spawnpunkt in der neuen Welt ist schon echt grenzwertig. Bei mir war er okay. Ich bin recht, ich bin recht weit... Ich bin hinter... Also ich bin rechts von den Piraten, die komplett rechts sind gespawnt. Oh, das äh... Und ich komme nicht raus, ohne zu sinken. Also das ist echt ein lamer Spawnpunkt gerade. Komm, 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 komm. Dreh, komm, 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 komm. Beweg deinen Arsch, Frisasha! Los! Das wird nix. Das Lager ist voll! Ach du meine Güte. So, dann verkaufe ich mal in dem Gefängnis meine Seife. So, Leute, wie sieht's mit der Wurst aus? Wir brauchen, glaube ich, noch mehr Wurst. Kann das sein? Wir machen noch mehr Wurst. Boah, da hatte ich grad Glück, ey. Holy shit, das hat Glück. Sie brauchen mehr Wurst. So, warum mach ich jetzt... Alter, ich bin ja der reichstmöglichste Mensch. Wieso mach ich jetzt Minus? Macht die Stadt Minus? Ne, die macht keinen Minus. Macht die Stadt Minus? Oh. Ups. Ja, Paprikaproduktion ist irgendwie teurer als gedacht. Das ist das Problem, ja. Deswegen bin ich vorher auch ins Minus gerutscht. Ich glaub, bei mir war es die Glasproduktion und Fensterproduktion, die... Ist auch teuer? Die neuen Wirtschaftszweige... Wer halt... Man muss halt klotzen, nicht kleckern in der neuen Industrie. Bitte was? Klotzen, nicht kleckern? Kennst du das nicht? Nee. Ist das nur bayerisch? Genau, dass man halt... Äh... Ordentlich was... Was reinballern muss, statt nur irgendwie mit... Mit kleinen Scheiß sich... Sich begnügen. Das kannte ich tatsächlich nicht. Das kenn ich... Aber auch ganz gut. Das ist nicht nur bayerisch, glaub ich. Ich seh schon, diese Piraten in der neuen Welt... Du hast nicht unrecht, was... Da schicken wir doch gleich mal, glaub ich, ein bisschen... So... Die große Frage ist mir auch gerade... Ähm... Was brauche ich denn als erstes in der neuen Welt? Bananen waren es, oder? Zuckerrohr? Boah, ich weiß gar nicht mehr. Was ist denn hier los? Warum ist die Arbeitskraft so im Arsch? Oh Gott, jetzt geht mir das Brot auch zur Neige. Oh nein! So, was hast du dir gegönnt? Alter, was hast du dir denn für ne krasse Insel gegönnt? Ja. Aber du hast keine Bananen drauf. Nicht? Nee. Ja, vielleicht, äh... Du hast keine Bananen, Maurice? Kein Bier? Nix? Was mit B anfängt? Ich bin ja schon länger in der neuen Welt. Vielleicht ist es ja nicht die einzige Insel, die ich mir gegönnt habe. Oh mein Gott. Leute, wir brauchen mehr Kriegsmaschinerie. Das wird so nichts. Dafür bricht gerade meine komplette Altweltwirtschaft zusammen. Von daher, äh... Ich kann das hier alles gar nicht unterhalten. Weil ich habe jetzt zwar Bier, aber kein Brot mehr. Ich weiß nicht, ob ich da alles richtig mache. Habe ich noch Platz, diese Fabrik wohin zu setzen? Das geht sich aus, oder? Das geht sich aus, dass es wieder... Was heißt denn das? Das geht sich aus? Ähm... Das passt noch. Quasi. Passt noch. Okay. Ach, das kann ja nicht aufgenommen werden, würde ich schon. Ach komm. Ist das dumm. Soll ich mir das hier erstmal irgendwie... Wie, wie kriegen wir jetzt hier noch mehr Brot rein, Leute? Äh... Oh... Delfine. Ne, das sind irgendwie... Sind das Brotwale? Die Leute verhungern, aber Bier haben sie. Das sind die Präferenzen, wie wir sie von Maurice erwarten, sagt mein Chat. Äh... Absolut, absolut. Ähm... Habe ich denn hier einen... Ich glaube nicht, dass ich einen engen Pass habe, to be honest. Ah... Was? Ich glaube, mein Problem ist eher... Ähm... Ne, ne, ich habe keinen engen Pass. Doch! Wurst. Wir haben nicht genug Wurst. Ja, das ist halt ärgerlich für die Leute. Ne, aber die jammern auch noch nicht deswegen. Ich habe keinen engen Pass. Das ist alles gut. Ich habe einfach nur so viel ausgebaut, dass die jetzt heulen. Aber wir können statt Paprika, könnten wir auch Nähmaschinen anbauen. Äh... Bauen, nicht anbauen. Gut, dann muss jetzt hier, glaube ich, bisschen die Kohleproduktion mal leiden. Ach, ich bin ja so doof. Ne. Ich bin auch nicht doof. Ich möchte zurücknehmen. Okay, Leute, falls... Ändere meine Meinung. Sieht beschäftigt aus. Da kommt jemand. Wie viel Pech kann ein Mensch eigentlich haben? 7,4 Gramm. Was? Ja, du hast doch gefragt. Ich habe sie nach Hamburg gehen. Ich bin einfach neben den Piraten gespawnt. Deswegen ist mein Flagship fast am Arsch. Da muss ich erst heilen. Und jetzt habe ich mit der Fragatte, die ich dort bekommen habe, zwei Piratenschiffe gefunden. Oder besser, sie haben mich gefunden. Ich kaufe doch mit den Piraten keinen Stillstand. Das wäre ja... Würde ich aufgeben. Boah, das ist ja mega, was ich hier gerade habe. Wie weißt du, wenn du so Schulhof-Bully ist, dein Pausengeld gibst, dann... Das heißt ja nur, dass sie dann das nächste Mal mehr wollen. Ja. Sehe ich auch so. Das ist keine Option. So. Jetzt haben sie davon wieder nicht genug. Ach, das ist doch einfach... Die sind einfach alle unersättlich. Du denkst, du hast eine Sache... Ist okay jetzt? Nee. Stimmt, fucking Fenster. So, das müsste doch jetzt hoffentlich... Ach, ich hätte es einfach so lassen... Das Brot hier... Wohin scheitert das denn an den Kanonen? Es war halt nicht mehr Kanonen. Wie läuft's denn mit... Wo haben wir noch Engpässe, meine lieben Leute? Fisch geht noch. Schnaps auch. Kleidung auch. Ne, Kleidung nicht. Aber fast. Würste gehen. Weizen dann jetzt auch wieder. Kohle ist jetzt eben ein Problem. Ey, wisst ihr, diese ganzen Probleme, die dieses Spiel sich bringt? Dieser Problemsovolator. Wollen wir das nicht nächstes Mal so machen? Dass wir das aufteilen. Maurice produziert nur Wurst. Schuyoka macht nur Paprika oder was weiß ich. Nils macht nur Holz. Und dann teilen wir das einfach nett ab. Da haben wir viel weniger Probleme. Wir schicken, jeder schickt so ein Schiff rum. Eigentlich, also das ist durchaus eine Option. Aber zum Beispiel, als ich mit Hopfen handeln wollte, aus irgendeinem Grund, hat Pia gesagt, ne, mit dem doch nicht. Dem vertraue ich nicht. Dann würde ich auch immer noch sagen. Ja, und dann... Denzel hat hier eine echt gute Idee gebracht, die dir halt leider jetzt so ein bisschen... Ja, aber du kannst der Pia ja auch nicht zum Vorwurf machen, dass sie sich mit dir auseinandergesetzt hat, ne? Also ich finde halt, was halt eine bessere Kombination... Oh, Produktivität plus 20%. Ich glaube, was eine coolere Kombination tatsächlich wäre, wäre einfach vielleicht in zwei Teams zu spielen. Ist auch eine Option. Ja, aber... Der Grund, warum ich das tatsächlich... Ja, aber... Der Grund, warum ich das tatsächlich... Ja... Wie soll das denn gehen? Ja... We will find out. Hahaha... Was ist los jetzt? Warum werde ich hier Zielscheibe? Tatsächlich war der Grund, warum ich das bewusst nicht gemacht habe, ist, dass halt in festen Zweierteams jede Art von... Tatsächlich eben Ränkespiel und Schurkerei ja ein bisschen über Bord fliegt, weil du ja nichts sagen kannst hier zum Beispiel... Lass doch mal den da und sowas angreifen. Guckt euch mal an, was der treibt, weil der schon feststeht, wer mit wem ist. Ich meine, zu zweit auf der Insel. Nicht, dass man quasi als Verbündeter spielt, sondern dass man in einem Team spielt, in Zweierteams, und dann quasi zu zweit eine Insel verweitet. Aber dann sind wir ja trotzdem noch nur vier Spieler, die dann zwei Teams sind, oder? Naja, wir sollten aber auch mit acht Spieler machen. Ach so, da gehen dann mehr? Und mit bis zu 16 Leuten spielen. Ah! Damit könnte man dann quasi vier Zweierteams haben und damit hättest du wahrscheinlich sogar mehr, mehr Krieg und mehr Ränkespiel, weil dann hast du einen und einen gebaut. Und dann musst du halt mit den Ressourcen absprechen untereinander. Aber es ist halt nicht so wie jetzt, so ein Kampf mit, kann ich mein Schiff gerade irgendwo hinschicken oder wird das versenkt, während ich versuche den Brand zu löschen? Absolut! Ne, das stimmt. Das ist keine schlechte Idee. Den Koop-Modus habe ich noch nie gespielt tatsächlich. Also diese... Der macht richtig viel Laune. Der macht wirklich, wirklich Spaß. Dann musst du die Performance halt mitmachen von dem Spiel. Dann müssten wir mal gucken, ob wir noch genug Leute finden, die da auch am Start sind für. Aber das finde ich keinen blöden Gedanken. Das merke ich mir direkt mal. So. Ich hatte einen Streik, Betonung auf hatte. Und was ist dann geschehen? Ich habe ihn beendet. Gewaltvoll, oder? Ne, ich habe sie nett darum gebeten, nach Hause zu gehen und sind gegangen. Finde ich eine gute Geschichte. Ja. Danke, ich auch. So Leute, jetzt macht doch hier mal... Ah, das ist Pain. Scheibenkleister. Die Moral ist hier schon voll im Arsch. So. So. Hey. Habe ich das jetzt zweimal gebaut? Ach, ich bin ein Idiot. So Leute, wie sieht es denn jetzt hier aus? Wir müssten doch jetzt eigentlich wieder... Langsam... Bup, bup, bup. Bup. Das Brot kommt zurück. Wie jetzt fehlen mir Arbeitskräfte? So ein Blödsinn. Streiken die irgendwo? Ja. Es kann sein, dass dir irgendein Bedürfnis ausgegangen ist. So war es jetzt in mir gerade. Das ist es ja nicht. Deswegen war ich ja so verwirrt. Ah, okay. Aber... Irgendwie braucht die Schweineproduktion mehr Mitarbeiter, als ich gedacht habe. Ich dachte, du brauchst irgendwie nur so einen Dude, der schmeißt da ein bisschen Essen rein. Und irgendwie... wohl doch nicht. So, jetzt wo ich angekommen bin an der Stelle, ist hier nichts mehr zum Aufheben mit dem Schiff. Das ist blöd. Ah, gut. Jetzt habe ich hier auch meine... meine Schiffe, um... äh... um diesen Piraten hier heimzuleuchten. Es ist ärgerlich, wie viel länger ich jetzt hier brauche, um mir hier was aufzubauen, weil ich mein Schiff da verloren hatte. Das ist in der Tat, äh... eine Tragödie. Bin ich sicher, ob du das ernst meinst, oder ob das eine geheuchelte Empathie ist von dir gerade. Ich habe noch nie Empathie geheuchelt. Ich meine auch immer alles ernst, was ich sage. Ja, ich merke schon, dass meine Arbeitskraft mangelt. So, Leute, jetzt gibt's hier mal Bananen. Yay. Ey, die sollen gefälligst dankbar sein hier. Admiral auf der Brücke. Unzufriedenes Volk immer. So. Jetzt geht's das hier los. Ich bleibe ihr, Käpt'n, bis das Blut in meinen Adern kommt. Ja, ich will das eigentlich, wie diese Quest eigentlich machen, aber ich habe gerade nichts, um diese Quest zu machen. So. Obst, jetzt habe ich das aus Versehen, abgoldern, stattdach zu drücken. Naja. So, jetzt müsste doch allmählich hier auch das Arbeiterproblem allmählich. Warum habe ich so wenig Bauern? Wollen die auch wieder irgendwas? Da habe ich einfach... Wenn man so eine, ähm, Expedition ausrüstet, ne? Und dann sagen die ja, da kann man ja zum Beispiel jetzt sowas wie Jagdglück und so, äh, beeinflussen, indem man so bestimmte Waren mit an Bord nimmt. Wird das durch die Menge der Waren... Ja. Okay. Dankeschön, Brine. Dankeschön. Ich könnte da jetzt ein bisschen Schnaps runterbringen. So, los geht's. Geil. Neue Befehle. Neue Befehle. Gut, dann werde ich jetzt zumindest vom Geld her wieder okay. Wo habe ich jetzt hier noch Platz für Bauernhäuser? Herrje. Gut, ich riskiere es einfach noch weiter meine Holzproduktion niederzureißen. Du hast noch eine? Vier. Ja, nicht mehr lange. Äh, ist, äh... Ja, mich, mich tötet gerade diese Paprikaproduktion. Finanziell gesehen lässt mich das gerade komplett ausbluten. Und ich kann halt nichts machen mit der Paprika, weil ich einfach keinen Platz habe. Ich habe halt auch keine Arbeitskräfte dafür. Ich glaube, das ist das größte Problem. Ich kann, also ich habe meine Holzproduktion bereits zum Tode verurteilt. Aber ich habe auch Platz mehr, um irgendwo Menschenhäuser hin zu packen. Also, auch wenn ich die stapel, das... Das... Gibt es hier denn noch irgendwie? Gibt es wirklich gar keine Inseln mehr? Ja, dann muss ich ja wieder, wieder Essen und alles hinkriegen. Dann muss ich wieder Arbeitskräfte, dann finde ich ja wieder Arbeitskräfte, um da Essen hinzukriegen. Das stimmt, das stimmt. Das ist halt alles Pain. Tiefsitzend. Pain. Ja. So, jetzt, diesmal verpasse ich es nicht. Wir haben wieder eine volle Stunde, meine lieben Freunde. Äh, erzählt uns doch mal kurz, ich fange mal kurz an. Bei mir ist, die neue Welt ist erschlossen, das ist sehr gut. Und die Polizei ist im Einsatz, um diese schäbigen neue Weltpiraten... Ach, mit denen bin ich auch gar nicht verfeindet am Anfang. Ach, wie praktisch. Äh, dann sind sie nicht im Einsatz, um die schäbigen neuen Weltpiraten niederzubringen. Und wir bauen einfach in Ruhe Bananen an. Was geht bei euch so? Ja, wer soll anfangen? Nils, leg los. Ich sehe hier, dass du Lagerhäuser errichtest, also hast du offensichtlich viel Waren, die du... Nee, ich hab einfach nicht zu wenig Schnapps, um ehrlich zu sein. Und ich wollte, nee, ich hab noch ein Lagerhaus gebaut damit, dass sich nicht an diesem Lagerhaus so fürchterlich staut. Also, ähm, mir geht's gut, ich bin ein bisschen langsamer als ihr alle, aber dafür geht's meinen Leuten gut. Ich bin im Plus, ich mach, äh, hier richtig gut Geld. Ähm, ich hab, mir fehlt's eigentlich an nix, nur an Geschwindigkeit. Ich bin noch nicht in der neuen Welt, aber ich hab eine Expedition losgeschickt, Leute. Aber das ist erst vor kurzem geschehen, also es dauert noch eine Weile. Und, ähm, ansonsten bin ich wie bei Pia gerade dabei, diese vermaledeite Konserven... äh, hier, Industrie aufzubauen, wo man einfach 20 verschiedene Gebäude braucht. So sieht das aus bei mir. Ja, ich hab, ich hab noch, ich hab mich noch nicht ran getraut an die Konservenproduktion, weil, weil ich nur von euch höre, was für ein Elend es ist. Äh, und, äh, und Nils, ich seh auch bei dir Brenz wieder. Nee, was, wo? In Nordharping. Wat? Ja, das halbe Dorf steht in Flammen. Wat? Shit! Shit! Was ist da los? Ey, ey, Leute, 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 ich muss schon mal ne Feuerwehr bauen. Ich hab grad noch gedacht, grad hab ich noch gedacht, ey, ich sollte mal wieder ne Feuerwehr bauen. Und hab ich's aber nicht gemacht. Danke für diesen Hinweis, wo ist meine Feuerwehr? Ja, aber sehr gerne doch. Ich hab ja doch noch irgendwo eine rumstehen. Warte mal. Hab ich nur eine? Hab ich nur eine Feuerwehr? Nee, da hab ich die gebaut. Okay, ich gebe zu, das war sehr dumm von mir. Bei mir brennt es jetzt just auch, wo ich's gesagt hab. Das, ähm... Oh nein! Karma und sowas, ne? Dann, äh, lasst uns darüber gar nicht reden. Pia, bei dir sehe ich, äh, florierende Industrieketten und eine durchaus... ...durchaus stark gebaute Insel hier. Äh, aber ich erkenne, was du meinst mit dem Platzproblem. Hm. Ja, ich hab jetzt gleich meine Paprikasache wahrscheinlich doch fertig. Ich hab mittlerweile 40.000 Verlust gemacht. Ähm, weil ich einfach im Minus bin, also so richtig krass im Minus bin. Und ich das nicht im Griff bekomme gerade. Weil ich einfach sehr viel investiert hab, um in die neue Welt zu kommen. Und das war bei mir sehr unlucky leider. Das ist mein drittes Schiff, das jetzt dort ist. In der Hoffnung, dass ich an dem Piraten vorbeikomme, mit dem ich eigentlich Frieden haben sollte. Der das vergessen hat, dass er mit mir Frieden hat. Ähm... Ja, ich versuch grad dort Fuß zu fassen. Gleich krieg ich die Paprika. Und dann fang ich hoffentlich mein finanzielles Loch, in das ich hier weiter sinke, besser ab. Und äh... Kann mich auf die nächste Expedition konzentrieren. Mal gucken, ob das klappt. Sehr gut. Oh Gott. Dann, äh, Denzel, was passiert bei dir? Oh Gott! Ehrlich gesagt nicht. Also, ich baue so vor mich hin, bisschen hier, bisschen da. Bin auch mit der Kerbenfabrik beschäftigt. Aber... Ansonsten gibt's tatsächlich nichts Besonderes zu berichten, Maurice. Es ist kein Feuer ausgebrochen, kein Krieg erkannt worden. Es ist irgendwie... Es siedelt sich, es ist ein sehr friedliches Spiel. Das ist sehr gut. Ja, findest du? Ja, ich mein, es ist doch für dich schön. Ah, okay. Alles kaputt. Ich, äh, ja, ich für meinen Teil kapier' nicht ganz, warum meine Arbeitskraft mangelt. Aber das kann ich ja gleich mal mit meinem Chat hier bereden. Äh, denn wir verabschieden uns wieder für eine kurze strategische Pause. Und sind dann gleich wieder da. Achso, dann muss ich ja hier wieder weg. So, ich glaub, man hört mich nicht mehr. Äh, bei den anderen da. Äh, ja, Leute, wir sind wieder unter uns. Ah, wir sind wieder allein miteinander. Glaub ich. Äh, wie geht's? Wie steht's bei euch? Ein Schiff wurde zerstört. Wie, was, 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 was? Nein, 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 nein. Oh, warum jetzt... Oh. Nee. Wer macht denn sowas? In dem Moment, wo ich mit euch reden wollte, wird mein Schiff zerstört. Das ist doch wirklich zum Mäuse melken. Warum kommen die Piraten hier hinten auf einmal zu mir? Ich glaub, bei denen hackt's wohl. Ja, das hab ich mir mal anders vorgestellt. Was? Oh, da hab ich hier auch keine... Guck mal, Leute. Ich hab hier so viele Sachen zu tun. Hier hab ich vergessen, eine Lagerhausanbindung zu machen. Oh, so, okay. Ähm, so, ich bin jetzt wieder bei euch. Es tut mir leid, ihr habt das ja gesehen. Ihr habt das ja gesehen, was hier passiert ist. Jetzt muss ich erstmal hier meine Dinger da wieder einsammeln. Ähm, und dann muss die Admiral Kaunitz, muss, glaub ich, auch so langsam mal hier in den... Original für drei Paprika und sieben Bier. Dafür mach ich einen Bergungseinsatz. Ja, das ist natürlich jetzt echt doof. Okay, Leute. Also, was geht bei euch? So, aber jetzt bin ich... Bin ich da. Was geht... Was geht bei euch? Bezahl die Piraten? Ach, man kann Piraten bezahlen. Reparier die Stadt. So, der geht's doch gut. Der Stadt geht's doch gut. Oder was? Der geht's doch wunderbar. So, was schreibt ihr noch? Oh, der Schoner. Ja, mach mal gleich. Jetzt hab ich hier grad eine Fregatte in Auftrag gegeben. Danach kommt der Schoner. So läuft das. Wie sieht das hier aus? Passiert da schon irgendwas? Ne. Ähm... Auf zum Cup. Dankeschön, lieber Dinkelberg. Ey, freundlich. Ja, also die anderen sind echt gut, muss man sagen. Aber ich bin zufrieden. Ich finde, ich mach hier keinen Kackjob. Muss ich sagen. Die anderen sind besser. Aber... Ich bin zufrieden. Ich bin nicht im Minus. Ich hab Kohle. Ich hab mir ja richtig geil noch so ne... Ich hab mir überlegt, dass ich hier einfach Seifenverkäufer werde. Deswegen, ähm, werde ich gleich nochmal die nächste Ladung Seife. Weißt du, eigentlich ganz... Also ich bin echt nie unzufrieden. Muss ich wirklich sagen. Ich muss mal gucken, dass ich hier nicht vergesse, um noch ein paar Feuerwehren zu bauen. Das mach ich jetzt nochmal. Hier bauen wir nochmal eine. Ein paar Bauernhäuser muss ich auch noch bauen. Das Problem ist, je mehr Leute man hat, desto mehr wollen die von einem. Das ist tatsächlich ein Problem. So. Seife für Schmutz, was? Was schreibt ihr da? Ähm... Kein Stress. Läuft alles top. Dankeschön. Ich muss doch 5 Stunden durchzocken. Das macht doch Bock. Macht doch Lust, macht doch Laune. Ist euch das zu lang? Schafft ihr das nicht? Haltet ihr das nicht durch? Oder was? Oder wie oder was? Ich halte es durch. Ich hab Bock. Macht das Spaß. Aber das ist einfach auch meine jugendliche Energie. Das ist das tolle, wenn man so wie ich mit 24 einfach noch in der Blüte seines Lebens steht. So können wir noch ein bisschen... Das meint ihr, oder? Ist gut, ne? Doch, kann man machen. Gefällt mir. Ja, du auch. Deine Feuerwehr nochmal bauen. Ähm... Seife zu Flugscharen. Ultimate Fistlord ist in Quarantäne. Es tut mir leid für dich. Was sind das für Warnmeldungen links? Äh... Ja, das ist hier. Das ist gelöscht worden. Die kann glaube ich weg. Und das war das Piratenschiff. Also die sind nicht mehr aktuell. Äh... So, mal hab... Ist das hier... Ist hier schon irgendwas los? Zwischenfall schon, ne? Ähm... Ich brauch... Ein neues Schiff. Gleich. Du sollst jetzt mal Seife. Guck mal, wir nehmen jetzt hier mal 50 Seife. 50 Seife. Und... Fahren mal wieder... An die... Pirateninsel ran. Äh... An die... Piraten... An die... Inksmungs hier ran. An das Ding da. Nur aufpassen, dass hier nicht irgendwelche Piraten. Hier kreisen schon ja diese Piraten. Drohlich. Hat das Ding... Kann sich das Ding eigentlich wehren? Hat das Ding eigentlich Kanonen? Ja, 43 Schaden pro Sekunde. Also der kann sich auch wehren. Und so ein Piratenschiff hier... Macht hoffentlich ein bisschen weniger. Ähm... Ich kann auch... Sag mal, ihr sagt doch, ich kann mit denen befreundet sein. Was kostet das denn? Frieden schließen. Verträge. Kann ich auch einfach deren Kompliment machen? Einschmeicheln. Ist das gut? Nein. Ne. Verträge? Ha... Habe ich fürchtet. Ähm... Friedensvertrag ersuchen. Erfolg unmöglich. Waffenstillstand entbitten. Ja. Ist doch Quatsch. Achttausend. Vom Stapel gelaufen. Achttausend. Ach komm, das ist mir jetzt... Also... So, sehr gut. Und meine Fregatte? Ein Schiff erster Klasse. Meine Fregatte, ey! Dann bauen wir jetzt hier... Wenn das... Wenn das Ding hier fertig ist, dann machen wir mal... Die Handelsroute wieder auf und dann kann der mal schön... Beziehungsweise er kann die Handelsroute auch fahren hier eigentlich. Erwartet Anweisung! Was ist das? Aufgabe verfügbar. Das gebe ich alles dafür, nur einmal aus diesem Loch herauszukommen. Abholaufgabe? Ich habe keine Zeit für sowas. Ich muss Seife abliefern. 19.200. Ey, warte mal. Ist das jetzt nicht... Ah, nicht. Letztes Mal hatte ich ja mehr Seife. Und wieder Reichtum. Eingehäuft. Diese... Diese Seifengeschichte, das gefällt mir schon gut. So, ich finde der hier kann jetzt mal... Weil der kann sich auch wehren. Das heißt... Ne, warte. Hier, wo war das noch? Hier, pass auf. Wir machen mal eine Route. Und zwar machen wir mal... Erstmal muss ich... Huch, was? Handelsroute? Das hier, ja. Die hier will ich. Und da muss ich ein neues Schiff... Dieser Route ein Schiff zuweisen. Und zwar... Die... Admiral Kaunitz. So. Ja. Ist das jetzt richtig? Hat das jetzt funktioniert? Ja. Sehr gut. Das Flaggschiff kann erstmal machen. So. Ich soll mich bei den Piraten einschleimen, sagt ihr. Irgendwie habe ich das Gefühl, das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Alle stehen bereit. Oh hier, geil. Endlich. Passiert was. Guck mal. Äh, Deckung suchen. Ja, wovor habe ich das denn? Deckung suchen. Ich lese gar nicht genau, was da passiert. Ich gucke einfach nur, was ich dabei habe. 3%. Shit. Aber ich will ja... Ich muss ja nur ankommen. Ja, das hat nicht so richtig gut funktioniert. Aber so ein bisschen. So halb gut. Äh, was ist hier los? Volles Lager, volles Lager, volles Lager. Volles Lager, ey. Wir haben ja richtig volles Lager einfach nur. Ähm. Wie voll? 12 Paprika, 20 Bier. Okay, ey. Soll ich eigentlich mal zurückgehen zu den anderen Leuten? Machen die da schon weiter eigentlich, die anderen? Ich guck mal wieder rüber. Zwei Minuten, ne? Ich geh nochmal wieder rein. Bin ich jetzt wieder... Ah ja. Ich glaub man hört mich wieder. Hallo. Hiiii. Zack. Zwerg. So. Ei, ei. Schiff vom Stapel gelaufen. Oh. Schiff vom Stapel gelaufen. Der kleine Zwerg hier. Sind unterwegs. Ähm. Was fehlt's denn denn? Als er das wechselt mit dem Target. Das ist so nervig. Holy shit. Ja, das war's. Und das war das dritte Schiff, das ich verloren hab in der neuen Welt, ey. Was ist bei dir los? Der das Problem ist, normalerweise hast du am Anfang Frieden, wenn du in die neue Welt gehst mit den Piraten, damit du dich aufbauen kannst. Aber da mein Spawnpunkt halt direkt in der Basis vom Piraten war, war das eine Kriegserklärung und deswegen verfolgt er mich jetzt sobald ich mit einem Schiff bin über die ganze Map. Das finde ich ehrlich gesagt nicht okay. Ja, ist auch nicht okay. Aber so ist das halt im Leben. Ist nicht immer alles okay. Ah, das stimmt, da hast du recht. Aber ich, ich fühle dein Leid. Ja, in erster Linie sollten wir das Leid füllen, dass es gefühlt nur eine Zuckerinsel, also Zuckerrohrinsel gibt in der neuen Welt und die hat Maurice, nur so um euch das mitzuteilen. Maurice! Ich will jetzt keinen Frust hier schüren. Ähm. Ne, ne, aber. Ich will euch nur diese Informationen geben. Auf jeden Fall, ja. Das ist, das ist richtig und wichtig und auch völlig alternativlos, dass du das jetzt hier mit uns teilst. Dass Maurice so ein raffgieriger äh alter Ebeneezer Scrooge ist, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich glaube, er hat uns noch gemutet, ne? Jaja, deswegen können wir auch frei sprechen ohne Angst, dass uns sein Zorn trifft. Ja, super. Ja, ist bitter. Das ist wirklich, das ist wahrlich bitter. Krass. Aber brauchen wir das denn so dringend? Ja, das Rum. Ah, klar. Der macht richtig viel Geld, der macht noch mehr Geld als wir. Warum? Verstehe, okay. Okay. Dann, ähm. Müssen wir früher oder später Maurice natürlich einfach vernichten. Ist klar. Geht nicht anders. Auf jeden Fall wächst noch ein bisschen Unkraut. Was fehlt euch jetzt, das? Hä? Kannst du bitte schießen? Ja, doch. So, da sind wir wieder. Hallo, allerseits. Ach, hallo, Maurice. Wir sind auch gerade in dieser Sekunde erst wieder zueinander gekommen. Das ist so glaubwürdig, wie du das sagst, Nils. Ja. Ja, alles gut. Gut, wir haben ein zuckersüßes Verhältnis miteinander. Ja, natürlich. Ich hätte jetzt auch nichts anderes erwartet. So. Was ist der denn hier? Ach, hör auf. So, das wird das da auch unter Beschuss. Großartig. So, versuche ich das jetzt noch mal mit der anderen Welt? Ich meine, es bleibt mir eh nichts anderes übrig. Irgendwann muss das doch erfolgreich sein. Hast du noch keine einzige Insel auf der neuen Welt, obwohl du drei Schiffe hingeschickt hast, oder wie jetzt? Ja, ja, weil der Pirat, ja, wie gesagt, Krieg mit mir hat, obwohl er keinen Krieg haben sollte mit mir. Das war also, das war wirklich einfach unlucky, dass ich in dem gespawnt bin und deswegen jetzt mit dem Krieg hab. Okay, das ist echt bitter, ja. Und deswegen, das ist halt das Problem, weil normalerweise hast du halt so ein bisschen Zeit. Du kannst zumindest ein Kontorsetzen, aber dadurch, dass ich halt in ihm gespawnt bin, jagt er mich jetzt, sobald ich ankomme. Mit so vier Schiffen. Habe ich keine Reservenfabrik? Nee, ich kann nicht mehr als ein Schiff mitnehmen, Leute, weil das einfach finanziell gesehen mein Untergang ist, wenn ich das mache. Ich muss ja auch ein bisschen wirtschaftlich denken. In Arno immer. Deswegen. Aber wir haben tatsächlich Suppe, also Konserven. Okay, das wiederum hast du dann mir voraus. Ich habe es noch nicht mal in Angriff genommen, weil ich so Panik habe davor, dass es mich vor Stress töten wird, nach allem, was ihr erzählt. Nee, das habe ich jetzt echt endlich hinter mich gebracht, denn ich bin unfassbar glücklich darüber. Also ich kann mir schon die Belohnung abholen, ne? Sehr gut. Endlich. Endlich, endlich. Und gleich kommen wir noch in Nähmaschinen. Sehr gut. Habe ich überhaupt genug? Ah, ich kann auch meine Fensterproduktion wieder starten. Es geht finanziell, ne? Ja, das geht ganz knapp, aber es geht. Schön. Ja, plus zwei monatlich reicht doch, oder? Also Profit ist Profit. Würde, glaube ich, jeder gute Geschäftsmann. Ja, eben. Geld ist Geld. Und wie es doch auch in den ganzen Dagobert Duck Comics immer hieß, wer den Kreuzer nicht ehrt, ist das Taler nicht wert. Oder irgendwie sowas. Ja. So war das. Geil, es geht hier los. Ich habe demnächst hier, habe ich eine richtig geile Suppe anzubieten. Ey, ihr alle mit eurer Suppe. Oh nein, dafür brauche ich ja den Schmuh. Daran habe ich nicht gedacht. Oh, das ist jetzt echt ärgerlich. Meine neue Zeitung ist erschienen und wieder jeder Erwartung beschwert sich der Redakteur darüber, dass der Kaiser die halbe Insel hat abbrennen lassen, bevor er was unternommen hat. Selbstverständlich werde ich das nicht so zur Freigabe lassen, sondern da muss natürlich jetzt erstmal eine Lüge in die Zeitung gesetzt werden. Stattdessen. Nils, deine journalistische Integrität rührt mich. Sag ich als jemand, der auch keine hat. Ja. Das ist nicht schlimm, Muckis. Oh, geil. Die ersten Gulaschsuppen werden hier gebaut. Hm. Das ist ein gutes Gefühl. Ernsthaft immer noch? Ich weiß nicht, über was ich mich beklagen sollte. Wie lange dauert das, so ein Schiff zu bauen? Das ist ja ewig. Oh. 13.000. Das ist eigentlich sogar ganz solide. Cool. Wir können ein bisschen Eisen verkaufen gehen. Habe ich noch irgendwas? Viel zu viel. was ich verkaufen kann. Schnaps. Nice. Verkaufen wir da unten. Alter, jetzt wird das wieder schlechter. Oh, das gibt es doch gar nicht. Hier haben wir ja nichts mehr. Oh nein. Muss man wahrscheinlich, wenn man in die neue Welt will, auch Materialien mitnehmen, um da einen Hafen zu bauen. Nee, 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 nee. Du kriegst dort ein Schiff gestellt. Mit Materialien für dein Konto. Das ist genau das Schiff, das ich losgeschickt habe. Mit genau dem Tüttt im Lager. Den ich nicht brauche, leider. So, die Typen in der neuen Welt. Auch hier bitte jetzt mal schön ein Polizeirevier, damit die erst gar nicht auf dumme Ideen kommen. Das ist geil, dass du direkt einen Polizeistaat errichtest, aus dem Bries. Ja, aber also, man muss doch, also, ein bisschen, weißt du, dass die Leute hier nicht irgendwie... Sich wohlfühlen? Ja. Wer sich zu wohlfühlt, kommt auf blöde Ideen. Mark Twain. Ich glaube, ich werde jetzt tatsächlich am Anfang meine Holzproduktion in der neuen Welt auslagern. Das geht ja auch. Mach doch mal das hier, liebe Leute. So, und hier ist auch alles voll mit Arbeitskraft, okay. Aber gut, ich habe dafür leider auch... Nee, das läuft ja auch wieder hier alles, oder? Volles Lager hier. In ihren Städten gibt es Ruinen. Ja, das wollen wir nicht. Ach klar, weil ich hier in der letzten Depp keine Straße gebaut habe. Dann... Was willst du von mir? Holz willst du? Jawohl. Das gebe ich dir doch. Da ist eine Menge Wind in den Säbeln. So, jetzt dann hier nochmal. Er hat mir eine Jauchegrube gegeben zur Belohnung, dass ich ihm Holz gegeben habe. Das ist natürlich... Da freut man sich als Bürgermeister. So, zack. Aha. Da halte ich aber diese Aufgabe. Ich glaube, ich habe sie vergessen. Meine Aufgabe kann das sein. Okay. So, reicht es denn jetzt, oder? Ja, gut, die habe ich jetzt verpennt. Keine Ahnung, wo der Beweis der Zerstörung sein soll. Nee, doch. Nee, das schaffe ich nicht mehr. Aber ich probiere es. Jetzt wollen die auch noch... Jetzt wollen die noch eine fucking Varieté. Sag mal, sagt es bei denen, oder was? Wo soll ich denn jetzt hier noch eine Varieté hinkriegen? Ah, mein Leben. Nicht genug Arbeitskraft. Oh Gott. Laut halt ein paar Bauernhäuser hier. Endlich ist mein Schiff fertig. Oh. Ich freue mich sehr für dich. Und das ist keine Lüge. Ich habe auch in der letzten Zeit so nix gemacht, wenn meine Schiffe alle kaputt waren. Und jetzt ist es wieder eins da. Beziehungsweise... Oh nein! Was? Jetzt habe ich mein scheiß Hafenproduktungsgebäude aus Versehen kaputt gemacht. Aber es ist nicht so schlimm. Baue ich es halt neu. Kostet ja nur ein Vermögen. Fuck. Stark, Nils. Es lobt halt ja sonst keiner. So, dann muss ich jetzt auch mal hier meine... Zeit, meine Seifenrute wieder aufzunehmen. Los, Leute. So, so weit läuft das alles ganz gut hier. Wir haben Geld, wir haben... Jetzt könnten wir uns auch allmählich mal um die Paprika kümmern, vielleicht. Dafür müssen wir aber hier noch irgendwas auslagern, glaube ich. Wie läuft es denn hier eigentlich? Viel zu viel Eisen. Ich bin kurz davor, so ein paar Arbeiterwohnungen abzureißen, damit meine Bonzenbürger eine Varieté kriegen und das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Das passt schon, das passt schon. Meint ihr? Ja? Ja, das passt schon. Also ich war gerade beim Stahlwerk und der Dud im Stahlwerk hat mir erklärt, dass er die Bourgeoisie abfackeln möchte. Dann kannst du auch sein Haus abreißen. Das stimmt. Darf ich das in eurem Namen tun? Ähm, ich will jetzt nicht unbedingt hier so Verantwortung übernehmen für brennende Häuser, aber Maurice macht das bestimmt. Ja, ja, schon. Nee, das Volk muss, ähm, dem Volk muss sein Platz gezeigt werden, Nils. Ja, das ist okay. Das mach ich. Hallo. Ich werde direkt von Isabel Sacramento gewarnt. Hast du dir ein Schiff losgeschickt gehabt in die neue Welt oder hab ich das jetzt gar nicht nochmal gemacht, weil ich schon so verzweifelt war und irgendwie 60 Stahl verloren habe? Hab ich glaube ich nicht, ne? Boah, das ist halt... Das weiß ich nicht. Ja, das ist halt alles zusammen gerade eine absolute Katastrophe. Ich denke, du bist so mächtig und gut. Warum ist irgendwas... Ja, wir sind... Vier Schiffe oder drei waren es, ich weiß es nicht. Das hat wehgetan, das war sehr viel Stahl. Oh man ey, das glaube ich... Das hat echt wehgetan, aber es macht nichts, also... Ich baue gleich mein erstes Linienschiff und dann... Boah, ernsthaft? Passt du schon. Ja. Mir fehlen nur noch sieben Kanonen. Boah, alter Schwede. Dafür brauchst du doch... Wie viel? Siebenhundertfünfzig? Aha. Ja. Genau, und dann fahre ich mit meinem Linienschiff in die neue Welt und sage dem Piraten mal Hallo. Das finde ich einen guten Plan. Hey Maurice, wo soll ich mich denn ansiedeln? Wie, in der neuen Welt oder wie? Ja. Ja, lass uns doch Nachbarn sein, Nils. Ja, so... Hier ist doch... Wo denn? Sag mal in der Himmelsrichtung. Lotto unterwegs. Äh, ich sehe gerade nur eine Insel, die keine Bananen hat, die wirst du nicht wollen. Ähm... Bäh, ne, ich will eine Bananeninsel. Absolut. Ne, ich habe auch noch nicht alles erforscht in der neuen Welt tatsächlich. Äh... Wo ist denn das? Kommt das nicht mehr an? Ist das einfach verloren gegangen, mein Schiff? Du, das weiß ich nicht. Aber wenn ich hier eins sehe, sage ich Bescheid. Ja, sag mal mal Bescheid, bitte. Ich glaube, das ist einfach wirklich hops genommen worden. Und das ist nicht okay. Nee. Sag mal, sind die alle so mini, die Insel? Nee, ne? Gibt es auch große Inseln in der neuen Welt oder nur so mini? Es gibt auch große. Ja, ich will ja hier nicht so eine Mini-Insel haben. Das werden wahrscheinlich halt nicht viele sein, erneut wegen den Einstellungen. Ja, aber ich bin ja schon mal hier und du kannst ja nicht alle auf einmal haben. Das stimmt. Ach, halt. Du musst erst mal noch hier abwarten. Lotte, segel Information. Gut, dann passt das erst mal. Schiff vom Stapel gelaufen. Wir helfen, wo wir können. An. Du hier nimmst, bitte. 40. Ist klar. Watt. Watt, 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 watt. Oh. Dennis, ist eigentlich Dennis auch da? Ja, natürlich. Du sagst irgendwie nix. Nee, ich plane hier fleißig. Und dabei kann man nicht reden, oder was? Nö, mir ist heute nicht so nach Geschichten. Das macht ihr ja schon ganz, ganz großartig. Ja, nicht immer alle gleichzeitig reden, oder? Ich darf auch mal einen Tag nicht so viel reden. Ich weiß nicht. Also, ist das sonst so dein Ding? Dass du so redselig bist? Er kommt ganz drauf an, ne? Auf was? Auf Situation. Ich wollte noch mal hören, ob du noch da bist. Weil ich hab jetzt, mir fiel grad auf. Ich hab dich so lange nicht mehr gehört. Das kann natürlich sein, dass ich, dass... Ja, ich hatte was vergessen zwischendurch. Das war ja auch. Nicht, dass du dich so schämst für deine... ...für dein Volk. Direkt fällt dem Chat auf, dass ich meine tollen Tropen Sägewerke, die ich hier extra clever angekündigt habe, nicht mal angeschlossen habe. Das ist natürlich suboptimal. Aber gut. Also, hier ist ja nur Wasser. Und keine Insel. Was ist hier? Da ist doch irgendwas. Was ist das? Kann das Bananen? Ach, da bist du ja schon! Ach, Maurice! Ja, natürlich hab ich mir sofort natürlich was unter den Nagel gerissen, wer sonst... Die alte Dame ist verlassen! Wer quatscht sonst? Was ist das hier? Ach, ach... Wir erwarten neue Horizonte! So, wie mach ich denn fest mit diesen Fleischkonserven, ey? Ach, pass auf. Schienen. Schaun? Ja, Maschinen könnt doch vielleicht eher nochmal irgendwo hinkriegen, oder? Die brauchen ja nur Holz und... ein Ding. Tabak. Was ist denn... Was ist wichtiger? Was ist das Wichtigste? Bananen? Liebe? Kaffee, Mais? Oder... Kautschuk? Bananen sind sehr wichtig, auf jeden Fall. Und der Rest ist... Ja, Bananen sind Grundnahrungsmittel. Aber der Rest ist dann egal, oder was? Bananen und Baumwolle für den Anfang ist gar nicht so bad. Und dann kommt's halt drauf an, ne? Möchtest du in der neuen Welt eher groß bauen? Willst du eher schauen, dass du schnell was für die alte Welt bekommst? Das ist halt... Das macht halt die Unterschiede. Mhm. Aber Bananen und Baumwolle ist gar nicht so schlecht, sagst du, ne? Ja, ja, ja. Das Gefühl hab ich ja auch. Da holt er sich jetzt meine Insel. Du gibst ihm halt auch noch den Ratschlag. Ja, ich wär eh da... Also ich muss fairerweise sagen, ich wär da eh, weil das Baumwolle ist das Einzige, was ich noch gecheckt hab, dass da diese Mäntel mitgemacht werden. Jep, 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 genau. Und deswegen hätt ich das eh gemacht. Ähm, von daher ist... Du hast nichts durch deine Großzügigkeit eingebüßt. Außer, dass du Ansehen gewonnen hast. Das... Ist ja auch was Gutes. Ja, ich hab mir meine Chance auf die Insel mit den drei Schiffen davor verspielt und nicht damit gerade. Also, das war schon... Bereit für den Einsatz. Neue Befehle. Neue Befehle. So, jetzt erstmal Nähmaschinen. Das, äh, ist doch auch gut. Immer noch kein Gulasch, aber Nähmaschinen. Boah, das wär bestimmt auch so ein klassischer Fips-Asmusen-Gag in den 70ern gewesen oder so. So irgendwas... Ich hab ihn noch nicht ausgearbeitet, aber irgendwas mit... Meine Frau ist wie eine Nähmaschine. Sie sagt immer nur Näh. Da ist auf jeden Fall irgendein... Irgendein Fips-Asmusen-Gag ist da auf jeden Fall möglich. Eigendeutig. Ja. Kennt man Fips-Asmusen deutschweit oder ist das so ein nordisches Ding? Weiß ich gar nicht. Kennt ihr Fips-Asmusen? Ne. Ihr kennt ihn gar nicht. Ich hab gerade keine Ahnung, wovon du sprichst. Alles klar. Dann könnt ihr den mal googeln und habt ihr nochmal... Könnt ihr das alles nochmal aufholen? Definition vom Humor. Ich glaube, er hat den Humor erfunden. Der hat definitiv den Humor erfunden. Ich dachte, Nils hat den Humor erfunden. Nein, ich kopiere ihn auch schlecht. So wie ich Pias Strategie. Der meint, dass du eine Insel in einer neuen Welt... Das hat schon geklappt, so wie du das gemacht hast. Das war ja auch eine gute Taktik, die du da kopiert hast, also... Absolut. Ich hab ja wenig moralische Standards. Das kann ich bestätigen. Aber zumindest beim Kopieren schlechter Strategien hört es schon auf. Ich will ja schon, wenn ich was klaue, das ist ja auch... Ich würde auch eher so einen fetten Bankraub machen, als halt irgendwo jetzt beim Lebensmittelhändler einen Apfel klauen. Das ist sehr großzügig, ja. Ja, ist auch ungefähr gleich schwierig. Ja, wenn schon, denn schon, Nils. Klotzen, nicht kleckern, um unsere neu entdeckte Redewendung nochmal zu benutzen. Geil, ich hab ne Stadt, Leute. Pia, würdest du sagen, auf einer Skala von 1 bis Brixen, wie schlimm ist die neue Welt? Also Brixen ist so ein ganz eigenes Kapitel, also... Ich bin eigentlich noch nicht bereit, darüber über Brixen zu reden. Das kann ich bestehen. Dann will ich da auch nicht weiter Druck machen. Ich bin schon nicht so weit weg gerade davon. Aber ich hab jetzt meine Insel. Es ist zwar sieben optimal, wenn ich keine Bananen hab, aber wir kriegen das schon hin. Ich mein, mein Angebot des Handels steht immer noch. Ja, nee, also jetzt, das Problem ist, jetzt ist das halt meine eigene Sturheit, nämlich da so ein bisschen, ähm, die mir das da so ein bisschen versaut. Warum ist mein, warum ist mein Schiff hier unterwegs? Hä? Ähm, das versaut mir das gerade so ein bisschen. Das respektiere ich natürlich. Weil ich's halt eigentlich besser hätte spielen können. Aber das wird schon. Oh Gott, jetzt wollen sie auch schon wieder mehr Schnaps, als ich habe. Kleidung hab ich immerhin noch genug. Heilige Scheiße, wie teuer es sind. Brust auch. Rot geht gerade so. Ach du heil... Boah. Ja, nee, dann nicht. Die alte Dame ist verlassen. Kohle brauche ich halt dringend mehr. Ich sie schon wieder sauer auf mich. Ja gut, das ist ja auch nichts Neues. Oh, es brennt. Hm. Das ist ja auch nichts Neues. So. das mache ich bei dieser glas produktion die ganze zeit falsch das ist denn das problem ich habe zwei fenster fabriken eine glashütte passen eigentlich steht gerade das ist äußerst frustrierend ich habe ja viele fenster von daher was soll's kohle kohle ist benötigt gut wir machen jetzt einfach diese holzfäller hütten hier weg eine inspektion wie im gefängnis hier dass ich hier halt keine kohle mine habe ist übel nicht in die kühle reihe noch mal ist irgendeine produktionskette hier so ja wir lagern das holz jetzt auch mal aus endgültig einen holzfäller brauchen wir halt noch für die fenster produktion und der rest wird kohle das war noch mal die siegbedingungen moris wir haben drei titel zu vergeben am ende es gibt nicht einen sieger es gibt drei prämien es gibt den pfeffersack für die höchste wirtschaftswertung den admiral für die höchste militärwertung und den großgrundbesitzer für die meisten inseln ok es wird übrigens in meinem chat gesagt nils du klingst wie ein anno in game sprecher war eigentlich schon ein kompliment oder mehr fehlt es an worten ja das ist ein schönes kommen wenn ich möchte mich bedanken bei deinem chat ich mag dein chat unterscheiden wir beide uns ja ich bin diesen echt cool ja die sind schon ganz okay dieser platzmangel macht mich einfach wahnsinnig es ist ganz schlimm das war meine eigene idee also kann ich mich nicht mal beschweren aber ich beschwere mich für uns beide was hältst du davon das finde ich gut beschwer dich bei mir für mich über mich das klingt wie matthias reim song irgendwie schwere ich bei dir für dich über mich also der rad in der neuen welt ist wirklich das allerletzte wo wohnt der eigentlich ganz rechts da wo ich ihn gefunden das gefühl habe ich auch ja es wundert mich nicht dass das pia den nicht mag weil er ein entflohener sklave ist und und damit genau gegen gegen die den menschenhandel den vier und nils schon so so vorantreiben wollten hier es immer hat sich eigentlich ab wer hat sich denn da schon so viele inseln einfach mal präventiv geschnappt ohne dass er damit dennis alle dennis hat sich zwei klammheimlich zwei kontoren gebaut und er hat einfach nur ein kontor gebaut und nix gemacht das ist ja also wie du nix mitkriegst hat moris seit zwei stunden da am norden ja schuldigung dennis dass ich nicht so gut bin wie du in anno in sachen mitkriegen in sachen mitkriegen alter weißt du was ich ich rede mit den leuten und du sagst du hast einfach keine fahre kein an was mein wie das spiel hier läuft weil du sagst halt ich frag dich und du sagst noch so ja ich rede halt heute nicht so gerne bla 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 jetzt weiß ja warum ja gegessen bei mir gibt es nämlich demnächst tabak und bananen und kre und perlen und mais und kautschuk übrigens auch bei dir gibt es immer auch machen sollen du hast nämlich nur hier geht es aber gut ich beschwere mich ja gar nicht jetzt aber die inseln werden werden knapp ich denke mal du wirst das vorgehen noch beneiden meinst ja wir werden es sehen ich glaube auch ich weiß nämlich ehrlich gesagt nicht was ich jetzt machen soll mit diesem ganzen land ich hab kein bock da jetzt tagelang ja du musst hast du musst das natürlich auch bestellen das land du kannst dich einfach weißt du auf mallorca wo ich ja jahrelang gelebt habe ist es so wenn du da ein haus leer stehen lässt dürfen leute sich das einfach nehmen und da wohnen ist das so ja das war mir tatsächlich neu ja so hab bin ich zu meinem haus gekommen auf mallorca shit ich fand piratenbrut rein an er tut mir nix ach weil freunde weil er aus irgendeinem grund nur mit hier im krieg ist ich verstehe das auch nicht weil ich in ihm gespawnt bin ich bin in ihm gesprochen ich bin das ist tatsächlich der grund warum ich mit dem krieg habe weil ich ich bin in die neue welt und mein schiff ist halt ganz rechts gespawnt in seiner basis und wenn du in seine basis reinfährst ist das eine kriegserklärung deswegen habe ich mit dem krieg das ist mit ihm keinen krieg am anfang damit du dich aufbauen kannst aber dadurch ich bin halt dort gelandet und bin halt instant gestorben weil ich halt in seiner basis war deswegen hat er mir den krieg erklärt dann ist er losgefahren um die fregatte die ich bekommen habe zu versenken die nicht schießen kann und jetzt ist mittlerweile mein viertes schiff durch ihn gesunken das ist hart das ist echt übel ja vor allem mein spawnpunkt war halt gar nicht bei ihm das ist halt auch richtig arschig ja ich meine gar nicht so hey es ist wirklich einfach scheißpech das ist ein schaden von circa 60.000 gold bis jetzt das sind vierzehntausende schiffe plus circa 80 stahl die er mir versenkt hat also es ist aber ich habe gleich mit den linien schiffe also ich fahre jetzt gleich mit den linien schiffen rüber ich habe keinen bock mehr das lanak sagt ihr könntet ihr helfen wenn ihr wollen tätet ach das das wurde ich noch gar nicht das ist ja auch ich meine man will ja auch nicht irgendwie so so hier dass anderen spielern quasi den gefühl geben dass man denkt sie kämen mit ihren problemen nicht klar dass das wäre auch hier so als als so ein pseudo ritter auf dem ross rein reiten will man ja auch nicht man will ja auch zeigen dass man die anderen spieler respektiert ich brauche kein babysüt ich mache das genau das das denke ich mir auch ich mache gleich mein zweites linien schiff ich bin voll ausgestattet mir geht es sehr gut sehr gut aber was hast du denn vor mit diesen linien schiffen ein was ich beim an und dann klopfe ich bei morris an ach so ok ich habe kein bier bekommen und jetzt habe ich kein rum und das ist halt echt problematisch weil bier gibt echt viel gold rum gibt noch mehr gold und ich habe ich brauche halt irgendeinen wirtschaftsboost ich habe keinen bierboost bekommen jetzt bekomme ich keinen rumbost also besorge ich mir den linien schiff ist das ist halt irgendwo es brauche ich das stimmt das stimmt ja aber aber hier ich meine es dauert ungefähr drei sekunden dann läuft auch meinen linien schiff vom stapel also bist du ich höre schon die kriegs rommeln das ist ja geil dass das dieser plan dass der so smart ist noch hast du ruhe von mir erst muss ich mich um diesen gott das ist priorität nummer eins rache verständlich verständlich und dann dann schaue ich weiter jetzt gefällt mir noch nicht ohne rum und ohne bier ist halt echt hart leute also wirklich ich würde auch jammern ich verstehe meine einwohner ich würde auch jammern den billigen fusel trinken aus kartoffeln wie hier direkt von meinen einwohnern beleidigt werde ich bau dir hier ein dorf auf der beleidigt meine schule das ist los das ist schäbig oder fass bei das ist auch alles etwas suboptimal hier wissen was kriegen wir noch unter ab was sind die linienschiffe handwerker braucht man dafür oder ja und eine ganze menge auch ich glaube 750 oder sowas ja wie viele hat es schon mal ich weiß nicht ob ich dir das sagen sollte ich meine du hast bereits gesagt dass du dass du gegen mich war eins was haben wir hier dass du schulkereien gegen mich planst ich bin jetzt wahrscheinlich die nächsten drei stunden noch mit dem piraten beschäftigt dick und fett in der neuen welt also es muss man halt schon sagen so im zentrum die zwei großen fetten inseln dies gab also provoziert das halt schon auch ein bisschen ja natürlich aber aber ich meine wenn ich halt der waghalsigste entdecker von uns bin dann ist es nicht auch rechtens dass mir dann zusteht dass ich das beste stück land quasi für mich in anspruch nehmen ja schon du musst es halt auch halten können das stimmt das stimmt dann sind wir uns ja eigentlich klopfen ja so hallo du wunderschöne ein okus den namen tropenkönigin bekommen das passt natürlich direkt sehr gut ja seitdem wir sie in die tropen schicken so und jetzt werden wir mal items benutzen unterhaltskosten das 40 prozent ist das für schiffe damit wird dieses schiff gerade unfassbar viel weniger aber ist das wert oder verkaufe ich das ding lieber ein neuer aufstand so was ist hier los ponchos und hier ist auch ein aufstand überall aufstände das gibt es doch nicht was mich wo das ecke mich wundert dass endlich gesagt nicht ja ich hätte vielleicht nicht gar so laut sagen sollen dass das volk schnurz ist aber fehler wurden gemacht jetzt können wir nur noch damit umgehen lernen was mache ich hier eigentlich was soll das der teufel fordert seinen tribut was sträubende schrecken sehr gut läuft gut dann tun wir doch hier auch mal ponchos ich kann auch keine ponchos machen hier hatten noch nicht genug leute sie haben jetzt habe ich genug leute ich habe gelogen gnadenlos ich bin genau ich bin ich bin so wir haben auch gleich wieder eine volle stunde noch nicht aber gleich hat es schon wieder zeit tatsächlich zu verabschieden hier oder was nicht verabschieden nur resümee zu ziehen ach gut quatsch rum kann man nur mit zucker ne ja den sogenannten zucker rum sicher dass dir auch niemand gefolgt ist ich habe mir auch zielsicher die kleinste insel aus läuft es in der alten welt haben wir diesen aufstand wieder im griff das klingt immer noch hier diese komische bella tschau musik aber die polizei setzt recht durch sehr gut ich finde schön wie dann dass das das spiel dir sagt der streit wurde beigelegt wenn doch in wirklichkeit du ihn mit gewalt beendet hast mit der polizei gut jetzt muss hier allmählich wirklich mal aber ich muss das hier um disponieren ich lege den hopfen hier hin weil das bier läuft ja eigentlich noch ganz gut oder was richtig gut ist wenn man auch in wo man keinen platz für holz hat jagd gebiete bauen darf es ist so mein mein absoluter vibe gerade ich habe mir noch nie so erfüllt gefühlt in einer runde ich habe mir das gefühl ich baue irgendwie ich weiß nicht tokio oder so von der bewohner dichte ja absolut soviel wie geht keine insel mehr das gibt es doch nicht alles schon gefunden ich meine pp kleine pp insel ist doch quatsch haben wir jetzt inzwischen hier steht es mit unseren bedürfnissen helz menschen wir wollen natürlich noch das alles hernehmen liebe leute so wieder volle stunde bei mir ist jetzt allmählich werde ich glaube ich auch mal muss ich versuchen irgendwo paprika unter zu bringen bringen und werde einfach mal gucken ob ich hier ja gut hier kann ich die holzproduktion durch auch einfach weghauen und dann geht das nils wie steht es bei dir du bist du auch in der neuen welt ja die ist so schön ja voll gut ja ich fühle mich hier wohl ist alles gut ich finde es ein bisschen schade dass sie einige gierige leute ihre imperialisten finger schon auf alle inseln ich habe zwei inseln jetzt mal hier ganz halb lang naja aber ist nicht eigentlich der lauf der dinge man dort man dort ein auf eine insel sein kontor da baut man auf der insel sein 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 reich und wenn man dann mehr platz braucht guck mal ob noch was frei ist ist das nicht irgendwie ich weiß es nicht ist das so ich möchte mich entschuldigen ein schiff wurde angegriffen dann machen wir doch mal weiter denzel auch du hast in nils schon damit verärgert dass auch du dir land unter dem nagel gerissen hast ich verstehe das natürlich voll und ganz so macht man das halt als expansionistisch gesinnter industrie magnat ja ich bin auch ganz zufrieden soweit ich glaube nicht dass es dass es mich sehr weit bringt jetzt gerade ich bin immer noch so ein bisschen in der alten welt schriftlich und muss ganz ehrlich sagen ich merke gerade dass ich der allerbeste andere spieler will nicht nicht ständig so kleine fehlerchen wo ich den merken ist das wird wieder zurück dann habe ich gerade wieder ein schiff verloren und so weiter aber ich kämpfe weit dann macht das heldenhaft weiter hier wie läuft dein feldzug gegen die piraten ich empfinde hass nichts als hass an meinem leben abseits davon also ich kann mich nicht beklagen ich bin mittlerweile wirklich am rande der verzweiflung was meine platzprobleme angeht aber ich finde ich geraten sind ein echt gutes so ein echt guter bock sack auf meine aggression wegen dem problem loszuwerden und damit ich kann mich nicht beklagen ich krieg gleich pelsmäntel und dann alles haben dafür benutzt universität und dann bin ich in der nächsten stufe ja geil da bist du mir voraus dass dafür beglückwünsche ich dich auch wenn ich natürlich nicht gut heiße angesichts deiner schamlos bereits angekündigten pläne gegen mich zu felde oder zu wasser zu ziehen wie man in dem spiel ja eher sagen sollte aber aber natürlich schön für dich dass das freut mich ja eines ihrer gebäude wird angegriffen wie denn das jetzt kommen mir piraten und war dann auf mein land an oder was geht der krieg los aber mein kontor ball hat gut zurück sehr gut gut dann gehen wir mal wieder in die in die besprechung mit unseren leuten und sehen uns in zehn minuten wieder tschüss wenn ihr alle geht können ja dann können die auch hier bleiben einfach und hört mich gar keiner mehr ich muss ja gar nicht rausgehen leute ich bleibe einfach alleine hier die hören mich dann sowieso nicht mehr oder ich weiß es nicht oder spüren die mich dann aus pläne ich weiß es nicht ich kann es euch nicht sagen das sind hier neue arbeiter wir brauchen ein paar neue arbeiter wollen wir brauchen schiff unter beschuss von ein verfolgte mich jetzt über die komplette karte oder was ich will mich zu meinem kontor retten das muss doch möglich sein denn sie hört mich das mir egal die anderen wenn alle den raum verlassen wir sind ja in einem gemeinsamen raum und wenn alle den raum verlassen dann muss ja der eine der letzte eine muss ja den raum nicht mehr verlassen aber jetzt in den einen leeren raum geht oder den anderen leeren raum das ist jetzt ja auch egal was mich hier sehr ärgert ist dass diese dummen piraten sich hier sehr nerven genre la fortune so mein kontor soll sich jetzt mal wehren die drehen bei erst die drehen bei aber das ist ja das ist die schönste nachricht heute dass das die bar beidrehen was kann ich denn hier bauen was nicht fünf kanonen 50 75 ziegel aha okay du bleibst mal da liegen hoffentlich kommen die nicht nerven hier ziegel bauen eigentlich ich bin der todes insel zu nah gekommen der nächste ich habe mich wieder lauter gemacht oder ob ich was plus zehn prozent kommt klappt kampfkraft weil schwierig shit aber es muss doch reichen um anzukommen ja komm was wusste debakel das muss ich lektorieren leute das mache ich nicht mit erst mal sollen die bisschen mehr kaufen und dann sollen die bisschen zufriedener sein so zack okay zurück zur alten welt ja passt besser sehr gut chatty effektivität der zeit um plus sieben prozent was sie haben an einfluss gewonnen auch geil das ist alles sehr sehr gut ich höre das sehr gerne ich habe ich habe vernommen es gibt ein wurst debakel was ist denn habe ich nicht genug wurst oh gott ihr habt recht wurstproduktion angekoppelt angekurbelt werden ich muss mal ein bisschen aber hier habe ich schon relativ viel wurst ich mache hier noch mal eine wurst irgendwie mit rein hier kann ich jetzt noch ein bisschen platz für wurst so müssen wir noch mal ein schweinchen und ne schweinchen war das noch mal und zwar und 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 wirst was läuft 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 mehr wurst in auftrag gegeben was fehlt noch rot war ja so klar natürlich fehlt es auch noch an brot mal ausbauen hier ja mal vielleicht alles rundherum mit stein muss ich jetzt auch noch heute ihr habt ich habe so viel zu tun habe ich sie los an den tierfarmen habe ich nicht das ist eine berechtigte frage bringt das voll viel so was hier 1000 mark müssen an die straße randern oder wo mache ich ein silo hier so und jetzt bringt das jetzt mehr was bringt mir das kriegen die dann mehr zu fressen oder was also die arbeiten die dann effizienter 100 prozent mehr 100 prozent mehr aus output das ist ja an sensationalität nicht mehr zu verbieten ja dann ist es doch zeit noch für ein paar sie los kann aber nicht überall sie los bauen so kann ich hier kein silo bauen sein gebäude angrenzen ich bin allein ich bin gar nicht raus gegangen weil ich habe mir gedacht wenn ihr alle abhaut muss ich ja auch noch gehen ja entspannt ich bin jetzt wieder da also ja das kannst du bitte in zwei minuten mein chat und ich wollen noch ein bisschen allein sein nein ich möchte dass du bleibst so was mache ich denn das so mit film des angetreide ja du meine leute wollen wollen wieder wurst und alles ich habe das vernachlässigt mit der wurst ausgegangen also ich fühle das sehr gerade auch den inneren hass der in mir aufkocht weil ich nicht mehr weiß wo ich diese wurst noch unterbringen soll ja exakt das ist es ich weiß es auch nicht mehr aber ich muss dich trotzdem noch mal kurz allein lassen das ist völlig in ordnung aber ich lasse dich jetzt auch für mein chat quatschen also bitte sein nett ich bin ja ich würde ich bemühe mich immer es klappt nicht immer aber ja hallo chat hallo 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 pias chat dann sind wir jetzt ja mal miteinander alleine was ich wollte jetzt einfach mal mich in ruhe mit deinem chat unterhalten das kann doch wohl nicht unglaublich so wie geht es euch denn da eigentlich lieber piachat ich kann euch überhaupt nicht lesen ehrlich gesagt sehe ich nicht was also wenn ihr antwortet ich sehe das einfach nicht aber ich wollte euch lediglich mal sagen ich finde euch auch echt okay ihr seid echt gut ist ein guter ist ein gute leute da drüben so scheiße das reicht doch vorne nicht sie anders machen so haben wir hier einmal den weg weg aha dann machen wir das so das geht schon so 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 stark alles gut oder? passt doch ne? passt doch ne? das sind natürlich auch noch bauen die jungs vor allem muss ich jetzt den Rest hier noch irgendwie hinkriegen ich brauche hier ne Mühle und dann noch zwei Bäckereien wo soll ich die da eigentlich noch hinsetzen? hier unten oder? Mühle zwei Bäckereien eins eins zwei und die Mühle okay äh na gut die können die ja ins Lagerhaus bringen und dann kriege ich hier dann aus dem Lagerhaus kriege ich die Mühle dann machen wir das so dann kommt der Kram nämlich aus dem Lagerhaus dann ist das egal so dann machen wir das so und dann machen wir hier noch schön mal solche Dinger hin dann sind die nämlich schneller dem ist eh ganz clever glaube ich wegen die karren sich alle schneller ja so ich bin wieder da ja ähm dein Chat und ich wir haben uns angefreundet und äh ja wir sind jetzt Freunde wollte ich nur sagen aber es freut mich ja mich auch sind gut drauf die Leute nett ne es ist immer nett er lügt wie ne ey ey das war doch ey das war doch okay oder was wieso lüg ich denn jetzt das ist nur eine Einzelperson glaube ich die das geschrieben hat er findet uns okay hat er auch gesagt okay gut ja ne passt okay ist okay Chat du müsst dich nächstes Mal vielleicht noch ein bisschen mehr anstrengen also ich guck mal das ist ja auch lächerlich wenn du das ist ja so wenn du auf einem ersten Date sofort sagst oh ich liebe dich du bist perfekt das ist doch Quatsch okay heißt dass man eine sehr gesunde Basis hat auf der man aufbauen kann wenn ich jetzt direkt übertreibe mit Lobhudelein das ist total unglaubwürdig also willst du damit sagen dass mein Chat nicht deine große Liebe ist doch ich will sagen dein Chat kann meine große Liebe werden ähm es wäre nur ein bisschen creepy wenn ich halt auf diesem ersten Date direkt sage du bist meine große Liebe verstehst du was ich meine aber wie steht ihr dazu Chat? ist das für euch okay? ist okay ja er möchte uns nicht verstehen ich glaube der Chat ist ein bisschen schizophren er hat unterschiedliche Meinungen gleichzeitig aber ich glaube es ist okay es könnte daran liegen dass er aus mehreren Personen auch besteht dieser Chat das ist alles eine große Person eine einen Schwarm mein Schwarm auf jeden Fall wow ich schwärme für ihn muss ich tatsächlich sagen oh wieso kriege ich denn jetzt hier kein Mehl was ist denn hier los? so so also Maurice ist lange weg das spricht dafür dass er Intrigen schmiedet so da wäre ich auch wieder hallo allerseits das hat er gehört ich habe nur noch dein das hat er gehört gehört also war es wohl irgendeine Unverschämtheit ne 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 nicht von dir Nils oder würdest du nicht ey mal ganz ehrlich war ich jemals unverschämt zu dir? nie nie kein einziges Mal dann ist es ja geklärt nein ich ach warum abreißen wollte ich dich tja tja hm ich brauche jetzt einen Zeitungsstand bei mir nur um den Leuten Zeitung zu verkaufen die voller Lügen von mir sind ja aber warum auch nicht ja eben so ja das muss ich ja noch nee das ist doch echt hier ein Problem gut auf kurzfristig können wir euch einfach mal schneller arbeiten lassen ja das muss ich ja noch so gut gemacht so gut gemacht und langfristig gesehen werde ich dann hier jetzt auch mal ein bisschen Produktionsketten umlagern müssen nochmal aber erstmal Paprika aber erstmal Paprika was Expedition? oh so jetzt wollen die denn nochmal vier große Dinger ne? jawohl das war's wert wochenlang nur zu fressen geil wer ist das? was was muss ich denn bezahlen? scheiße 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 es herrscht es herrscht Hochstimmung es herrscht Hochstimmung all die Sachen oh hey 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 was war das, Nils? ein Freudenschrei ein Freudenschrei? ein freudiger Freudenschrei das freut mich wenn du dich freust das sagst du jetzt ja das noch noch bin ich optimistisch bin ich hier? es ist wunderschön an die Segel und Brassen ihr habt gut bedient dient uns noch einmal oh echt da steht jemand von meiner Haustür ja ernst er steht von einer echten Haustür oder? wer steht von einer Haustür? ich? auszusehen wie was pinke vor einer Haustür echt was pink ist? mhm oh sowas aber auch hä? wer könnte das denn sein? ich weiß auch nicht wer das ist warte mal das stört nicht ja kein Ding aber wo denn? wo stehe ich denn vor deiner Haustür? ja das will ich ja jetzt nicht sagen weil dann wissen es alle ah da muss ich erstmal gucken ja da muss ich erstmal gucken das ist sicherlich aber das sollte vielleicht unser Geheimnis bleiben erstmal noch ja ok wir haben ein Geheimnis mhm ja beide haben ein Geheimnis ähm seh erstmal hier hin glaub ich welch wagemutiger Grünschnabel sie doch sind oh alles bereit ich bin aber auch ein wagemutiger Grünschnabel hm hm Was ist denn jetzt hin? Ich muss ehrlich sagen, dass ich dich noch gar nicht gesehen habe Hey, du bist gerade wieder an mir vorbeigefahren Ach, warte mal, das... Alter, ach so Warte mal Darf ich da denn auch hin? Nee Oh, das ist ja aber... Okay, das ist natürlich... Alter Schwede, jetzt sehe ich ja erst, wie geil das ist Aber da darf dann auch nur einer Darf sich dort diese... Schade Ach, ihr seid beide schon im Cup, oder was? Was? Wo? Ich weiß gar nicht, was das ist Was ist das denn? Im Cup? Ihr Schurken und Halunken Cup Weißt du, was das ist? Ehrlich gesagt bin ich mir nicht ganz sicher Cup, Cup Pia, es ist gut, dass du Twitch-Streamerin und nicht Politikerin oder sowas geworden bist, glaube ich Das ist sehr unglaubwürdig gerade Damit könnte sie doch sehr gut Politiker werden Ja gut, tatsächlich muss man ja anscheinend nicht glaubwürdig Bullshit erzählen können Das stimmt Unglaubwürdig reicht Aber wo kommt der Hass gerade her? Das ist doch kein Hass, das sind objektive Feststellungen Du hättest ja auch ehrlich sein können Ja, wir sind im Cup Und das ist halt so, ne? Aber Du, Maurice, kannst du mir erklären, was das Cup ist? Ist das neu? Das ist neu Das ist die super Mega-Insel Die tatsächlich alle Platzprobleme lösen würde, die wir hier haben Aber eben nur für einen von uns Ja Weil Und wie kommt man ins Cup? Man kriegt eine Expedition, wenn man genug Bürger hat Genug Hand Also die dritte Stufe braucht man dafür Okay Und ich hatte das vorher auch schon, hab's dann verpennt Mein Chat hat mich sehr gegeißelt dafür Ähm Zurecht Also die, die nach Handwerkern kochen, die Bürger, ne? Tod, Harnfett Genau So, alles fechst Nee, du brauchst Nee, nee, Handwerker, stimmt genau Arbeiter, Handwerker, sowieso rum Äh 57, glaub ich, oder 8 Irgendwie sowas, ja Ah, okay Was ist denn hier los? Und hier hat sich das unter dem Nagel gerissen Eiskalt Was heißt hier eiskalt? Irgendwas muss ja auch bei mir laufen Das stimmt, das stimmt Ich bin genug verzweifelt Also hab ich mir gedacht Äh, nehme ich mein Schicksal selbst in meine Hand Ist doch meistens die die schlaueste Strategie Ja Ah, genau Ich hätte noch was anderes mitnehmen Ja, ich hab nicht so viele grad davon Das geht nicht Aber es sollte auch so reichen Was steht denn? Da Oh, was ist das denn? So, immerhin sind die, die, die Leute jetzt hier wieder ganz gut am Start Wir haben viel Gold Alter, manchmal bin ich aber auch echt einfach saudämlich Was hab ich denn jetzt hier gerade gemacht? Wunschlos glücklich leiste ich die beste Arbeit Ah, jetzt muss man hier aber auch wirklich viel beachten Ja So Sag, das machst du da mal Ich hab da Pläne für neue Expeditionen ausbald Oh, warte So Dann mal die Hopfenrute Kann Ich weiß nicht, ob es dich interessiert, Maurice Aber Noto Biwan hat dich mal im Bus getroffen Tatsächlich? Ja Und war es ein erbauliches Erlebnis? Er ist nicht ins Detail gegangen Wir müssen jetzt alle drauf warten, dass er antwortet Aber ich werde dich natürlich unverzüglich darüber informieren Sehr gut Aber das ist so jemand, wie du noch Bus fährst Fährt, ey Ja, manchmal bin ich halt dann doch auch mit dem gemeinen Volk, weißt du So ein Keanu Reeves-Typ In Anno knechte ich es Aber in echt bin ich ganz, ganz handzahm Ja, dann können wir uns ja darüber freuen, dass du noch nicht am Cup bist Und nur sehr gute Anno-Spieler sind Was ist das denn? Was? Was ist das denn? Halt Kann mir irgendein Geld leihen 30.000 Geld 30.000 Geld? Als wenn man die jemals zurückbekommen würde Ja, klar sogar Ja, na klar Doch, doch Sagen wir 10% Interest Ich habe wahrscheinlich gar nicht so viel Kann das sein? Alter, wo ist es denn hier? Ich hätte das schon Ich weiß gar nicht, wie ich es hier geben kann Wo ist denn hier? Setz die Segel Ich glaube, das geht gar nicht, oder? Kann ich Leuten Geld geben? Ich weiß es auch nicht Kriegt man schnell Geld her, hier in dem Spiel Oh nein Oh, wessen Schiff war? Wo war das? Hoffentlich nicht meins, oder? Geht die da noch rein? Ah Gott Wurde gerade euch ein Schiff zerstören? Äh, nee Come on Ich habe hier kein Holz mehr Ah, nein Ein neuer Auftrag Lass das doch hier einfach direkt mal eine Handelsroute bauen Ah, so geil sind die alle hier nicht, die Inseln Warum gibt es denn hier nicht so richtig geil Inseln? Rute eingezeichnet Ach ja, ich kann Anteile von dir kaufen, Dennis, dann kriegst du Gold Das ist natürlich dann auch mit Nachteilen für dich verbunden, weil du dann weniger einnimmst Deswegen Weiß ich nicht, ob das so schlau wäre Man hat gesagt, es gibt auch irgendwie einen Diplomatiereiter oder sowas Ich, äh, vielleicht wenn man erst ein Bündnis eingeht Ich kann im Diplomatiereiter nur Frieden, also nur, nee, Verträge Aber müsste das nicht über Handel auch gehen? Dass so quasi, dass er halt zum Beispiel jetzt dir einfach einen Stein abkauft und du sagst, wie viel du dafür haben möchtest? Das müsste man doch hochdrehen können, oder? Das ist eine gute Frage Nee, die Preise für Waren kannst du die in Anno überhaupt? Ich glaube nicht Mein Chat sagt, ein Geschenk machen Ja, aber wo mache ich das? Weil wenn ich auf Diplomatie gehe bei Denzel und dann auf Verträge, dann kann ich Handelsrechte ersuchen, nicht Angriffspakt erbitten oder Krieg erklären Hast du schon Anteile gekauft? Weil ich hab ja Geld gekriegt Ah, okay, ich brauch mittlerweile nur noch 20.000 Wofür brauchst du so viel Geld? Ich würde mir gern was kaufen Ich hab Angst, wenn ich das sage, dass mir das Dirndlass wegfällt Ah, verstehe Oh, was ist hier los? Wieder irgendwelche schlimmen Musiken Was ist das denn? Was ist das denn? Endlich gibt es wieder was zu essen So, jetzt können wir hier eine Feuerwacht bauen, die ich tatsächlich komplett verpennt habe hier Oh, ey, so viel zu tun, das ist ja Ja, das ist schlimm Ich bin das Werkzeug, das Gottes Urteil vollstreckt Weil dieser Gefängniswärter ist aber auch wirklich ein arroganter Schnösel Absolut Was bildet er sich eigentlich ein? Sein ganzes Ding So Okay, dann fahren wir jetzt mal da hin Ruder übernehmen Das hier Toll Was das geht Die Menschen lassen sie hochlegen Ah, diese schäbige Piratin schon wieder So viel zu tun, so viel zu tun Ach, ich bin ja dumm Na, sei nicht so hart zu dir selbst Ja, gerade ist tatsächlich Viel Viel zu tun hier Warte mal Warte mal Einsatzbereit Einsatzbereit Ei Schiff unter Beschuss Oh Was? Wo ist mein Schiff? So, die Piraten kommen nicht davon Ein Volltreffer Was? Wie? Was? Bereit für den Einsatz So, nur das hier Shit Kacke Das läuft nicht so gut Da muss ich ja größere Geschütze auffahren Das läuft nicht so gut So, kriege ich das hier noch irgendwie hin? Ne Stimmt, Nils. Sei nicht so negativ. Ein weiter Weg. Jawohl. So, wird das schon mal gelöst. Dann. Oh, ne. Dreh durch. Jetzt ist das, worauf ich gespart hab. Jetzt vertecken die das gar nicht mehr. Nein. Das war die Fruchtbarkeit für Pa... Hat einer von euch die Fruchtbarkeit ...Paprika gekauft? Mal ganz ehrlich. Nope. Ich hab gar nicht gesehen, dass es die gab. Sonst hätte ich sie, glaube ich, versucht. Nee, ich brauch sie ja eigentlich gerade nicht. Nee, aber die spawnt ja in einer Zeit, ne? Die spawnt? Mhm. Das erneuert sich immer wieder. Das Angebot. Ach, irgendwann bietet die gleiche ... ... ... ... ... ... ... An gleicher Stelle kann ich das bald wieder kaufen, meinst du? Ja, das ist random, was angeboten wird und das resetet sich quasi nach einer gewissen Zeit und dann hast du ein neues Angebot. Das heißt, wenn es weg ist, dann liegt es dann nicht daran, dass es einfach ausgelaufen ist, weil es halt, ich glaube, es ist irgendwie fünf Minuten oder zehn Minuten ist das fix drin und dann wird es einmal ausgetauscht. Ja. Ha, wie gut! Und jetzt ist es wieder... Ach, scheiße! Jetzt habe ich viel, so habe ich den... Aber du kannst auch selber Geld ausgeben, gell? Um es neu auszuwürfeln, was der hat. Ja, unten rechts, du hast recht, stimmt. Ich erinnere mich. Geht bei euch eigentlich auch die Performance so allmählich in den Keller? Ich habe von Anfang an Mikrolex leider bei Anno momentan. Das Spiel ist ja doch ein sehr anspruchsvolles... Ich merke gerade, dass man scheinbar so eine Multiplayer-Runde auch noch mal mehr zieht als eine Singleplayer-Runde. Das ist mein Eindruck. Das ist auf jeden Fall, ja. Ich habe extra runtergeschraubt vorher noch einmal. Das war, glaube ich, ein Smart. Auch sonst ist der Trick ja auch, wenn du den Kameratilt ein bisschen spitzermaßen flach, ne? Mhm. Also, wenn du weniger Horizont siehst und mehr Vogelperspektive ist, dann direkt Performance-Schub. Neue Ziele? Leute, jetzt macht halt mal wieder Wurst hier! Kriegsschef meldet sich zum Dienst. So. Neue Befehle. Schiff unter Beschuss. Wer macht denn hier sowas? Keine Anwendung. Nein. Ach. Gitt'shaft. Zwarchen? Vielleicht mir das hier still. Das kochen wir gerade nicht so sehr. das ist eine gute idee dann können wir es mal so machen wie schön in dieser zeit zu leben schon ein Baum? das haben wir uns verdient ich habe so Gierhilse auf meiner Insel was brauche ich denn? Sie brauchen dringend ein Lachen mir fehlt noch einiges an Material so haben wir noch irgendwo Engpässe hier? Fisch ist gut, ist auch gut das läuft alles perfekt das läuft Hier sollte man auch mal wieder aufrüsten, allmählich, glaube ich. Wo geht es denn weiter? Die kann man mal aufrüsten, jawoll. Und dann hier erstmal das natürlich. Okay. 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 Schönen Tag auch. So. Schiff und der Beschuss. Schiff und der Beschuss. Wo werde ich wieder angegriffen? Ach, das ist wieder Nils. Ja, mein kleiner, süßer Schoner wird hier einfach schonungslos. Das ist gemein. Ja, aber das meine ich doch auch. Die jagen mich da über die halbe Map. Neue Befehle? Wie kann man denn so... Ich hoffe, Ihnen etwas besseres aufzubauen. Okay. Was? Oh. So. So. Jetzt vielleicht einfach mal schlussend lustig. Ich höre ich da auch noch die Aufstandsmusik. Okay. Herzlichen Dank. Hey. Da täuscht du dich. Hä? Welche Stufe ist denn Baumwolle? Baumwolle ist Neue Welt. Ist das die dritte Stufe schon? Es gibt ja nur zwei in der neuen Welt. Ähm. Hä? Wir haben ja weniger als daheim. Da gibt es nur die Obreros und die Jornalos. Ja, aber was muss ich denn für Baumwolle machen? Das ist ja nicht Alpakawolle, ne? Ne. Da ist es eine eigene Fruchtbarkeit. Aber die habe ich. Also ich frage es nur. Dann musst du einfach deine Siedlung weiter aufrüsten. Das kommt dann irgendwann. Ich habe es auch nicht mehr auswendig im Kopf wann ehrlich gesagt. Ähm. Ich verzeihe dir das. Das ist lieb. Ja gut. Dann gibt es noch ein paar mehr Bumis. Ein Linienschiff, zwei Fregatten? Wat? Bisschen nicht? Ein Linienschiff, zwei Fregatten? Schiff unter Beschuss. Gute Frage. Kommt glaube ich auch darauf an, wie gut du es steuerst. Ein Linienschiff schafft ohne Probleme, zwei Fregatten. Das Problem, also oder das positive in Linienschiffen ist, äh, linke und rechte Steuerseite von den Linenschiffen laden unabhängig voneinander nach. Das heißt, wenn du gegen, also mit dem Wind fährst und du dich quasi richtig mitdrehst, kannst du viel öfter schießen, als du sonst schießen könntest. Und wenn du das richtig spielst, dann ähm, gewinnst du das. Hast du gerade gesagt, man muss irgendwie auf die Windrichtung achten? Ja, unterschiedliche Schiffsarten fahren unterschiedlich schnell mit oder gegen den Wind. Zum Beispiel sind die Segler, sind alle im Wind schneller, wobei Linienschiffe unfassbar langsam sind und sich fast nicht richtig bewegen gegen, ähm, den Wind. Das ist zum Beispiel bei einem Clipper ist ein wesentlich schnelleres Schiff als ein Linienschiff. Und die ganzen Ölbetriebenen Schiffe funktionieren alle schneller gegen den Wind als die, ähm, Segelschiffe. Krass. Du hast die Windrichtung, die dir immer angezeigt wird und wenn du dich halt mit dem Wind bewegst, kannst du auch schneller drehen und wenden, was du beim Kämpfen brauchst. Wo sehe ich denn die Windrichtung? Wenn du das Schiff angeklickt hast. Ja? Dann siehst du einen Pfeil, der wegzelt. Ach was, das ist ja geil. Dieser Pfeil ist quasi die Windrichtung, die es gerade hat. Wieder was gelernt, siehst du mal. Boah, ich brauch einfach so viel mehr Geld. Immer. Wie, es mangelt an Arbeitskraft. Warum? Die haben noch Kleidung, die haben Fisch, die haben Platz, die sollen gefälligst glücklich sein. Das stimmt. Es geht halt gar nicht, dass die sich da jetzt beschweren. Ich kann das auch nicht ab. Hm. Und wenn man vom Teufelschiff, äh, Schiff. Äh, Schiff. Äh, Schiff. Ich bin ein bisschen froh, dass wir die anderen DLCs nicht auch noch drinnen haben. Ja, das dachte ich mir eben, dass das totaler Overkill wäre. In Einzelteams auf jeden Fall, ja. Es gibt auch, also ich liebe Anno, aber es gibt kaum ein Spiel, das mich auch so schnell schliefrig macht. Tatsächlich. Ja, total. Ist das gerade bei dir der Hafen eingegriffen? Ich, ja. Nee, da kommt einfach einer. Wie, du gut doch nicht. Ja, ich hatte Angst, dass es bei mir ist, aber wenn es bei dir ist, muss ich mir ja keine Sorgen machen. Ja, aber das ist doch, die freie Welt ist doch in Gefahr. Ich meine. Siehst du dich so, Nils? Bist du die freie Welt? Ja, also, wer von uns denn sonst? Ich danke Ihnen für das Vertrauen, Direktor. Ich habe einfach dieses Schiff jetzt schon dreimal vergessen. Sie tun, was nötig ist, um Haus und Hof zu schützen. Ich brauche mal jetzt hier ein Schiff. Da kann ich mir kein Schiff leisten. Hast du die Baumwolle gefunden? Nee. Wenn du in der neuen Welt unter den Segeln schaust, das ist direkt die erste Stufe. Ja. Und das fertige Ding sind die Segel. Und wenn du da drauf klickst, kriegst du quasi diese Baumwollenreihen voll. Ah. Und dadurch kriegst du es dann. Ah, dankeschön. Und das heißt aber, ich kann, ich will ja so Mäntel bauen. Das kann ich denn. Das heißt, die Baumwolle muss nach Hause zu mir und da baue ich dann die Mantelfabrik oder was? Genau. Du baust quasi von dieser dreier Reihe von den Segeln baust du nur zwei. Dann hast du diese fertige, dieses Baumwollding. Das lieferst du in die neue Welt und dort zusammen mit Leder, in die alte Welt. Mhm. Und dort kombinierst du es dann quasi. Ja, das macht Sinn. Von der Baumwollding draußen. Sehr gut. Danke, danke. Danke. Kein Dögen. So. 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 Die Frage, die sich mir jetzt stellt. Und dann noch mal. Das ist jetzt etwas. Und das ist alles. Und das ist alles. Wie geht es jetzt gerne. Okay, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, ähm, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Ach, da bin meine Produktion jetzt einfach so richtig schön angelaufen, was. Großartig, ey. Und was? Ja, ich produziere einfach alles gerade und das macht einfach Freude. Ich habe jetzt mein drittes Linien-Schiff auf dem Weg. Bald habe ich mein viertes. Okay, das klingt auch ganz geil. Das ist einfach gut, es läuft prickelnd. Ich habe vergessen eine Feuerwehrstation zu bauen und bin draufgekommen, bevor es brennt. Sehr gut. Ich bin echt, also ich kann mich gar nicht beklagen gerade über meinen Spielstand. Das ist gut für dich. Das mit der Feuerwehr könnte mir auch nicht passieren. Nee, mir ist das noch nie passiert. Ich habe immer Feuerwehren korrekt gebaut. Vielleicht nutzt ihr einfach die Sekunde und kontrolliert, ob ihr genug habt, ne? Also, wir könnten alle mal kontrollieren, ob wir genug haben. Das ist nur so ein Gedankengang. Setz dich lieber in den Schatten, Hefe. Hefe. Hefe, sagt er mich. Ja. So, Verbrauchsgüter. Wenn ich das jetzt habe, okay, dafür werde ich viel mehr brauchen als nur das, was ich hier gebaut habe. Oh, es ist so schön, wenn man, also ich will da jetzt nicht weiter Öl ins Feuer gießen, aber es ist so schön, wenn man einfach ein bisschen mehr Platz hat gerade. Das macht mein Leben gerade einfach, ja, ich sage euch, wie es ist, die Lebensqualität ist angehoben dadurch. Und das ist wichtig. Lebensqualität ist wichtig. Mir auch. Ja. Ja, und vielleicht bekomme ich sogar Bier und Schnaps irgendwann mal. Das wäre dann das Nonplusultra. Der Umgang mit Ihnen könnte mich noch teuer zu stehen kommen. Vielleicht so out of context nicht so gut klingt für den Twitch-Chat, aber... Wir alle wissen ja, wie es gemeint ist. So. Okay. 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 Ah, hier ist das Ding, ja gut. Ah, sie schließen sich der gerechten Sache an. Was? Ich habe irgendwann ein Schiff versenkt. Aber und wollte ich gar nicht. Egal. Passiert. Hat sicherlich verdient gehabt. Bestimmt. So, jetzt fehlen wir hier wieder, Leute. Was ist denn hier los? Hauen wir alle ab, oder was? Ich kann halt einfach niemanden mehr beherbergen auf meiner Insel. Ja, es wird alles kritisch zu erwähnen. Ich muss jetzt irgendwie mal versuchen, die blöde Kohleproduktion auszulagern, aber leider ist die ja, braucht man dafür ja schon die zweite Bevölkerungsstufe. Meine anderen Inseln sind eigentlich alles reine Arbeitslager, wo eigentlich nicht angedacht ist, dass die Leute irgendwelchen Luxus bekommen, in dem sie leben dürfen. Oh, das ist ja krass. Das Saatgut gibt es in verschiedenen Qualitätsstufen. Und wenn ein günstiges Saatgut kauft, dann ist die Produktivität reduziert. Das wüsste ich gar nicht. Das ist ja mega krass. Da steckt bestimmt irgendwo eine Lektion drin. So, nicht billig kaufen. Ja, es lohnt sich halt. Also 15% Produktionsmalung bei deinen essentiellen Ressourcen ist mega krass. Das willst du natürlich nicht. Aber ich kann es mir halt nicht lassen. So, wir sind wieder beim kurzen Überblick über alle. Pia und Nils, erzähl uns doch mal ein bisschen Geschichten aus dem Cup. Ja, da muss Pia mal anfangen. Die hat nämlich, glaube ich, ein bisschen mehr Cup gehabt. Ich bin ausgerastet. Warum? Ich versuche gerade, die große Insel, also den Kontinent zu besiedeln. Und ich habe da so eine Krankheit mit diesem Kontinent, dass ich einfach nicht aufhören kann zu planen. Weil ich einfach viel zu groß plane. Immer, jedes Mal. Aber mir geht es unfassbar gut gerade. Ich habe den Frust aus der neuen Welt einfach jetzt runtergefluckt und ignoriere den. und konzentriere mich ganz auf die Hauptstadt. Und wie ist die Lage in der neuen Welt derweil? Hast du das einfach, ist das jetzt, lässt du die Leute da vor sich hin versauern unter Piratenherrscher? Ja, die sind einfach, also nee, nee, also sie sind ja nicht am Arsch oder so. Sie sind nur nicht so, also ich bin nur gerade nicht so viel da. Darum kümmern wir uns noch. Aber ich finde es gerade wichtiger, den Kontinent zu befestigen, als meine Streitmacht auf zwei Gebiete aufzuteilen. Also erst hier befestigen und dann mit der Armee rüber, und also mit der Flotte und dann dort aufräumen. Es geht nicht alles gleichzeitig. Ja, das ist alles von meiner Seite eigentlich. Dann Nils, du bist der Zweite am Cup. Wie fühlt sich das an? Also ich gehe mal rüber zum Cup. Also das ist einfach der Wahnsinn. Die Wasserqualität ist überrangend. Die Einheimischen sind nicht vorhanden. Und ja, es ist einfach offene Wildnis. Also man kann hier leben. Es ist für jeden Platz, der es hierher schafft logischerweise. Es ist natürlich technologischer Fortschritt und Skill von Nöten, um überhaupt dieses Eiland zu erreichen. Aber dann, wenn man einmal hier ist, das ist ja der Oberhammer. Sehr gut. Denzel, bei dir hast du inzwischen das Geld, das du wolltest, und das Saatgut. Nee, ich habe das billige Saatgut drauf jetzt, leider. Das ist nicht ganz so. Meine Paprikas, die werden da ein bisschen eher so bräunlich, gammelig. Aber immerhin habe ich Paprika, etwas, was ihr, glaube ich, alle schon seit fünf Stunden habt. Und jetzt kann ich auch Dinge mit Paprika machen. Sehr gut. Und die halten mich nämlich echt zurück gerade. Nämlich das Problem, das... Was braucht man nochmal? Wofür braucht man Paprika? Was ist mit Fleisch? Irgendein Essen. Wo ist das so? Ja, ansonsten... Gätschen. Konserven, genau. Für die Konservenfabrik bräuchte ich das. Und ansonsten... Ich hatte bis dato Probleme, jetzt geht's. Sehr gut. Bevor wir uns in die Gruppe verabschieden, Pia, du hast schon deine Absichten recht klar gemacht, dass du gedenkst, mich anzugreifen. Das haben wir alle gehört. Wenn du jetzt darauf aus bist, mich mit Linienschiffen hier anzugreifen und du deswegen nochmal nachfragst, ich habe gesagt, ja, ich werde wahrscheinlich in der neuen Welt mit Krieg führen, weil da einfach keine Inseln sind. Aber ich habe auch ganz eindeutig gesagt, dass ich die Piraten zuerst angreife. Du kannst natürlich jetzt trotzdem herkommen und mit mir Krieg führen, wenn du darauf aus bist gerade und versuchst, hier ein Krieg, ein Kriegstreiberisches Sein zu forcieren. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall sehr viel Glück. Wir werden uns wehren. Gut. Dann. Feuer frei! Oh shit. Was? Echt? Geht es schon los? Ich dachte, du wolltest in die Pause gehen und dann gibt es einen Krieg oder was? Es gibt jetzt nicht die Pause, sondern die halt, die, 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 wir reden jeder für sich Runde. Voll, voll spannend. Ja, die jede für euch Runde ist für mich die, ich gehe nicht auf den Klo Runde. Ei, 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 ei. Alter, habt ihr Krieg jetzt? Und damit verabschiede ich mich in die Gruppe. Warte doch mal. Jetzt haut er ab. Hat er den Krieg erklärt? Ja, natürlich. Oh, das ist ja mega spannend. Kann ich irgendwie Embedded Journalist oder sowas sein? Wenn da jetzt die Insel, ich meine, Vampir hat ja hier die schöne, die schöne neue, das schöne Cup. Da kann ich ja jetzt nicht hier einfach drauf warten, bis sie da wirtschaftlich expandiert. Oh, 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 oh. Und dann ihre Bedrohungen gegen mich wahr macht, diese Ungerechtfertigten. Das sind natürlich jetzt einfach unglaublich spannende Entwicklungen. So. Äh, das muss weg. Das muss weg. So, also ich finde, ich habe mich da nur verteidigt. Die Geschichtsbücher werden ganz klar sagen, dass das, äh, das ganz klar eine Bedrohung ausging von Pia's Imperium. Ja, das ist nur schön. Das kannst du gerne noch machen. Die ist ja schon vorbei. Habe ich nie passt? Also ich habe jetzt zwei Inseln geplättet. Äh, eine? Ich hatte da nur eine. Ne, ich habe ja da eine eine oben und eine in der neuen Welt. Ah, die eine in der neuen Welt, die hat er uns auch weggemacht, okay. Ja. Von langer Hand geplant. Ja. In meinem Chat hat gerade jemand geschrieben, ich wusste, warum ich mein GameStar-Abo vor einiger Zeit gekündigt habe. Also ich finde das ungerechtfertigt. Also dein eigener Chat hat er wohl genau mitgekriegt, was für fiese Pläne du geschmiedet hast. Ich finde das gut, dass der hinter mir steht, der Chat. Also nach meinem, nach meinem schweren Start, den ich hier hatte, ähm, finde ich das absolut gerechtfertigt. Neue Verkäte? So, jetzt bin ich auch endlich im Cup. So, das ist jetzt absolut problematisch für mich, weil du mir damit meine Suppenproduktion zerstört hast und ich jetzt ins Bankraut rutschen werde. Ja, ich, das war, das war natürlich genau der schäbige Plan. Das habe ich auch erwartet, also so ist nicht. Ähm, das habe ich auch erwartet, das ist okay. Haltet Sie auf Kurs! Sicher, dass dir auch niemand gefolgt ist? Hey, sag mal, um die Fruchtbarkeit da jetzt zu aktivieren, wo muss ich die reinstecken? Hört mich jemand? Ja, du musst, glaube ich, einfach so eine Art, nee, nicht Radrasch, sondern Handwerksgilde oder sowas bauen. Ja, wie das genau heißt, müsste ich wissen. Also es gibt hier was, das nennt sich Hafenmeisterei, das ist es nicht, ne? Nee, nee, das, ähm, das... Oh Gott, ey, die hat ja hier richtig auch schon das Cup befestigt wie Sau. Ach, die sind jetzt im eigenen Ding, ne? Ähm, das ist nochmal Unschiff, das da gerade, jaja, das war seins, das in meiner Dings dran stand. Irgendwas mit Gilde oder sowas? Das ist halt ärgerlich. Das Cup ist natürlich abzuschreiben, äh, aber... Aber ich meine, vielleicht kann man so ja ein wenig, äh, verhindern, dass das Cup zu schnell ausgebaut wird, indem man so ein bisschen an die Wirtschafts-Daumenschrauben ansetzt. Hast du das schon mal gebaut, Nils? Kannst du das rausfinden? Ja, warte, 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 gib mir mal eine Sekunde, das ist... Handelskammer? Handelskammer, ja. Handelskammer, genau. Ach, ich hab's mitten ins Dorf gebaut, ey. Ich finde das super, dass du mir Baumaterial hierher geliefert hast, einfach. Das ist, äh, in der Tat sehr freundlich von dir gewesen. Mein schönes Schiff. Ja, das war halt von dir taktisch gesehen nicht der beste Zeitpunkt, um mir den Krieg zu erklären, ne? Also, du hättest vielleicht so eine Sekunde länger warten müssen, bevor du dein, äh, dein Schiff... Du hast mir halt den Krieg erklärt, dass wir zwei Inseln abgenommen und dann stand halt einfach dein Schiff in meinem Hafen. Absolut, also, also, dieser Kapitän kann zu Recht die Anstattung gegen mich erheben, dass ich ihn als sein Herr und Meister quasi verraten und im Stich gelassen habe. Und den Wölfen vorgeworfen, sozusagen. Aber im Krieg, ich meine, man muss ja auch Opfer bringen. Also, Krieg gewinnt man ja nicht, indem man immer so jeden einzelnen Mann, ne? Ah, ah, wenn jetzt der eine Kapitän, äh, ich meine, zwei Inseln gegen einen Kapitän ist doch, äh... Würde doch niemand sagen, auch du als versierte Strategin wirst doch sofort sagen, ist doch ein guter Tausch, oder? Ich würde meine Menschen niemals so opfern. Ach so. Ja, dann, äh... Ey, du hast deine eigenen Kinder bereits ermordet, das habe ich noch in keinem Stream getan, ja? Ich habe versucht, aber ich habe es nicht getan. Aber ich finde es schön, dass du gesagt, noch gesagt hast, dabei gerade, dass du es halt... Ja, ich mache mir ja keine Illusionen, es wird noch weitere Crusader Kings Runden geben und ich weiß ja, wie das immer läuft, ne? Manchmal muss man halt auch tun, was man tun muss. Ja, 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 das sehe ich auch so, tatsächlich. Das sehe ich auch so. Aber ich finde es sehr nett, dass du nochmal abgeklärt hast bei mir, ob das also wirklich okay ist für mich, dass du mich angreifst. Das fand ich sehr schlammend, tatsächlich. Ja, das, äh, ich will ja schon, äh, hier nicht irgendwie Unsinn bauen, ne? Nee, nee, ich spiele auch nie wieder mit dir. Also, das hat sich auf jeden Fall erledigt. Nein! Ja, alles gut. Ich habe nur, ich bin ein bisschen zu langsam im Befestigen gerade und das ist nicht so schön. Und ich fühle hier so ein bisschen den Stress aufkommen gerade. Vor allem, wenn ich deine Flotte gesehen habe und die... Also, ich glaube nicht, dass du jetzt hier so einfach ins Cup reindüsen könntest, aber... Nee, wahrscheinlich nicht, wenn du mich besuchen würdest. Ich habe ja umgekehrt auch deinen Cup gesehen. Du hast es leider ziemlich gut befestigt. Deswegen... Hast du denn jetzt schon wieder angegriffen? Greifst du schon wieder was an von mir? Ja, so ein bisschen. Was ist denn... Oh, mein Gott, ich kann nicht überall gleichzeitig gucken. Wo ist denn das jetzt? Ich habe doch gar nichts mehr. Oh, da oben. Das wird die nächste Insel sein, die gleich fehlt. Die hast du leider deutlich besser befestigt. Ja, die anderen habe ich gar nicht befestigt, glaube ich, weil die nur so kleine, was weiß ich was Dinger waren. So, und ich kam halt nicht dazu, alles zu befestigen. Ja, ich könnte trotzdem drüben, aber es wäre halt jetzt zu dem Zeitpunkt Wahnsinn. Weil realistisch betrachtet kann ich nicht alles verteidigen, was Moritz gerade angreifen kann. Und wenn ich jetzt meine Armee aufsplitte, schwäche ich mich damit selbst. Scheiß. Alles, was ich verteidige, ist im Hauptkontinent, weil der hat mehr Wert als die andere Stadt. Das gibt's doch nicht. Deswegen ist das Einzige, was ich gerade machen muss. Ich kann das halt eigentlich nur dort ignorieren. Alter. Dass es ihn einfach noch ein bisschen beschäftigt, damit ich eine Chance habe, das hier auszubauen. Shit. Sonst verliere ich das Cup und dann bin ich RIP. Ja, das Cup hast du dir auch sehr nice unter den Nagel gerissen. Da ziehe ich meinen Hut davor. Ich habe es tatsächlich komplett verpennt. Mein Chat ist auch richtig sauer geworden irgendwann. Maurice, deine Expedition ist schon wieder. Musst draufklicken. Ich so, ja Leute, ich... Weil am Anfang, zu meiner Verteidigung, sie haben am Anfang stehen schon gesagt, Maurice, geh ins Cup, geh ins Cup. Und ich so, Leute, ich habe 300 Handwerker, wie soll ich ins Cup gehen? Das geht noch nicht. Und dann war ich in diesem Modus drin und habe das immer noch gedacht, als es schon ging. Ja. Leute, ihr redet unsinnig, ich kann nicht ins Cup. Und so, ja doch, du kannst ins Cup. Ach, scheiße. Das kenne ich sehr gut, diesen Modus. Das passiert mir tatsächlich auch immer wieder. Leute, natürlich kann man andere Leute auch in den Krieg mit reinziehen. Aber ich weiß nicht, warum ihr jedes Mal, wenn mir jemand den Krieg erklärt, dieses Bedürfnis habt, mich dazu zu drängen, irgendwo hinzulaufen und um Hilfe zu rufen. Ich weiß nicht genau, warum ihr so wenig Vertrauen in mich habt, dass das irgendwie jedes Mal die automatische Reaktion vom Süß... Oh mein Gott, du wirst angegriffen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Frag doch mal, was die anderen... Ich habe doch... Guck mal, wie ich hier befestigt bin. Was will er denn machen? Ich habe hier vier Linien, Schiffe stehen. Ist doch alles entspannt. Ich habe damit gerechnet, dass ich die anderen Sachen verlieren werde. Deswegen liefere ich seit einer Stunde nur noch Ressourcen auf den Kontinent. Und dann heißt es halt... Ja, also das... Ich habe auch nie erwartet, dass das hier eine einfache Sache wird. Aber ich dachte trotzdem, im Cup langfristig wirst du mir davonrennen. Deswegen... Jetzt kann ich eigentlich nur noch den Erstschlag versuchen. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und hoffen, dass das was bringt. Ja, es ist tatsächlich zu einem sehr ärgerlichen Moment gekommen. Weil ich quasi noch abhängig bin von der anderen Insel. Wenn du eine halbe Stunde länger gewartet hättest, dann wäre es komplett egal gewesen. Auch das habe ich mir gedacht. Also das kam ja so ein bisschen auch so... Ja, okay, jetzt hat sie auch schon hier Pelze. Und was weiß ich... Früher oder später... Muss man da mal was tun. Schauen wir mal, das haben wir auch. ... mit dieser Schurkerei noch klar zu kommen. Hallo Schurkerei, ich unterstehe mich. Was für eine Schurkerei. Ich finde es übrigens schön, wie nah dein erwählter Künstlername an dem Wort Schurkerei schon dran ist. Ich finde, du outest dich halt wirklich 100% selbst. Schurioca, Schurkerei ist fast das gleiche Wort. Nee, nee, wirklich nicht. Doch, finde ich schon. Nee, nee, also ich finde, du unterstellst mir hier gerade Dinge. Ich glaube, das ist kein Altschurkisch. Ja, Dennis ist wieder da, Leute, wir haben ihn. Da ist er wieder. Nils, was sagst du denn? Schurioca, Schurkerei? Ich kann mir lieber besser einteilen. Ich weiß, dass das ein 8-Stunden-Event ist und ihr Quatsch so gebrochen. Und ich habe jetzt noch Energie. Ihr werdet gleich einklappen. Es ist schon Krieg aufgrund offenliegender Nerven. Mal gucken. Also, ich habe keine offenliegenden Nerven, aber... Nein, ich habe ein Degowerk gebaut. Was? Okay, ich habe vielleicht doch offenliegende... Nee, es war doch richtig. Ich habe doch offenliegende Nerven. Vergiss. Hä, wie wollte ich das denn jetzt anordnen? Das kann ich dir nicht sagen. Ich brauche einmal eure... eure Hilfe. Ich habe jetzt diese Paprika-Fruchtbarkeit in eine Handelskammer gesteckt. Aber ich habe trotzdem nicht die Fruchtbarkeit auf dieser Insel. Die Fruchtbarkeit ist nur in dem Radius von der Handelskammer. Was, war das schon immer so? Ja. Krass. Tja. Tja. Achtung. Ich bin zu langsam, Leute. Ich glaube, das ist das Problem, teilzunehmen mit uns allen. Ich glaube, keiner von uns ist gerade so schnell und allunsichtig, wie er gerne wäre. Ja, das kann ich bestätigen. Ja, aber mich ärgert es ganz besonders viel. Das ist legitim. Das ist dein gutes Recht. Mich ärgert es gerade richtig, richtig, richtig viel. Ich muss einfach ein bisschen schneller werden. Muss nicht viel sein, aber nur ein bisschen. Hm. Das muss hier hin. Habe ich noch eine zweite Kohlerei? Ist das eventuell Eisen und Kohle nehmen? Oh, nice. Oh, ist das schön. So, so stelle ich mir das vor. Okay, und dann haben wir 30. 30. Ich brauche eine zweite Kohle. Ach, Demit. Doch nicht so perfekt. Kohle ist bei mir auch ein fettes Problem gerade. Ja, das ist alles noch semi-optimal gelöst hier in der Ferne. Ach, halt Bananen. Brauche ich ja dafür. Ach, ich denke, das sind die denn gar nicht. Ich bin mal wieder... Nur Unsinn! Das ist schön. Tö-tö-tö-tö-tö-tö. ihr weg. Oh Gott. Alter. Wundert mich das nicht, dass das dein Chat ist. Ja, ich muss ja zugeben, man hat den Chat, den man verdient. Und ich habe einen Chat voller Schurken verdient. Und ich bin völlig froh darum. Ich schätze meine Schurken. Ich habe mich verguckt. Dankeschön, Chat, für den Hinweis. Ich bin ein Idiot. Okay, dann müssen wir nur zwei von denen bauen, oder? Dann kann ich ja das da hinten wieder abreißen. Ich habe einfach gerade so voll den Stress. Ich habe das Gefühl, ich verliere gerade voll viel Zeit. Ich kriege gerade voll diesen wir sind in einer Schlacht Stress. Und wie viele waren das jetzt? Du hast einen Chat voller Könige und Sieger, sagt mein Chat. Das kann ich auch gut heißen. Ei, ei, ei. Können wir doch allmählich hier dann auch mal anfangen können. Und Königinnen wird korrekt angemerkt. Ebenfalls das. Alter, das gibt es doch nicht mehr, der Wurst. Wie viel Wurst fressen die denn? Das frage ich mich auch öfter. Wurst und Whisky. Halt echt, ey. Fressen Wurst ohne Ende und beschweren sich dann, dass zu viele Schweine auf der Insel sind. Oh, nee. Oh, nee. Das Leben eines Bauern mag bescheiden sein, aber... Andere sagen, Maurice, du kannst froh sein, dass ich zu dir halte, obwohl du kein Schönbauer, sondern Effizienz-Banause bist. Ja, ich glaube, das mit dem Schönbauen haben wir aber alle so ein bisschen aufgegeben heute. Nee, das stimmt nicht. Was soll's das denn? Also, das ist aber dreist. Oh, okay. Habe ich da einen wunden Punkt getroffen? Du hilfst dich um Kopf und Kragen. Das tut mir leid. Das, ähm... Ich bitte um Verzeihung. Na gut. Hey, eigentlich. Seht ihr, mir ist so schnell geschluckt, dass ich hier gerade 20 Kleidung geliefert habe und die schon wieder weg ist? Nee, das kann nicht sein. So was eigentlich hier ausbauen können. Das kann ich ja nicht bauen. Ja, das... Das Cup sieht, äh... deprimierend befestigt aus. Das... Da ist wirklich eine Burg errichtet worden. Das ist ja noch nicht fertig, ja. Eine mächtige Burg, das, äh... Oh. Ja. Bereit für den Einsatz. Beim Cup macht man sich auch nur Feinde, deswegen. Ich weiß gar nicht, äh, bei mir war es mehr deine, deine sehr ausdrückliche Ansage, mir Krieg erklären zu wollen, irgendwann mal, äh, dass das Cup, ich kann ja jetzt so tun, als wäre ich moralisch so hoch, dass ich's dir gegönnt hätte, weil niemand wird mir je das Gegenteil beweisen können. Ich hätte dich nie wegen dem Cup angegriffen, Pia. Ich hätte einfach dann akzeptiert, okay, hab ich jetzt halt verloren, dieses Event, passiert den Besten von uns, Pia hat besser gespielt. Dann ist doch das Event gar nicht verloren, hä? Ja, nee, hätte ich, meine ich, hätte ich dann, wenn du einfach nur das Cup und ich nicht, äh, dann hätte ich das einfach akzeptieren müssen. Du, so wie ich baue, ist es auch gar nicht, also, manchmal reicht das auch einfach nur zu warten und dann gewinnt man trotzdem, weil ich mich so verbaue, groß plane, dass ich bankrott gehe, also, zum jetzigen Zeitpunkt habe ich zum Beispiel entschieden, dass wir aufrüsten müssen und definitiv mehr Kanonen bauen müssen und deswegen fehlen mir 320 Arbeitskräfte, ähm, weil ich als Politikerin nicht akzeptieren möchte, dass Kinder groß werden müssen, bevor sie arbeiten können. Ja. Das ist schwierig. Aber, das wird, das wird, also. Ich ignoriere das einfach weg. Irgendwann, irgendwann gibt, gibt das Spiel das vielleicht auf und sagt, ja gut, Pia, weil du es ja einfach weiter ignorierst, äh, akzeptieren wir das und geben dir das so. Das stimmt. Das wäre großartig, also. Was wollen die denn noch? Wie, die wollen jetzt auch noch Wurst und Brot. Ich muss ja alles neu, oh mein Gott. Mir macht das alles, alles was du sagst, macht mir so Bock auf eine Frostpunk Multiplayer-Runde und dann bin ich wieder traurig, dass man das nicht machen kann. Ähm, fühle ich das auf jeden Fall, das wäre echt cool. Ey, Denso, das auch... Ja, wäre richtig geil. Ja. Denso, du hast das auch mal so krass gespielt, Frostpunk, ne? Was, mein Hafen, wird schon wieder eine... Ja, das ist mega geil. Und wieder... Solltest du mal checken. Oh, mein Gott. Aber ich hab mir dein Let's Player... Ja, wir sind hier noch nicht fertig. Ja, macht mal Action da, ey. Das kommt keine Meldung mehr rein. Ey, Pia, gib dir das doch mal, wie ich hier Action mach, ey. Wo denn? Ja, aber auf Pias Hauptinsel. Ah, da. Oh, ja, geil. Alter! Oh, das ist ja mega spannend. Alter! Alter, was geht da? Pia, oder was? Oder was? Nee, aber ich hab jetzt zum ersten Mal die Armada des Moris gesehen. Oh, ja. Alter! Schwede, krass. Mega. Mega. Der Moris, ey. Geht's in den Weltkrieg geschneiden. Ja, das... Also, das... Es leckt! Es leckt wie Sau, ja. Das heißt, es passiert was. Es... Leckt nicht ohne Grund. Okay, das ist schon eine schöne Armada. Oh, mit einer Kugel hast du mein Schiff noch gekriegt auf der Flucht. Ja, das andere hat aus Glück eurer aus überlebt, ey. Glück, das war purer Skill. Das war purer Skill? Ich glaube auch. Ich hab einfach alle Schiffe genommen und rechtsklick auf Angriff gemacht. Das ist schon Kill. Definitiv, ja. Was passiert, wenn jetzt diese Hauptinsel fällt? Ist dann alles weg? Nee, nee. Dann ist einfach die Insel weg. Aber das ist dann... Pia hat ja das Kappen, deswegen. Aber ist dein Haupt... Ja, das stimmt. Aber deine Hauptinsel ist natürlich schon auch viel... So... Das wird jetzt stressig für mich hier. Ein Feuer ist ausgebrochen. Ach! Glück nicht! Es brennt dort... Hm. Seltsam. Hey! Pia fällt gerade hier. Krass. Oh mein Gott. Ja, ich bin... Also, ich bin gone tatsächlich. Ähm... Ich bin damit schafft man. Was? Ernsthaft? Ich hab... Ja, meine Bilanz ist auf minus 7500 runtergebrochen gerade. Und das kann ich mir finanziell nicht leisten. Ich müsste jetzt gegenangreifen instant. Und meine Armee Amada ist aber nicht rechtzeitig drüben. Deswegen... Das war jetzt, muss ich ehrlich zugeben, gar nicht meine Absicht. Ich hab gedacht, du bist so bequem im Cup, dass ich halt... Nee, 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 ich hab noch nichts hier aufgebaut. Oh nein! Ja, dann hol ich mir jetzt erstmal nur die Anteile vielleicht. Hm. Das ist schlimmer. Noch schlimmer! Ja, weil dann nimmst du mich das Geld aus, während ich die Stadt weiterhalten muss. Das ist tatsächlich schlimmer. Hast du das gerade gemacht? Ja. Ach Gott. Kann ich das irgendwie aufgeben? Ja, aber das ist das, was mich gerade zerstört. Nee, das hab ich aber... Das hab ich da noch nicht gemacht. Also, die minus 7000 waren davor. Ja, aber das Problem ist halt, du nimmst mir gerade... Also, du hast halt die Stadt abgerissen. Warte mal, ich guck mal, wenn ich das jetzt neu aufbaue, das Ding, wie schlimm es dann ist. Aber du finanziell... Also, du nimmst mir ja quasi jetzt alle meine Prozente finanziell ab. Das stimmt, ja. Und deswegen... Das ist halt richtig bad. Also, ich muss die eigentlich abreißen, die Stadt. Aber ich glaube, ich kann sie nicht abreißen, weil sie dir gehört jetzt. Mal schauen. Ja, wie warte, was ist denn jetzt mit meinem Schiff, das da einen neuen Hafen errichten wollte an Pias altem Standort? Du bist ein Monster. Im Ernst. Ja, nee, im Ernst. Zum Drehen, oder was? Ja, aber weißt du, die Frage, wenn ich das jetzt einfach... Wenn ich jetzt einfach einen auf den hier mache, probieren wir es. Einen auf was? Ja, das kriege ich irgendwie wieder gebongt. Gut, das tut mir tatsächlich leid. Es war nicht meine Absicht, dich irgendwie raus zu kegeln, sondern ich dachte, die schnägt mir im Cup so schnell davon. Ich muss hier das Heft ergreifen, solange es geht. Nee, nee, ich hatte... Also, ich bin immer noch auf Bauern im Cup. Ah, okay. Ich habe gerade erst angefangen, die Handwerker auszubauen und ich habe halt noch kein... eine kleine Kette ausgebaut. Deswegen, ähm, aber das macht nichts. Ich habe halt zu viele Linien-Schiffe hier stehen, die zu teuer sind, die ich mir halt jetzt nicht mehr leisten kann, weil ich die halt so defensive hier stehen hatte. Und ich muss die jetzt wegbringen und verkaufen, weil ich sonst halt pleitegehe. Kann ich die? Doch, ich kann die so wegschicken, ne? Ah, gut. So. Ähm, das passt. Ja, das hätte ich nicht ausbauen dürfen. Das ist zu viel jetzt auf einmal. Jetzt müssen wir schnell runterbremsen, bis sich meine Bilanz berückt hat. Ähm, Boris, der Schlechter. Aber die Geschichte wird zeigen, dass es reine Selbstverteidigung war, bin ich überzeugt. Naja, du musstest was unternehmen, äh, wenn du das Gefühl hast, du kannst das Spiel sonst nicht mehr gewinnen. Das ist, das ist dir jetzt auch nicht übel auszulegen. Und du hast natürlich mit Pia die Stärkste im Spiel angegriffen. Von daher... Ich habe tatsächlich gedacht, sie wäre im Cup schon weiter. Ähm, ja, weißt du so, okay, scheiße, wir, wir jetzt, jetzt, jetzt oder nie sozusagen. Aber tatsächlich, äh... Du dachtest, sie ist im Cup weiter, aber dabei ist sie nur im Kapitulieren weiter. Oder? Oh, snap. Als ob ich kapitulieren würde. Ja, also, muss man auch mal sagen. Das finde ich gut. Das ist ein Kämpfergeist, ähm, den ich gut finde. Ich habe hier sogar noch ein Schiff im Cup, fällt mir gerade auf. Das richte ich noch. Also, ich bin, ich bin hier, ich bin nur am Blutlecken gerade. Ich bin entspannt. Gut. Finde ich gut. Die muss ich weiterlaufen lassen, die Produktion. Irgendwie muss ich mir diese Produktion leisten. Wie? Aber mein Chat aus Schurken unterstützt, hm? Hm, also, ganz besonders gern mag ich die Leute gerade in meinem Chat, die mir gerade erklären, dass ich, weil meine Bilanz eingestützt ist, Schnaps und Bier brauche. Ähm, das ist mir gar nicht aufgefallen. Vielen lieben Dank für den Hinweis. Äh, Grüße gehen raus an, äh, Headhunters, Hunters22. Vielen lieben Dank. Äh, nächstes Mal werde ich auf jeden Fall sagen, wenn meine Insel niedergerissen wird, sollen sie bitte alles niederreißen, bis auf den Schnaps. Äh, das, ja, ja, das, ähm, das, das, das sind die wertvollen Ratschläge, die man, die man, bei mir da ist, ist der Chat dagegen, weil sie alles schwurken sind, wie wir schon festgestellt haben, komplett auf meiner Seite und sagt, das ist doch alles Propaganda, Pia hat zuerst angegriffen, Maurice hat sich nur etwas extrem verteidigt. Pia hat zuerst angegriffen, hat noch keinen einzigen Kriegsakt vollführt, aber finde ich gut, also. Ja, so, so werden wir das, äh, bei dir, das ist, äh, spannend. Ich, ich, ich werde es direkt meinem Zeitungsmenschen sagen, dass er es bitte so reinschreiben soll, ähm, okay, dass genau das ist, was passiert ist, objektiv, quasi. Objektiv, das ist auch ein neues, gutes Wort, das da noch dazu geführt wird, ja, finde ich gut, auf jeden Fall. Äh, okay, ähm, Kleidung geht aus, das ist problematisch. Oh, das wäre der Hammer, jetzt habe ich, ach, geil. Jetzt habe ich diesen Einflussbonus, der... Das freut sich dir auch noch, dass das ja großartig ist. Ich habe jetzt diesen Einflussbonus, der mir Arbeitskraft gibt, der rettet mir gerade irgendwie die ganze... Das ist schön. ...die ganze Produktion. Also wirklich, das ist unfassbar schön von dir, ähm, dass das bei dir gerade so ist. Das freut mich auf jeden Fall, dass du dich da gerade noch retten kannst und da gar keine Probleme irgendwie hast. Es freut mich immer extrem, das zu hören bei meinen Mitspielern. Ich finde das total schade, wenn sie dann ernsthaft irgendwo kämpfen müssen. Also deine ehrliche Freude ist rührend. Also ich finde, das ehrt dich auch sehr, dass... Ja, ja, danke. Ja, ich bemühe mich. Ja. Ich werde irgendwann dafür bezahlen. Wenn nicht heute, dann beim nächsten Crusader Kings Event. Ich spüre es in den Knochen. Ah, hätt' ich mal, hätt' ich mal, hätt' ich mal. So war ich denn so geizig. Also mein Chat hat gesagt, das ist ein Kriegsverbrechen, Brauereien anzugreifen. Das Positive ist, ich hatte auf den Inseln keine Brauereien, denn Maurice hat ja dafür gesorgt, dass ich kein Bier bekomme. Deswegen war es auch kein Kriegsverbrechen in dem Sinne. Ja, ja, dein Chat ist, ähm, rückwärts kommt er doch auf die richtige Schlussfolgerung. Er beabsichtigt es gar nicht, aber, aber unterm Strich checkt er dann doch, was Sache ist. Hm, ja, ja, ja. Freut mich, dass du das bei mir im Chat auch besiehst. Ey. Oh, böse Musik, was passiert? Denzel. Was? Was, was, was tust du auf dieser Insel? Was, was macht ihr da? Ich, im Schroße meines Angesichts, erobert da. Das ist meine Insel. Alter. Du bist zuerst. Also nicht als Erster in dem Sinne, aber ich, sag mir, ich war jetzt als Zweiter. Oh, Alter, ist klar. Ich, ich habe, siehst du hier schon meine, meine Schrorenbrinsel, ne, Chat? Hört ihr das? Jetzt drüggelt du mich darum. Ja, 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 ich sehe schon. Das ist sowas von Meisel, Maurice. Nils, ich finde, wir sollten uns hier im Cup verbünden als die Cup-Allianz. Wie siehst du das? Äh, finde ich gut. Two guys, one cup. Was? Bin ich dabei. Neue Befehle? Ne, Maurice, brauchst du den Platz? Ach, ich, ich, komm, ich gönne ihn dir. Ich wollte dich nur ein bisschen er... Was machst du jetzt? Ich meine, das ist jetzt die Frage, ne? Du weißt schon, dass ich die Mittel habe, mir die Insel zu holen. Da kannst du auch nicht so viel gehen, aber wahrscheinlich, wenn ich mich entscheiden würde, das zu tun. Sagst du wahrscheinlich recht haben. Aber möchtest du, möchtest du wirklich der, der Architekt Zweierkriege sein am Ende? Vielleicht nicht, ne? Vielleicht nicht, ne, vielleicht nicht. Ich hab eh grad noch genug zu tun. Okay. Ne, also du hast das, du hast das jetzt erstmal fair and square mir, ich war halt einfach auch ein Penner, mein Schild stand ja schon da und ich hab halt nicht, war nicht schnell genug. Alter, Maurice, Maurice, ich will kein Hetzer sein, aber wenn ich, wenn ich das gemacht hätte, ne, dann hättest du mich so von der Landkarte geblasen. Das kann ich jetzt weder verneinen, noch bestätigen. Ey, wenn ihr wüsstet, wie viel Rum hier im Wasser gerade trieb noch, das ist krass. Rum trieb quasi. Im Grunde konntest du auch mal das mehr trinken, da war so viel Rumanteil drin, dass du das gar nicht gemerkt hast. Ich fühle nichts als unbändige Feuer. Feind trampelt statt nieder. Skandalöse Übernahme. Krieg erklärt. Meine Zeichnung sieht ja gut aus heute. Wir wollen hier mehr Einnahmen, hier mehr Einnahmen und hier wollen wir glückliche Leute haben. Schön. Cool. Es trägt meine Handschrift. Ja, ich hab's ja auch geschrieben. Das ist korrekt. Also in meinem Chat gibt es zwei Fraktionen. Die eine sagt, äh, Denzel muss bezahlen, wir wollen mehr Blut. Und die andere ist eigentlich noch schlimmer, die sagt, lass ihn wachsen, damit er Hoffnung fasst, die Daten nach zu vernichten. Was hast du für einen Chat? Alter Schwede, ey. Ja, ähm, mein Chat, das sind halt ergebnisorientierte Leute, ähm, die... Auf die alte Dame ist Verlass. Ja. Ja, wir warten. Wir warten. Die halt pragmatisch sind. Aha, pragmatisch nennt man das heutzutage. Ja, also... Ich hab tatsächlich keine eloquente Verteidigung gerade, was mich etwas von mir selbst enttäuscht, aber... Es wundert mich tatsächlich auch gerade so ein bisschen. Aber das passiert, ne? Also wenn man so aggressiv Krieg führt, kann das schon sein, dass man sprachlos anhand seiner eigenen Grausamkeit wird? Und das ist nicht abwegig, also... Du hast gerade deine moralische Basis entdeckt, Maurice. Gratulation. Ja, äh... 30 Lebensjahre hat es gedauert, bis ich sie fand, ähm... Nicht allzu viele Änderungen. Alter, was ist das denn bitte? Es gibt eine dritte Idee. Bestraf Nils dafür, dass Denzel die Insel hat. Die gefällt mir. Sie ist gut. Da mach ich mit. Da helf ich dir. Oh, nein. Ich trottel. Ich hab das Gefühl, während Nils und ich hier versuchen so... Als reine, ne, Menschen mit reinem Gewissen unsere Häuser aufzubauen, haben wir hier die Intrigen auf der anderen Seite. Das ist schon echt bedenklich, also... Ja, es ist schade. Es ist schade, ja. Es ist wirklich einfach... Es ist wirklich schade. Ja, das beschreibt es echt gut. Also, da würde ich jetzt mal, ähm... Einen objektiven Drittbeobachter, ähm... Witten, nämlich Nils. Was sagt dein Chat zu der Behauptung, dass du hier auf der Seite jener mit reinen Herzens bist? Also, ich freu mich, dass du um mich buhlst. Ich frag mal eben den Chat. Lieber Chat. Was, äh... Wie wollt ihr das moralisch einschätzen? Wer ist hier, ähm... Der Verwerfliche... Und wer ist der Verworfene? Lieber Chat. Bei mir steht, ich lese vor, ähm... Nils ist ein lupenreiner Demokrat. Immer schon gewesen. Nils ist der mit dem reinsten Herzen von allen. Nils Herz ist rein. Nieder mit Maurice. Oh. Äh, Nils weiße West ist weißer als Persil. Pures Herz der Nils. Ähm... Das ist schön, wie sie hinter dir stehen. Finde ich großartig. Schu... Ah! Schurioka, reines Herz. Oh. Ich hab mir nix vorzuwerfen. Nils, ich finde, du solltest Maurice angreifen. Naja, das geht ein bisschen zu weit. Aber auch nur, weil du zu mächtig bist. Ja, also Maurice wird hier in meinem Chat eher so als der Kriegstreiber wahrgenommen. Das finde ich ein bisschen schade. Also, da kann ich ja nix für. Das ist ja... Ich lass meinem Chat freie Meinung im Gegensatz zu dir. Das ist ja auch nicht das Einzige, was heute schade ist, ne Maurice? Das stimmt. Aber ich bin nicht böse, ich bin nur enttäuscht. Nur Hippies im Nils Chat wird bei mir gesagt. Ich weiß nicht, bei mir... Denzel, du hast doch gesagt, dass du jetzt Evil Genius 2 für dich entdeckt hast. Ich hab das Gefühl, die Zielgruppe für dieses Spiel sammelt sich gerade bei mir im Chat. Ah, okay. Die ganzen, ganzen Welt-Eroberer ins Spiel. Bei mir wird aber gerade ein Bierfest gefeiert. Das wundert mich nicht. Ja, Maurice, ich hab das Eintritt, dieses Bierfest. Und es kommt auch gerade ein Linienschiff, die Kanonen komplett geladen sind mit Whisky. Und die werde ich direkt hier vorne in deinem Haar als guten Willen, als Zeichenskumpels, hier abwerfen. 50 Kisten Whisky. Ist das jetzt Bestechung, oder...? Nee, das ist dein alter Whisky. Ah. Ja, na dann... Dann ist das ja ärgerlich, ne? Wie heißt der Whisky? Denzel Bribe? So, Achtung, der Whisky wird geworfen, Maurice. Pass auf, sonst verkommt der, ne? Der darf nicht zu lange im Salzwasser treiben. Das wäre unschön. Wie Maurice Seele, oder was? Der ist das schon gewohnt, im Salzwasser zu treiben. So, so, so. Wo ist meine Flotte eigentlich, wenn ich sie brauche? So, der Whisky liegt direkt vor deiner Anlegestelle. Ich würde halt gerne Bier bauen, aber ich habe zu wenig Geld gerade. Ich muss halt Schiffer verkaufen, damit ich Bier bauen kann, also anbauen kann. Und, ähm, das Schiff würde ich nicht verkaufen, weil ich brauche ein bisschen was an Rücklagen, für was Schiffe angeht. Ich kann ja bei Clipper bauen. Die kann ich auch rüberschicken und dann verkaufen. Wir brauchen die Kohle, nämlich ganz dringend. Wir sind ein bisschen am Arsch, finanziell betrachtet. Ähm. Und ich kann hier im Cup nichts verkaufen. Das ist ein bisschen schwierig. Äh, nee, nee, ich habe die Schiffe woanders hingeschickt, damit ich sie dann verkaufen kann. Du sag mal, Maurice, was ist denn los? Ich beobachte deinen Hafen, wie eine Reaktion ist auf mein großzügiges Whisky-Geschenk, aber das scheint sich ja die Euphorie zu überfragen, da. Die Schiffe stehen, ne? Wenn der verkommt, wird das ein... Das ist aber genau das Gegenteil, denn, Anna, ne? Das ist... Das ist ein Kriegsgrund, Denzel. Ja. Das ist ein Kriegsgrund. Muss man auch nicht um heißen Brei rumreden. Oh, habe ich denn geschweint? Nein, gemeint ich. Aber er hat ihn eingesammelt. Okay, wer will noch Whisky? Ja, ich nehme. Du jetzt auch? Um ihn dir zurückzugeben, natürlich. Das sage ich aber jetzt nicht. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Was? Nein! Schon wieder eine Explosion. Was ist denn hier los? Er kriegt Katastrophenmelde und von mir. Wieso habe ich denn die Explosion? Das ist doch ehrlich gesagt nicht okay. Hier ist noch ein Klipper. Ah ja, der kann doch... Der sollte ja eigentlich das andere machen. Kann der mal hier was etablieren. Noch etwas Holz gesammelt. Dann geht er mal in die Neue. Brennt das da jetzt immer noch? Das brennt ja immer noch! Irgendwann ist die Stadt auch weg, ne? Da gibt es dann nichts mehr zum Brennen. Also, ich glaube, ich habe meine Wurst auch noch nicht geplant. Das sollte ich auch noch machen. Die Flammen wurden gelöscht. Yes, die Flammen wurden gelöscht. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, das ist mir aufgefallen, dass die Gebäude zum Raub der Flammen wurden. Dankeschön. Ich habe zugesehen, wie unfähig meine Feuerwehr war. Aber nett, dass das Spiel mich nochmal daran erinnert. Du solltest deinen Chat fragen, wie man das löst. Wahrscheinlich würde er sagen, dass man Feuerwehren bauen muss. Ich habe Feuerwehren. Aber danke für diesen unfassbar tollen Ratschlag, Maurice. Also wirklich. So wein ich es gar nicht. Ach. Ich habe meine Moral entdeckt und meinen Humor verloren heute. Ist das ein guter Tausch? Was würdet ihr sagen? Für unser Geschäft eigentlich nicht. Wir sind ja alle Entertainer. Naja, ist kein guter Tausch gewesen. Definitiv nicht. Verdammt. Tausch das nochmal zurück, wenn das irgendwas ist. Bau Bier, um damit das Feuer zu löschen. Ich liebe meinen Chat. Ja. So, das Problem, das ich eher habe, ist, ich möchte hier Schiffe verkaufen. Damit ich da nicht bankrott gehe, komme ich an diesem blöden Piraten vorbei. Ohne, dass er mir meine Schiffe zerschießt. Oh, nein. Nein. Wow. Danke. In der neuen Welt bauen ist immer so unsäglich, finde ich, weil du ständig alles, weil alles mit Bäumen zu ist. Du nicht siehst. Nee. Aber der gute Industrielle weiß ja, dass man, Bäume sind nur zum Abholzen da. Du bist ein typischer Bösewicht. Ja, du bist Bäume, Natur. Ja, das ist alles weg. Ja. Und diese kleinen Tierchen überall. Du bist der Evil Genius Fan. Ich dachte, dir würde das gefallen. Du bist auch so drauf. Ja, tue ich auch. Ich stelle nur fest. Ich stelle nur fest. Und koche hier meine eigene kleine Whisky-Suppe. Äh, was? Ich stelle nur fest. Schiff Aston, Admiral anwesend. Dauert denn hier so lang? Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Ein neuer Auftrag? Ja. Ja. Und wo ist das? Ja. 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 Ich stelle nur fest. Und dann bin ich. Was ist das? 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 Alter Schwede Was? Er wird belagert Oh, da werde ich in der neuen Welt angegriffen von Pia Was für eine Schurkerei Was für eine Schurkerei Hallo, das ist mir der Hauptinsel zerstört Ich kann hören Dann lass ich jetzt ein bisschen Rum dafür zahlen Gerade habe ich hier optimistisch noch eine Handelsroute eingerichtet Naja, das habe ich mir schon gedacht Ich finde das auch total toll, wie optimistisch du bist und dann habe ich mir gedacht, nee, den Rum gönne ich dir jetzt nicht Das ist das ist ein gutes Recht Das ist reichlich dreist Oh, hast du hast du dir eine Insel zurückgeholt, hast du dir eine Insel zurückgeholt? Das ist leider wahr Das ist leider wahr, da hast du mich jetzt gut Gold gekostet Das tut mir sehr leid Sie haben sechs Stunden gespielt und wollten was essen, sagt mir das Spiel Ja, gut Point Ja, da musste ich jetzt einfach ein bisschen dagegen schießen Das tut mir sehr leid, aber Das ist absolut ein gutes Recht Das war notwendig hier Was ist hier eigentlich los? Zeit zu schaffen, mich hier wieder aufzubauen So, wir brauchen Wurst Wurst Das ist meine Gefühlslage gerade im Cup Der Wurststand neigt sich dem Ende zu, my lord Ihren Bürgern fehlt es an Wurst Jetzt habe ich zu viel Brot gebaut Ja, immerhin haben sie jetzt auch Brot zu ihrer Wurst Das ist auch was Schönes Ich schwanke noch zwischen Nachtsarten und nichts Ah, Universität Rache ist Blutwurst Das ist auch gut Das passt tatsächlich sehr gut, ja Kacke Wie sieht es aus, Nils? Möchtest du eine Insel haben? Du bietest mir eine Insel an? Das ist aber freundlich Naja, die Insel, die ich gerade eingenommen habe Ich habe nicht wirklich Zeit für die Aber die ist echt gut Also die hat Bananen und Zuckerrohrfruchtbarkeit Also ich würde die überlassen, wenn du die haben möchtest Das ist sehr nett Ja, wo ist sie denn? Wo befindet sie sich denn? Naja, in der neuen Welt ist die Ah, warte mal In der Mitte quasi direkt Was hat die für Fruchtbarkeit? Banane, Kakao Ja, wieso denn? Ach, da ist schon jemand hingesnieselt Nee, nee, das ist meint Achso Ich habe das ja gerade Maurice abgenommen Und ich würde den Kontrat niederreißen Damit du dich da hinbauen kannst Achso, aber wenn du den nicht willst Dann komme ich hier angefahren Aber ich Ich habe zeitlich keine Zeit Mich darum zu kümmern Also wenn du die haben möchtest Dann Ja, das ist ja nett Dann packe ich mal was hier mal In meinen Gepäck Maurice wird das doch sicherlich Nicht als Affront verstehen Ja, das ist jetzt die Frage, ne Nils Naja, also du hast ja beispielhaft Dennis völlige Freiheit gewährt Von daher kannst du jetzt ja nicht Deine Moral auf einmal ändern Das ist ja Du musst das so sehen, Nils Ich werde mir natürlich diese Insel zurückholen Ach, die holst du dir jetzt, ja? Aber die andere Das heißt, jetzt ist die Frage Wenn ich sie mir dann von dir zurückholen muss, Nils Ja, was ist denn dann? Wollen wir das dann? Weil dann muss ich dir ja den Krieg erklären dafür Achso Aber Ist das gewünscht? Naja, also ich Ja, pass auf Was hast du denn für Argumente? Hast du da Schiffe vor Ort? Oder blöfst du? Zum Familie vor Ort? Naja, ich meine Vor Ort ist ja ein dehnbarer Begriff Ich habe Schiffe vor deiner Hauptstadt zum Beispiel Naja gut, aber du willst ja nicht zu Tode bluten Wie so oft Wenn du mich angegriffen hast So töricht Er kann halt nicht mit allen durchgehend Krieg führen Lass dich nicht einschüchtern, Nils Ja Ich muss aber Weißt du was, Pia? Das geht als die Piasche Schenkung in die Geschichte ein Wenn du es schaffst, mich in den Krieg mit reinzuziehen Und dadurch Maurice entscheidend zu schwächen Um dann am Ende als Siegerin vorzugehen Weil ich eh keine Gefahr bin für dich Das wäre eine fantastische strategische Meisterleistung Piasche Schenkung Ich würde es niemals absichtlich machen, hallo? Ich bin nur nicht berechnend Ja, ich möchte natürlich ungern mit meinem guten Freund Maurice Auch in eine kriegerische Auseinandersetzung gezogen werden Ich verstehe natürlich, dass du an dieser Insel hängst Aber sie ist natürlich auch für dich verloren Das muss man auch ehrlich sagen Ne, sie wird ja wieder mir gehören Ja, aber Das ist ja eigentlich objektiv Vielleicht bin ich mir nicht sicher Also Maurice, du bist schon so, ne? Deine Augen sind größer als das, was du gerade tragen kannst Du möchtest zu viele Inseln haben, mein Freund Das kann sogar sein Ja, das glaube ich nämlich auch fast Ich verstehe das ja Es ist auch eine schöne Insel Es tut weh, wenn man was ganz Besonderes verliert, ne? Ja, man Man kommt schon drüber hinweg, ne? Ja, ey, das sehe ich, denke ich auch Ich denke auch, dass du da drüber hinwegkommen wirst Also Nils, wie sieht es aus? Nimmst du das Angebot an oder nicht? Äh, welches Angebot hast du mir gemacht? Das, das, das alle Von Pia, dass du diese Insel an dich reißen wirst Aber, also du sagst, auf jeden Fall Du greifst mich dann an, wenn ich das Wenn ich mich darauf einlasse, oder was? Das werde ich tun müssen Ja, das will ich ja nicht Dann muss ich kleinlaut meinen Schwanz einziehen Ich bin enttäuscht Ja, aber was soll ich machen Ich kann ja nicht das Leben meines Volkes Aufs Spiel setzen Für Für eine Insel Das wäre töricht Aber ich habe mich sehr gefreut Dass du mir das angeboten hast Das hat mich glücklich gemacht Chat, wir sind nach wie vor allein in diesem Krieg Aber das macht nichts Aber die D war ziemlich smart Also das muss ich mal wirklich sagen Zu smart Das, äh Deswegen muss man da auch hier entschiedene So, warum reicht ihnen denn dieses Brot nicht Nimm das Brot und sei glücklich, bitte So, und jetzt geht meine Bilanz nach oben, meine Leute Schaut euch das an Hm Das ist schön Genau so wollen wir das Ach, ich kann auch später weiter Ja, das freut mich natürlich Hm, 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 hm Sehe ich schon deine Flotte am Horizont Oder habe ich noch ein paar Meter Ich würde doch nicht sagen, wo meine Flotte ist Ei, 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 ei Kostet Flotte eigentlich Unterhalt? Ja Ja, Geld und auch Einfluss Neue Befehle? Ist gar nicht so billig, tatsächlich Aber ich glaube, wir sind schnell genug Um mit der Bierproduktion anzufangen Bevor Ähm Schurken in unser Land einfallen Welche Schurken würden das denn schon tun? Hm, hm, hm Genau die, die meistens fragen Ich hoffe es, weil sonst, äh Wird das alles ein bisschen schwierig, meine Freunde Wir mussten nämlich diese Produktion hier alles pausieren Aber jetzt müsste die eigentlich wieder Und ich müsste mir die jetzt eigentlich wieder leisten können, die Produktion hier Also ich, ich bin ja eigentlich das Opfer hier, muss man mal sagen Weil ich habe jetzt gerade meinen Einflussbonus für viele Inseln verloren Und das hat jetzt voll meinen Plan, meine Kohleproduktion auszulagern zerstört Das finde ich, da reden zu wenig Leute drüber, was das für ein Problem ist Ja, ist schon schmerzhaft Also das verstehe ich Ich habe auch ganz besondere Dinge heute verloren Und ich glaube, wir werden uns da wahrscheinlich noch emotional näher kommen, als du glaubst Aber ich finde, du hast auch noch nicht so wirklich das gleiche verloren, was ich verloren habe Also Das kann sein Ja, ich glaube, es fehlt noch ein bisschen Aber das erreichen wir noch, kein Ding Nein, das war keine Drohung Also das war Ein Wunsch einer emotionalen Annäherung Dass du meinen Herz verstehst Und ich nicht mehr allein bin damit Sehr glaubwürdig Kaufe ich dir 100% so ab Neue Ziele Seife wäre auch was, ne Also sich waschen können ist auch etwas, was eigentlich Brauchst du Seife Dazu gehört Ne, ne, ne Wie schnell die Reaktion Ja, weil ich habe gerade original ein Schiff mit Seife beladen Lust, wirklich In dieser Sekunde, wo du das gesagt hast Das habe ich als Schicksals Das ist echt gute Verkaufsstrategie Aber ich kann mir das gerade nicht leisten Woanders Seife zu kaufen Aber danke trotzdem Ne, ist doch die beste Seife der Welt, ne Ja, ja, ja Aber ich bin auch mit der schlechtesten Seife der Welt zufrieden Solange sie Seife ist Und, ähm Ja, du kannst Seife ist doch nicht Seife Ich habe Eichhörnchen-Fettseife Ich würde Ich habe so eine Eichhörnchen-Farm Wo so mit so einer kleinen Pipette Den das Fett vom Körper gesaugt wird Und dann verhungern die Also im Winter sterben die an Unterkühlung Die können einmal in ihrem Leben ihr Fett abgeben Dann sterben die an Unterkühlung Und dieses Fett wird zur Seife verarbeitet Und das hat eine Reinigungskraft Die ist über 17% höher als eine herkömmliche Seife Ja, puh Dieses Argument, ne Also ich wollte schon immer mal An Massensterben von kleinen Eichhörnchen verantwortlich sein Ja Da sehe ich mich auf jeden Fall Chat, wie steht ihr dazu? Hi So, an der Stelle haben wir wieder eine volle Stunde Wir können mal kurz Also ich meine, bei mir wisst ihr, wie der Stand ist Ich habe gerade einen riesigen Verlust gehabt Meinen Einflussbonus Das macht mich wirklich traurig Das ist tragisch Aber wir werden es irgendwie überstehen Während Pia anscheinend im Cup So ein bisschen endlich die Geschäfte wieder auf Kurs bringt Wenn ich das richtig sehe Ja, du Ich will ja eigentlich gar nicht drauf antworten Weil ich einfach weiß In dem Moment, in dem ich etwas Erfreuliches sage Klopfst du an und kommst vorbei Und ich schätze dich sehr Maurice, aber nicht in meinem Haus So Deswegen Kann ich dir nicht verübeln Ich sage einfach nichts und sage, es ist okay Gut Gerne darf Nils jetzt weitermachen Jawohl, Nils Du bist auch im Cup hier unterwegs Aber hast noch nicht viel gemacht, wenn ich das richtig sehe Ne, weil ich habe echt viel zu tun Und ich kann mich jetzt nicht um alle kümmern So ey Das ist wie mit Kindern So, weißt du Eins, okay Aber so bei drei Kindern ist irgendwann auch Das Die müssen dann auch immer alleine irgendwie miteinander klarkommen Und das ist Mit den Inseln auch Ich habe hier so viele Welten mittlerweile Und Inseln und was Und überall wollen sie was Aber ich habe tatsächlich Das kann ich euch ja verraten Ihr werdet das nicht ausnutzen Ähm Im Cup Ein bisschen Pelze Angesiedelt Und Die hole ich da immer ab Und die Pelze Fahr ich nach Hause Und dann baue ich da gleich so Mäntelchen Und dann habe ich gleich in der alten Welt Mäntelchen Ist das nicht geil? Ja Ja Sag ich doch Ist doch gut Genau So Eichhörnchen Mäntel Nein Die sind von Von der Konsistenz Und vom Gefühl her Ist ein Eichhörnchen Pelz Nicht sehr schmeichelhaft Was ich halt Bisschen Du kannst doch nicht Eichhörnchen Pelze nehmen Was ich halt habe Ist Ich habe Ähm Kennt ihr so Kapuzineräffchen? Oh mein Gott Oh mein Gott Wisst ihr wie weich die sind? Ja Die dürfen nicht älter als vier Wochen sein Sonst wird das Fell struppig So Aber wenn man die aberntet Im Alter von drei bis vier Wochen Das Kapuziner Exemplar aberntet Und dann das Fell nimmt Um die Mäntelchen herzustellen Dann ist das richtig richtig fein Ich würde aus Kapuzinern Aber eher Kapuzin Pullover Weißt du Ja Das finde ich zynisch Dass du jetzt Witze auf Kosten Der Kapuzineräffchen machst Ihr Leben geben So früh schon So früh schon Gefühl der Fell Ja Aber ich finde es süß Dass du bei den Kapuzineräffchen Auch Mäntelchen gesagt hast Und nicht Mäntel Ja Mäntel ist ja schon vergeben Der ist ja bei Bonjo Copyright Dann Mäntel Dann Mäntel was geht bei dir Du hast eine Insel Mir dreist Von mir erschlichen Ich hab dich So was von zwei Dreimal gefragt Will ich jetzt umdrehen Mit meinem Schiff Jetzt wo die Insel Und du wusstest voll Bescheid Das stimmt Das stimmt Also es ist ja jetzt nicht so Als könntest du behaupten Wenn ich eine Insel Platt mache Dann gehört die auch mir Das kann man ja nicht so einfach Das wäre ja ganz schön drei Sondern Der der zuerst da siedelt Dem gehört die Insel Und der darf dann Die einheimischen Büffelherden Niedermetzeln Und alles was damit In Verbindung geht Also von daher Weiß ich jetzt gar nicht Wo da diese Dieses Zuständnis herkommt Über Die Besitzverhältnisse Meiner neuen Insel Aber Du bist dann gerne eingeladen Und mein Whisky-Angebot Ähm Hatte ich gedacht Glättet ein bisschen die Wogen Wenn du willst Kann ich dir noch mehr Das war nicht sehr zu fetzten Das Whisky-Angebot Natürlich war das dreist Die Insel zu klauen Aber ich wollte gucken Was passiert Das ist Weißt du Denzel Das ist eine ehrliche Antwort Das kann ich wieder respektieren Hier Das ist sehr gut Die ganz ehrliche Antwort Wäre ich habe die letzten 20 Minuten Den Mann Der Bäuerin gesucht Der sich irgendwo In meiner Stadt Versteckt haben soll Weil irgendeine dämliche Wimmelbildaufgabe Aber wenn das nur Ein Typ ist Dann finde ich den doch Aber gut Jetzt habe ich ihn Und jetzt habe ich es Gut für Hopfen bekommen Weil der besoffen war Braucht es jemand Gerade nicht Aber danke Auch kurz Fünf Minuten Pause machen Weil ich Mal was essen Was trinken Und den Abort besuchen muss Das wäre glaube ich Kann man Multiplayer pausieren Ich glaube Drück mal P Okay wir haben jetzt alle P gedrückt Pia du hast P Das war deine Idee Ich habe P gedrückt Ah das geht sogar Dann machen wir kurz Pause Leute Und sind gleich wieder da Cool Okay Leute Ich freue mich auf euch Dann mache ich hier auch mal Kurz Pause Lieber Chat Ich bin gleich wieder da Ihr seht jetzt einen Loop Und ich weiß nicht Ob Timo noch da ist Ehrlich gesagt Der ist nämlich heute In der Regie Und der macht sich Einen richtigen Lenz Zuhause Lümmelt auf der Couch rum Und Freut sich Dass ich nicht mit ihm rede Ich mache jetzt Kurz mal Loop Ihr seht jetzt einen kleinen Loop Und dann bin ich gleich wieder Okay Klatschen Sch Row K K K K K Vielen Dank. 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 Mit Kirchennut habe ich Pen and Paper gemacht. Lustigerweise auch in der Kirche. Ähm ... Ja, ich höre immer aus diversen Gründen, dass ich alt werde. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ihr das Pferd von der falschen Seite aufzäumt. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass die Tatsache, dass ich jetzt Rosinmark etwas mit meinem Alterungsprozess zu tun hat. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich habe auch noch älter. Ich habe gestern auch noch älter. Ich habe gestern. Kann man die Kanonen, man kann man kann. unterschiedliche Kanonentypen bauen, zwei unterschiedliche Kanonentypen bauen. Wie sieht es, wie sieht es, ich habe noch nie Crusader, ich habe noch nie Crusader King 3 gespielt, ich habe noch nie Crusader King 3 gespielt. Ich glaube nicht gegen Holland spielt. Ihr glaubt mal nicht, dass ich das nebenbei angemacht habe hier. Natürlich habe ich das nebenbei laufen. Eine Aufmerksamkeitskategorie mehr, die ich bedienen muss. Neben Anno und euch. Auch noch Fußball. Aber Deutschland liegt 1-0 hinten gegen Holland. Aber ich habe noch keinen Holländer spucken sehen. Das ist schon mal Fortschritt. Wer hat da gerübst? Denzel, oder? Drauf, oder was? Ja, du bist live auf Rocket Beans zuvor. Hallo Denzel. Ja, bin ich. Hi, wie geht's? Gut. Schön. Und, gewinnst du? Ähm... Bei was? Bei, äh... Ja, nur 1800. Das geht doch noch gar nicht weiter. Ja, aber wie läuft's? Gut, ich unterhalte mich mit den Leuten. Die sind alle sehr nett drauf, muss ich sagen. Samstagabend-Publikum gefällt mir sehr gut. Und, ähm... Ich soll dich schön grüßen. Vom Chat. Hm... Alright. So reagierst du? Alright. Ich sagte, hey, ich soll dich grüßen. Alright! Genau. Oh ja, danke, grüß zurück. Oder so. Viel besser, alright. Das... Euphorie... Super... Ergeben. Mhm. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob du nicht gerade Quatsch erzählst. Ah, okay. Was ist denn bei dir los? Erzähl doch mal. Die Leute, äh... Freuen sich. Bei mir ist leider nicht viel los. Ich hätte das mal echt... Ich dachte, ich kann Anno. Aber ich hab das irgendwie... Das 18 Uhr schon länger nicht gespielt. Und, ähm, hab lange Zeit gebraucht reinzufinden. Mhm. Kannst mir erzählen, dass es dir besser geht, oder? Ganz schön... Ganz schön massiv so spielen. Viele Sachen auf einmal. Ja, ich... Das ist echt unglaublich. Das schlägt ein Regelrecht. Aber ich muss auch sagen, ich hab's ja am Donnerstag, oder wann das war, glücklicherweise noch einmal geübt ein bisschen. Ähm, und das ist echt wichtig gewesen. Also, ich war natürlich jetzt nicht so weit, wie ich jetzt bin, aber... Allein den Anfang des Spiels nochmal so zu checken, äh, ey, wie ging das überhaupt alles nochmal? Aber das hat mir sehr geholfen, dass ich das nochmal gemacht hab. Ja, total. Ich hab ein Einwohnergebäude gebaut, hatte viel zu wenig Leute, da wurde da nicht gearbeitet. Mhm. Ganz falsch alles irgendwie angegangen am Anfang. Bisschen ärgerlich. Aber macht trotzdem Spaß. Aber ich glaub nicht, dass ich heute der große Sieger werde hier. Nee, hier auch nicht. Also... Wir beide werden nicht großer Sieger. Es sei denn, die machen sich gegenseitig kaputt. Und wir haben eine Chance, als lachender Dritter hervorzugehen, aber... Ja. Ja, ich, äh... Wir können ja mal Schiffe zählen sonst und gucken, ob wir Maurice, äh, zusammen angreifen können. Das wäre doch bestimmt gezählt. Ich hab, glaub ich, vier von den dicken Schiffen. Wie viel hast du? Ähm... Huch, warte mal, ich muss mal schnell zurück. Warte mal. Ich muss mal schnell zurück in meinen Bildschirm hier. Weil, wenn ich das richtig gesehen habe, ist Maurice gerade in die alte Welt gefahren mit seinen Schiffen, weil er Shoyoga da den Arsch versohlt. Das heißt, wir können einfach... Kann da mal... Ne, das Spiel ist auf Pause. Ich seh keine Map. Also, ich hab jetzt, glaub ich, fünf... Fünf... Fünf große Schiffe. Ja, guck mal, du fünf, ich vier. Wenn wir jetzt zu Maurice nach Hause fahren, da stehen drei große Schiffe und fünf kleine Schiffe. Die würden dürfen. Könnte sein. Ne, also... Weil das geht jetzt auch nur noch 90 Minuten. Wollen wir jetzt rumdaddeln und am Ende... Zeit vorbei? Oder wollen wir jetzt noch mal Party irgendwo machen? Party ist eigentlich eine ganz gute Idee. Ja, ne? Was macht Maurice eigentlich? Der macht offensichtlich auch Party. Gerade, oder? Der kommt gleich wieder erst rein, wenn wir fertig konspiriert haben. Hallo! Ah! Ich hab gerade tatsächlich für mehrere Minuten nicht gecheckt. Ich dachte, ihr werdet noch in euren Chats, weil mein Discord-Endmute-Hotkey nicht wieder funktioniert hat. Ach, Maurice! Ich weiß. Es gibt keine Entschuldigung, Nils. Ja, dann lass uns doch weiterspielen, weil es doch... Die Leute warten doch... Das Volk wartet auf jeden Fall. Oder? Von mir aus kann es weitergehen. Ich glaube, Pia ist gerade noch in ihrem eigenen Chat. Wenn ich das... Ich höre sie jedenfalls nicht. Ja. Ja, wir haben gelegt, wie wir dich unterstützen können bei deinem Feldzug. Und, ähm... So, 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 so. Ach, ich kann mich ja doch bewegen. Bewegen kann man sich. Man kann nur nichts machen anscheinend. Äh... Das war mir ganz neu. Düp, düp, di-düp. Aber ich glaube, ähm, ich glaube, dass Pia das sieht, ne? Wenn wir, äh, das Spiel wieder starten. Das kann sein. Sodass wir einfach weiterspielen können. Sie wird das schon, glaube ich, sehen. Dann machen wir das doch. Wir können es ja mal probieren. Sonst wird sie sich ja direkt melden und wieder auf Pause drücken. So sieht das aus. Hallo, ich bin da. Ah, hallo. Gerade haben wir von dir, äh, gesprochen und gesagt, äh, Nils meinte, du wirst es eh sehen, wenn wir entpausieren. Aber wie auf Knopfdruck bist du eh am Start. Dann geht's weiter, oder? Jawohl. Jawohl. Let's go. Party, Party. Drückt ihr? Drück ich? Ich drück. Wow. Wow, das ist richtig gut geworden, wie du gedrückt hast. Ich hab das für nicht sehr. Ich bin ein professioneller Drücker. Hm. Irgendwie hab ich so ein leichtes Knistern vom Sound bei Anno. Das hat irgendwie vor einer eineinhalb Stunden angefangen und das geht nicht mehr weg. Mein Chat hat gesagt, das ist wohl leider vom Spiel im Multiplayer-Ding. Das ist sehr an Lucky immer, der performt ist. Als gehen würde ich einmal von einer zitternden Gansklin. Äh, so. Ich bin hier, falls du nicht brauchst. Ich bin hier, wenn du nur die glückliches Orte und vorall da musst du hinter dir abinden. Ich bin hier, wenn du nicht vorst. Ich bin hier, wenn du nicht vorall. Ich bin hier, wenn du zuerst vorst. Ich bin hier, wenn du nicht vorst. Ich bin hier, wenn du nicht vorst. Ich bin hier, wenn ich vorst. Oh, warte. So. Was ist denn jetzt hier passiert? Was ist denn jetzt hier passiert? Es ist ja übrigens in, äh, in, in, äh. Nein, die sind doch geil. In aller Schweigsamkeit hat uns Nils wirtschaftlich alle überholt. Naja, was heißt in aller Schweigsamkeit? Du hast ja meine Wirtschaft auch platt gemacht. Das stimmt, das stimmt. Aber trotzdem, da hat er ja mich immer noch überholt, was ich ein bisschen dreist finde. Das ist dann gut gemacht, Nils. Vielen Dank, Dankeschön. Aber das war auch nicht schwierig, weil Maurice ist sehr schlecht in Anno. Ich hasse dich. Das Richtschiff meldet sich zum Dienst. Hass. Das ist das. Maurice. Oh, da kommen Lieferungen an. Oh, mega. Was fehlt mir denn? Jol, Nils? Yes, Sir. Willst du dich ins Pip mal nehmen? Du bist die ganze Zeit im Fullscreen. Oh, oh ja, danke für den Hinweis. Die hat mich gar nicht klein gemacht. Das kann aber passieren. Warum sollen meine Leute aus? Ah, die sind alle nackt und deswegen sind es jetzt weniger. Auch eine Aussage. Das ist natürlich ärgerlich an dieser Stelle. Die sind alle so ein bisschen verklemmt leider. Ich verstehe gar nicht, wieso. Das ist schade. Wurst haben wir auch nicht genug, Brot auch nicht. Sag mal, was hätten ihr für Jammerlappen? Das kann doch nicht wahr sein. Wir haben mit Abstand die schönste Insel und die sind nur am rumheulen. Ja, ja, ja. Ich schicke euch gleich zu Maurice auf die Insel und dann seht ihr, was ihr davon habt. Meine ist tatsächlich trostlos. Ja, seht ihr? Also ich schimpfe mit meinen Leuten nicht bei euch. Ja, das finde ich okay. Nähmaschinen. Das wäre halt auch, also Nähmaschinen wären es halt irgendwie, ne? Ah, das bin ich doch. Ihr hört das, Christian, oder Chad? Das ist das Komische. Das wird immer schlimmer. Vielleicht brennt es bei dir. Wenn man die Kopfhörer abt, dann stehen Flammen hinter dir oder so. Nee, 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 nee. Das, das, äh, äh, nee, nee. Das ist dir so'n, so'n, ja, irgendwie Anno knistert aus irgendeinem. Aber es ist wohl irgendwie, es ist wohl irgendwie ein, äh, Spiele-Bug, hat mein Shit gesagt. Also. Ist schon ärgerlich. Aber das ist ja gut. Ja, ist ein bisschen belastend, aber auch nicht so belastend. So. Jetzt wieder an allem hier. Ja. Es war immer so ruhig, seid ihr alle, seid ihr erschöpft oder seid ihr einfach hochkonzentriert? Natürlich hochkonzentriert. Ich hab nackte Menschen überall, das ist irritierend. Ja, es kann verschiedene Dinge auslösen. Ja, auch das ist korrekt, aber in erster Linie möchte ich gerne, dass sie arbeiten, das andere interessiert mich gerade nicht und irgendwie weigern die sich zu arbeiten, wenn sie nackt sind und ich verstehe noch nicht so genau, warum. Ja, die ziehen alle aus, weil sie sagen, sie wollen Kleidung. Also sie ziehen aus, weil sie sich ausgezogen haben oder was? Ja genau, das ist ein bisschen, ich finde das auch echt lächerlich vom Verhalten her. Das ist kindisch, das ist kindisch. Ja. Unreif. Danke, dass du mir da beipflichtest. Hundertprozentig. Das macht das ein bisschen leichter gerade. Nichts Gutes zu sagen. Verstehe ich auch nicht. Ich brauche mehr Brot, Leute. Es fehlt mehr an Brot. Brot brauche ich wieder, Arbeitskräfte. Sollte es doch noch mehr geben. Äh. Ach ja. Hanne ja. Minds dolor. Sollte es doch noch nicht am G Doyen. die flammen sind außer kontrolle was wie alter was geschieht in meinem land wieso brennt ihr ständig ich hab doch feuerwehren ohne ende das gibt es doch gar nicht wie lange braucht die scheiß feuerwehr das leben ist in ordnung das ist traurig enttäuscht nils ist zwar wirtschaftlich vorne aber scheinbar auf kosten der brandschutzvorschriften wird bei mir gesagt ja irgendwo muss man sparen das ist einfach so dafür werde ich jetzt hier aber nochmal eingreifen selber schuld so 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 kurz bevor meine zeitung kam das war jetzt richtig ärgerlich gewesen war dann hätte ich da war er so habe ich was neutrales lektoriert das heißt du hast eine kleinere lüge verpasst ja genau an der stelle du 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 so denn ja Ah, da. Ein Schiff erster Klasse. Schiff unter Beschuss. Wie bitte? Achtung, Admiral anwesend. Ungeheuerlich. So dumm sein. Wie mein Schiff vier Piratenschiffe so kaputt schießt, dass sie nur noch einen Treffer brauchen und kein einziges finished. Durch die Eins. So dumm sein. 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 Die sich bereit erklären Mal mitzumachen Ich bin doch sicher du hast mit pia schon irgendein abkommen geschlossen Mit pia nicht Mein geheimer verbündeter ist reingestürmt ohne auf meine unterstützung Ja ich du hast du hast ja aber auch nicht ich habe seine schiffe gar nicht gesehen die war im nebel des krieges aber Wie bei der das war jetzt so viele informationen auf einmal bitte zügeln sie ihre zunge Sagen sie mir nacheinander was sie wollen denn es ja Vernichte diesen herrn Denzel ich dachte ich dachte wir würden uns verstehen weißt du ich dachte die anderen okay dass das sind schurken vor dem herren Aber wir doch nicht Maurice geht nicht um Darum ich habe hier ein paar richtig geile schiffe und die wollen ballern ja Der einzige der noch ein richtig gutes ziel abgibt das kann ich verstehen ja das Was ist denn jetzt schon wie er muss das denn jetzt sein leute Man ich habe eine anti corona demo in meiner hauptstadt Und die ist echt groß Ja das sind halt besorgte bürger pia du musst auf ihre sorgen eingehen du musst die ernst nehmen Ja das mache ich ich hole schon die wasserwerfer So Denzel jetzt kommst du hier also allen ernstes an Na endlich Du wagst es ja Ich hätte meine hauptstadt nicht den Brixen umnennen sollen davor hat niemand genutzt So denis wo bist du Ah Aha Du wagst es also hier wirklich Ich kann doch nicht mit dem flammenwerfer auf meine einwohner losgehen leute Ich bin nehmt euch ihr schocken Niederknüppeln das okay So was wollte ich denn nachher Leute denen fehlt nix Der grund warum die demonstrieren ist weil ich so viel zeitungspropaganda missbraucht habe dass sie mir nicht mehr vertrauen Ich finde das schön dass das jetzt sie sich gegen dich richtet nachdem ich der schlimmste die ganze zeit war Und bei mir haben sie sich nie drüber beschwert Ja ich habe sie beschweren sich bei mir auch erst seitdem sie in Brixen wohnen also ich glaube Vielleicht ist das besser Das ist ein sehr schönes also ich finde es ganz großartig Wir hätten uns in der tat Das absprechen müssen Nein Rettet ihn Rettet euren Kameraden Ja Null Lebenspunkten überlebt Wir haben es ja so dumm gekämpft Das Ich fühle mich an den Krieg von Steinwallen gegen mich letztes Mal erinnert Erneut Wenn ihr euch verbündet hättet wäre das echt eng geworden Ja das war dumm von uns Ich weiß auch nicht warum ich nicht mit eingeladen wurde Warum ich weiß auch nicht Dennis lad doch nochmal mit ein Du hast auch alleine geschafft du Vollpfosten Du kannst doch nicht sagen let's go heimlich mit Chicken Ich fahre los Der viel weiter im Süden ist als du und du fährst gleichzeitig los Ey Da bin ich ein bisschen enttäuscht von dir Dennis Wir hätten bestimmt noch ein Schiffchen mehr von ihm Dennis wir hätten ihn komplett platt gemacht Das Problem war ich habe seine Flotte nicht gesehen Die war für mich im Nebel des Krieges Und ich wollte zu seiner einen Insel die null befestigt ist Und auf dem Weg dorthin bin ich in seine Flotte reingeschwommen Ich wusste gar nicht dass der die da hat Ich dachte die ist in der neuen Welt und macht da Unheil Ja das äh Die hatte ich halt aufgeteilt diese Flotte So sieht das aus Ja ich finde das ok Ich baue die Hauptstadt Ihr könnt euch ja gerne alle prügeln mit Steinen Bei mir ist dann kriegsfreie Zone Ihr kriegt alle ein Eis wenn ihr vorbeikommt Aber nur wenn ihr die Steine aber draußen lasst Das mit dem Eis ist eine ganz nette Idee eigentlich Alter diese Aufstandsmucke ne Die können ja gerne demonstrieren wenn sie wollen Aber können sie das nicht leise machen? Ich finde die tatsächlich ziemlich geil muss ich sagen Irgendwie aber Ich auch in den ersten zwei Minuten Ja das stimmt das ist korrekt Und dann hast du sie satt Das ist vollkommen richtig Anno will halt wirklich dass du was dagegen tust Ne so Das ist so ne Genieß diese Musik nicht tu was dagegen Musik Und Ist schwierig Maurice das hat mir jetzt hier alles zerstört Und das finde ich sehr sehr schade Ich bin Ich finde das nicht gut Ja also ich aber ich finde Also die Geschichtsschreibung Gibt mir ja schon recht ne Dass mein präventiver Angriff erfolgte Und direkt sofort Jetzt hast du unser geheimes Militärbündnis Gegen dich aktiviert Das wir schon geplant hatten Ich wusste es doch Ne 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 Das war lediglich eine Option Da ist eine Depesche von Dennis eingegangen Die hieß Im Verteidigungsfall Würden wir sehr gerne Mit ihnen zusammen Arbeiten Daraufhin habe ich gesagt Ja das klingt gut Als friedliebendes Volk Würden wir uns an einem Verteidigungsbündnis Gerne beteiligen wollen Dass das dann alles So schnell eintritt Damit Konntest du ja als Pazifist nicht rechnen Pazifist der du immer warst In diesen Events So kenne ich dich Ja So kennen mich die Leute auch Das ist Ja Dein Chat ist ja offensichtlich Moralisch eh voll Auf deiner Seite Nein nein warte Du hättest den Satz Nach moralisch beenden können Das wäre korrekt gewesen In letzter Zeit Ja nein All meine Schiffe sind vernichtet Dennis Aber du kannst auch neue bauen Du bist doch ein guter Typ Ja Ich Mal ein bisschen auf Umschiften Weniger Brot Mehr Kanonen Warum ist dir das Die Zeitung hier 100% negativ bei mir Ja warum wohl Wo ich dir von Triumph Zu Triumph eile Komm Ein bisschen Kriegsgreiberei Mal rein Triumph Du redest von Triumphen Die Insel eines Konkurrenten Hat einem Angriff Stand gehalten Noch ist hier nichts verloren Leute Wir können uns Diesem Tyrannen Noch erfolgreich Widersetzen Das möchte ich an der Stelle Noch mal betonen Es ist hier noch nichts verloren Kennt ihr das Wenn die Demonstranten Dann auch noch Deine Stadt anbrennen Die eigene Stadt Ja ja Die laufen mit so Monotows rum Und bewerfen ihre eigenen Häuser Bis die brennen Und jetzt habe ich Einen Brand Und einen Aufstand Oh Gott Die sind Schwierig Hat jemand von euch Eine neue Bevölkerung Für mich Ich würde meine aussiedeln Und eine andere annehmen Die dankbarer ist Für die schöne Stadt Die ich gebaut habe Ja da können wir gerne Ich kann dir ein paar Leute rüberschicken Möchtest du ein paar vermeiden Oder soll ich die einfach Entfernen Ich denke die können ja Aus Versehen Auf der Überfahrt Verloren gehen Also ja das klingt gut Ja das klingt gut Ich hätte es halt einfach Ich hätte es halt auch Wirklich einfach Nicht Brixen nennen sollen So Morisa Vor allem sorgst du dir Untermühen für mehr Wurst Und die denken sich Die grillen wir jetzt Auf den Kohlen Lassen sie hochlegen Aber immerhin Sind sie keine Nahrungspanausen So Ich will gar nicht In der Diplomatie gucken Wie weit ich jetzt Abgestürzt bin Ich hatte so eine Gute Wertung Und jetzt habe ich So ein bisschen Sorge Das gefällt mir gar nicht Boah Marisa Aber Nils hat noch ein Aber Nils hat immer noch Der Tag darin endet Das ich versuche Ich versuche dir noch so viel Kaputt zu machen wie möglich Oder mir so viel zu retten Und ich habe mich noch nicht entschieden Das sind die schwierigen Entscheidungen des Lebens Ich bin auch Ich muss mal ein bisschen Propaganda machen Oh Gott die Zeitung Die Zeitung ist Meine Hoffnung ist jetzt Dass natürlich Indem Nils aus der neuen Welt raus ist Der Wirtschaftscore bei ihm Ist auch erstmal So ist wie er ist Oh Gott ey Ey Maurice Ich habe gerade meine Zeitung So derbe manipuliert Dass ich sie umbenennen muss In The Maurice Times Sie haben an Einfluss gewonnen Ich fühle mich dadurch geehrt Also dass jetzt in deiner Stadt Eine Zeitung mit meinem Namen erscheint Du man muss Ist ja auch gut Man muss die wenigen Würden nehmen Die einem angeboten werden Das stimmt Das stimmt So Denzel Jetzt Ich habe dir noch eine Insel geschenkt Quasi Nun nehme ich dir eine Insel Das ist nur gerecht Dennis Lass dich nicht unterkriegen Nein Nein Widerstand Nicht meine schöne Da wo ich angefangen habe Da habe ich Arbeit reingesteckt Ich weiß Ey Was soll das Nimm da Dennis Leiste Widerstand Dennis Nein Auf Aus Geh Geh weg Los Männer Los Geh weg Nein Auf Ach Ich schieße Ich schieße aber auch zurück Ja Auf jeden Fall Es ist nicht so als würdest du meine friedlichen Dorf Beschießen und sie würden nicht zurückschießen Sie haben sich schon gewehrt Ich kann niemand sagen Dass sie das nicht getan haben Oh jetzt sind sie alle tot Aber sie haben sich gewehrt Ich finde das ja tatsächlich für so ein Aufbauspiel Ich meine ich verstehe ja den spielmechanischen Grund Aber schon ziemlich martialisch und makaber Dass du so eine Siedlung halt dann nur komplett einstampfen kannst Statt zu sagen Leute okay ihr arbeitet jetzt für uns Wir lassen eure Gebäude stehen und ihr könnt alle am Leben bleiben Hm Das kam den Anno-Entwicklern wohl nicht so in den Sinn Dass das ja auch im Krieg eine Option ist eigentlich Das ist keine Option Was hab ich denn alles geiles Also ich bin da absolut bei den Anno-Entwicklern Wer einmal für einen fremden Herrscher gekämpft hat Wird im Herzen nie treu sein Das ist eigentlich relativ simpel Und die Brutmutter akzeptiert nur Fäustetreue Deswegen Das kann ich verstehen sogar ja Ja Disziplin Absolut Wobei ist es wirklich für einen anderen Herrscher kämpfen Wenn du in seiner Lehmgrube faulenzt Und ja nicht mal arbeitest Wie wir schon festgestellt haben Hast du mir gerade gesagt Dass ich in deiner Lehmgrube faulenze Nein die Bürger Die du quasi gesagt hast Wer für einen anderen Herrscher gekämpft hat Sie kämpfen ja weniger als dass sie So ein bisschen rumgammeln Ja aber sie gammeln für mich Verstehst du Das stimmt Das ist halt auch Liebe Das ist halt auch einfach ganz eigene Liebe Sie gammeln halt für mich Und das wichtigste ist Sie kriegen Kinder Und die Kinder können auch arbeiten Stimmt Und das ist gut Das ist einfach ein Kreislauf Ein guter gesunder Kreislauf Warum sind die denn jetzt Bis ich hier Oh Gott Ich glaube ich kann die eine oder andere Handelsroute mal löschen Nachdem ich gar nicht mehr so viele Inseln hab Ich hätte halt gern noch mehr Kanonen Das kann man ja einrichten Ne ich meine meine Produktion Ich mach grad plus 5000 Gold Und ich hätte gern noch mehr Kanonen Plus 5000 Nicht schlecht Ja 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 genau Gerade jetzt Ich hab noch keinen Rum auf der Insel Und ich bin noch nicht fertig Also ich hab immer noch keine Fleischkonserven Und noch keine Pelzmäntel Das Man drückt das noch ein bisschen Aber Die Stadt ist echt sauber jetzt aufgebaut Also ich hab jetzt hier keine Kleinen Kinderkrankheiten mehr in der Stadt So wie in der ersten Wir haben jetzt wieder eine volle Stunde Wollt ihr nochmal Überblick und einmal jeder in seinen Chat Oder spielen wir es durch? Ich würde es auch durchspielen Ja würde ich auch sagen Ich meine ich glaube inzwischen ist auch Die Leute die jetzt noch am Start sind Die haben Die sehen schon ganz gut was abgegangen ist Wir müssen ihnen nochmal Erklären was alles passiert ist Ist doch alles super Finde ich gut Wer hat denn eigentlich noch Interesse daran Dem Maurice mal den Arsch zu versohlen Gibt es da Gibt es da Leute die den Ehrgeiz haben Unter euch Ich muss halt sagen Ich habe absolut den Ehrgeiz Aber ich weiß halt nicht Ich vertraue dir halt nicht mehr Mir? Was habe ich dir gemacht? Ich wollte mir meine Insel schwenken Und mit dir gemeinsam quasi hier Bündnis schmieden Im Blut Wie die Brutmutter das tut Und dann Krieg führen Und du warst so Ja nee Also eigentlich will ich keinen Krieg Mit Maurice Und dann hast du meine Insel abgelehnt Also Schon schwierig jetzt hier an der Stelle nochmal mit Krieg zu argumentieren Ich kann diese Kränkung Hinweg zu kommen Für das große Ganze Für die ihn Ihr anvertrauten Kinder Die sie in die Welt geboren hat Durch ihren gewaltigen Geburtskanal Die Brutmutter Würde eine Allianz nicht ablehnen Du hättest jetzt sogar mich überzeugt Gegen mich selbst in die Schlacht zu ziehen Das war eine Rede Ja das war Ich bin wirklich stolz auf dich Nils Also Ich habe halt Ich habe auch keine andere Wahl mehr Gerade weil du den Schwarm schon überzeugt hast Mein Chat ist Feuer und Flamme für dich Deswegen Dein Chat und ich Wir kommen cool miteinander aus Ich mag deinen Chat Das sind freundliche Leute Vor allem auch kluge Leute Die wissen auch Wenn wir nicht gemeinsam Gegen die Tyrannen Maurice zu Felde ziehen Dann war es das für uns Wir werden aus den Geschichtsbüchern getilgt werden Ich kenne Maurice Sobald Maurice einmal am Sieg leckt Spuckt er den Verlierer aus In den Kanal der Vergessenheit Leute Jetzt hast du so schön gesagt Nils Jetzt kann ich dir nicht mal mehr böse sein Das ist ja richtig Poetisch Also Ich pumpe Schiffe jetzt Ich pumpe alles was ich habe Für die Gerechtigkeit und die Demokratie Erstmal Wenn anderen zerstören Für die Gerechtigkeit Mein Chat sagt nur Der redet zu viel Bitte ausradieren Wow Der Hass auch einfach Wie lange braucht das eigentlich Also damit man seinen Chat so aggressiv bekommt Wie du deinen hast Wie lange hast du daran gearbeitet? Gar nicht so lang Weil ich stream ja noch gar nicht so viel Also dieses Format zum Beispiel Ist ja erst die zweite Folge Und wir sind ja nicht so Also wir streamen ja nicht so täglich Wie du das tust Also ich würde mal schon sagen Dass es da auch Veranlagungen gab Bei diesem Chat Ja und wie fühlst du dich damit? Ich habe so einen morbiden Stolz Einen morbiden Stolz Okay ja Machst du dir da manchmal Gedanken deswegen Oder nicht so? Ja schon Ja schon Doch Schon schon Okay ja Gut dass wir drüber geredet haben Ich baue jetzt noch mehr Kanonen Kanonen können nicht schwimmen Bitte? Ja wir müssen mobile Angriffseinheiten bilden Ja aber ich kann doch nicht mit Ich kann ja nicht mit Mit schonern in den reinfahren Ich brauche auch meinen Stiftenkanonen Genau Achso ich dachte du wolltest sagen Du baust vor deinen Hafenanlagen Kanonen um dich zu schützen Ja da brauche ich auch parallel welche Aber Ja aber wir müssen Verteidigen ist gut Dann kann er uns weniger kaputt machen Aber Ich greife an Ja Aber ich greife nicht so an Dass der mir in der Zwischenzeit Was ausradiert Das wäre Wahnsinn Das ist klug Das ist klug von dir Aber wir müssen unsere Flotte sammeln An einem geheimen Punkt Und dann an einem einzigen Punkt zuschlagen Echt? Glaubst du? Ich glaube ehrlich gesagt Ne aber jetzt Ohne Sarkasmus Ich glaube ehrlich gesagt Wenn wir drei gegen eins spielen Das taktisch für klüger wäre Wenn jeder von uns woanders eingreift Weil darauf kann er nicht so gut reagieren Auch eine gute Möglichkeit Aber die Armeen zu teilen Ist in der Vergangenheit der Kriegsführung Oftmals die Schlinge Um den Hals des Generals Ja aber ihr habt ja auch nicht gleichzeitig angegriffen Ihr habt ja nicht die Armee geteilt Und gleichzeitig Krieg geführt Ihr habt die Armee geteilt Und seid nacheinander reingefahren Exakt Und das war ultra dumm Ähm Aber ich Ich bin bei dir Ich kann das nur unterstreichen Da gibt's denen jetzt nichts hinzuzufügen Also da streiten wir uns ja auch nicht mehr drüber Dass das sehr unglücklich gelaufen ist Da sind selbst meine Historiker sich einig Und als Demokrat kann ich Kritik auch annehmen Oh 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 Okay Oh was Ich werd angegriffen Ey Ich werd angegriffen Alla Die sofort zu mir Die Schurkenflotte Die Schurkenflotte Sofort zu mir Ihr müsst mir helfen Wo bist du denn? Äh In meiner kleinen Insel Unten im Süd Südost Südwesten Ja auf welcher Karte? Ja in der alten Welt natürlich Ich bin ne Die neue Welt gehört komplett Maurice Wie? Seid ihr da alle rausgestorben? Ja Ich bin es doch In der kleinen Insel Maurice hat nicht nur Alle Inseln eingenommen Er hat die ganzen Welten eingenommen heute Scheiß Können die Haben die überhaupt noch Angriffsradios? Schießen die überhaupt zurück? Ja leider Die zerstören mir auch gerade ganz gut was Leute Er will mich vernichten Ja ich kann Ich versuche Und ich tue Aber ich kann halt nicht zaubern Ne Das ist halt Also ich würd echt gern zaubern können Aber du bist die Brutmutter Ja Aber ich kann hier auch Keine Dynastie züchten Das ist ein bisschen schwierig Das sind keine Inzestsoldaten Die ich über 6 Generationen gezüchtet habe Das sind normale Menschen In den Schiffen Dieses Spiel gibt mir Begrenzte Möglichkeiten Ich kann nur damit arbeiten Was ich hier kriege Aber ich bin unterwegs Also ich bin tatsächlich schon seit 10 Minuten unterwegs Also ich hab schon vor 10 Minuten meine Flotte losgeschickt Zu Hilfe Nur sind die halt relativ langsam Die Schiffe Und Denzel bietet mir einen Friedensvertrag Alter Denzel Mann Du widerliches Wichtelwesen Denzel guckt nur auf sich selbst Und jetzt hast du dich einfach in diesen Krieg hereingezogen Das ist halt schwierig jetzt Ja Vorher als ich an der Peak meiner Stärke war Hast du mich im Stich gelassen Ja Man kann natürlich jetzt über vergangene Wunden Herrlich Klagen Aber die neuen Wunden gilt es zu verhindern Ja weil es deine sind Nee Diese Appeasement Politik Wo führt sie wohl hin Ich bin unterwegs Man kann nicht verhandeln Mit dem Bösen Der Teufel sitzt nicht im Parlament Sondern auf dem Thron Aus den Knochen seiner Ja Seiner Opfer So Ja Maurice will nur den Weltfrieden sichern Ja Aber der Weltfrieden unter Der Herrschaftsführung Vom Allmächtigen Maurice Ist kein Weltfrieden Oh oh Seitdem in eurem Hass auf mich Macht ihr mir schöne Komplimente Mehr will ich gar nicht Ich bin so zufrieden gerade Aber was ich halt wirklich gelernt habe Aus all den Runden Die ich jetzt mit Denzel gespielt habe Mit Denzel werde ich niemals Ein Bündnis eingehen Weil er einfach so ein Wiesel ist Das sich einfach 300 Mal dreht Und immer darauf bedacht ist Den besten Vorteil rauszuziehen Und der dollt dich einfach ab Wenn du dich wegschuessst Ja ey Das ist wirklich Die größtmögliche zwischenmenschliche Katastrophe Dieser Mann So kennt man Ich bin enttarnt Aber er macht damit echt gute Punkte Das ist ja nicht so als Ey was ist denn jetzt hier los Warum machen diese Schiffe hier Wenn man immer nur Zweiter werden will Dann kann einem das natürlich auch genug sein So die Frage ist Wo sind meine Schiffe Ja das frage ich mich auch Weißt du wie ich mich gerade fühle Ich weiß nicht ob ihr Herr der Ringe gesehen habt Aber da Ja Die Belagerung von Helms Klamm Ähm Als die Wo war Gondor Wo war Gondor Als Rohan brannte Wo war Gondor Als die einmarschierenden Truppen Meine Pferde schändeten Wo waren sie Wo war Rohan Als Gondor Und viel Tja Da waren sie halt noch nicht befreundet Haha ja genau Ich glaube auch Wieso habe ich hier keine Kanonen Es mangelt mir an Kanonen Aber ey Weißt du was Maurice Meine Hauptstadt kriegst du nicht Das kann gut sein Ja Die werde ich glaube ich nicht einnehmen Komm her Komm her Versuch's doch Dafür habe ich jetzt Dafür habe ich zu viele Schiffe Jetzt in diese andere Stadt Gerade reingebuttert Ja und verloren Weil ich mich tapfer gewehrt habe Ja das ist leider wahr Ja Aber komm doch zu mir jetzt Komm Ich verspotte dich Hörst du das Ich glaube du kommst Ich habe hier immer noch ein Schiff am Kapp rumgammeln Meine armen Leute Aber Dennis Das ist echt Also das Das muss ich auch erstmal verdauen Ehrlich gesagt Was denn? Ja also Wie du einfach die Seiten gewechselt hast Wie so ein Wechselbalk Das ist wirklich erstaunlich Hast du überhaupt noch Kritik? An mir Wagst Aus Nach deinem unglaublich Schändlichen Angriffsmove Den du da gemacht hattest Nachdem ich Auch noch alle meine Männer für dich in den Tod geschickt habe Dennis du kannst Du kannst Diese Kleine geschichtliche Episode auch nicht Ewig tot reiten Du kannst nicht dein komplettes Handeln Auf einer verlorenen Seeschlacht aufbauen Die ich Verloren habe Und nicht du Das ist doch albern Deine eigenen Leute glauben dir nicht mehr Doch es geht um Meinen eigenen Leute Die Man muss auch mal einen Fehler einsehen Und dann sagen so Okay Vielleicht war es nichts Mit Nils Zu interagieren Und das hat auch meine Bevölkerung gesagt Ich meine Ja Mega dämlich Und dementsprechend Haben wir das halt einfach Hier diplomatisch gesagt Ach Dennis Jetzt ist Maurice der neue Nils Ich hoffe Ich hoffe sehr Dass du deine Grenzen öffnest Auf das deine Schüler und Studenten Auslandssemester Äh Absolvieren können Um die Wahrheit zu lernen Um dann zurückzukehren In deine Heimat Und die Menschen dort aufzuklären Das ist das einzige Was ich noch hoffen kann Weil solange du an der Macht bist Wird die Wahrheit Geknechtet im Kerker sitzen Gefesselt verhungern Und niemals ans Tageslicht zurückkehren Alright Ich sehe, dass Pia jetzt auch Den Neue Welt-Säuberungs-Move macht Äh Während ich natürlich hier In der alten Welt Mit Nils beschäftigt war Das ist natürlich durchaus Nicht dumm gedacht Wenigstens habe ich dir Widerstand geleistet Das stimmt Das stimmt Wollte ich mich nicht Vor deine Füße geworfen Und selbige geleckt Ein Lagerhaus? Wo sollen wir den ganzen Kram hinbringen? Ein Lagerhaus? Ja Pia hat auch wirklich Jetzt tatsächlich nochmal In Wirtschaft Also Respekt Voll aufgeholt Ist hier wirklich auf 17 Score Genau wie ich Das finde ich dreist Ich hänge gerade ein bisschen Ich konnte jetzt keine weitere Insel mehr Einnehmen gerade Ah shit 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 Ah jetzt Jetzt nimmst du ja ganz gut Inseln ein Hier Ja ja ich nehme dir alle weg Von meinen armen Leuten Es wird keine einzige übrig bleiben Ja ja ich meine ich habe die Die sind ja auch alle nicht gebaut Von daher ist das jetzt auch nicht ein Weltuntergang Ja aber soll das Einflusspunkte verlieren eigentlich dadurch oder? Und damit sollte deine Flotte für dich jetzt schmerzhafter zu halten sein Ja die Flotte Es ist nicht so schlimm tatsächlich Weil die Flotte auch ziemlich runtergeballert wurde eh schon Die kann ich gerade ganz gut halten Es geht nur eine dreiviertel Stunde Ich möchte dafür sorgen Dass diese Flotte auch so klein bleibt Wie sie runtergeballert wurde Das ist absolut fair Da kann ich nichts gegen argumentieren Okay okay Schiff unter Beschuss Warum ist das denn überhaupt noch an? Ist doch Quatsch Was ist Schiff unter Beschuss? Wer wagt es? Oder ist Ich muss Items nicht mehr sammeln Ist das Die Runde geht nur noch eine halbe Stunde Die Items bringen mir nix An der Stelle Das ist komplett egal Ob ich die gerade packe oder nicht Mir geht es gerade eher um die Zeit Die die Schiffe brauchen Um von A nach B zu kommen Das ist gerade wichtiger Als ein Item aufzuheben Ja die sind leider alle Arsch langsam Es wird nicht gerade leichter Es leckt auch so richtig schön Es ist tatsächlich so Es scheint als müsste man wirklich noch mal Auf was für Grafikeinstellungen spielt ihr Ich glaube das ist der Multiplayer Modus Der das einfach nicht schafft gerade Also bei mir geht es erfreulicherweise noch ganz gut Die Insel eines Konkurrenten wurde eingenommen Die Insel eines Konkurrenten wurde eingenommen Meine schönen Inseln ey Das ist doch Eine Schurkerei Ja jetzt führt Pia tatsächlich In Wirtschaft und Militär Tja WTF Tja Tja Maurice Das ist ja wie so hier so Weißt du wie so Weckermole spielen mit euch Das gibt es doch nicht Haut man einen weg Ist der andere auf einmal wieder da Ja du hast dich einfach übernommen Was hast du da Was hast du auch Das stimmt Das stimmt So viele Fronten aufgemacht Das ist ja auch einfach dumm So Richtig einfach nur noch Bam Sed Hö pud S 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 unsere maschinerie wird gerade erst ausgebaut die nächsten sechs kanonen gießereien wurden gebaut sehr gut bin auch dabei ja das kappen das ist schon nicht schlecht ich fühle mich gleichzeitig in all meinen miesen aktivitäten bestätigt wenn man sie die pia hier boomt auf dieser unsäglichen insel es ist halt absurd ich habe nur noch eine insel ich habe drei inseln verloren und trotzdem kann ich einfach so viel unterhalten gerade das ist richtig krass ja es ist so stark einfach hast du das über dich selber gerade gesagt nein nein der kontinent das ist einfach so okay 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 achte eine welt an der ich zu spät so viele ressourcen und es ist halt so viel leichter zu verteidigen weil du halt keine handelsrouten oder so dazwischen hat ich habe nur einen kontinenten den du zu ja verstehe aber ich bin natürlich auch unfassbar stark ja natürlich das wollte ich doch gerade sagen ja ich meine also tatsächlich ist es natürlich eigentlich war natürlich der gedanke dass aber das haben wir alle ich sage ich selber nicht besser gemacht habe dass der der das kapp hat provoziert dann ein bündnis gegen sich stattdessen haben wir uns hier der alten welt um um quasi um 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 die die überrechte vom tisch geprügelt während pia reich und fett geworden ist in der in der in der fernen fremde in dieser in diesen reichen landen und wir hier ich wusste vorher noch nicht mal was vom kapp so ist hier los aber dann hätte ich gerade fett genannt ich habe das richtig verstanden chat ja jetzt ist ja auch schon egal nachdem du eh schon hier genozid begehst an meinen bürgern das kann ja nicht mehr schlimmer werden bist du dir sicher einigermaßen einigermaßen das problem ist halt meine leute sind halt unlangbar die den sind schon wieder in einem aufstand ich komme aus diesen aufständen gar nicht mehr raus gerade nene es gibt keine landtruppen bei an 1800 wollen wir nicht in anbetracht dessen ruhen lassen über die aktual du kannst du dich einfach kommen wir alles nehmen und dann mit dem waffen schiff da damit ich dich gegen pia jetzt noch unterstützen ja ich habe nicht mehr ich kann nicht mehr viel in die waagschale werfen aber vielleicht kann ich das zünglein an der waage sein und zumindest meinen bürgern zwar kein triumph aber doch ein inneres gefühl der befriedigung und wiedergutmachung geben und das versuche ich auch das ist aber was mich tatsächlich überrascht was auch gerade der chat sagt dass die führung hier wirklich sehr hin und her schwankt das überrascht nicht bei anno ich hatte ein bisschen sorge als ich dieses event mir auch ausgedacht habe so wie macht man die regeln so dass dass dieses aufbauspiel halt doch dynamik entfaltet und spannend bleibt und ich finde das klappt echt gut also dass pia jetzt noch mal wirklich dieses comeback hinlegt finde ich halt mega geil wir hatten einige kriege am start und ich finde auch so frustrierend es war ich weiß nicht wie ihr das seht insgesamt war das mit dem knappen bauplatz schon richtig so weil sonst hätten wir alle ja noch länger damit verbracht einfach nur rumzubasteln und das hat schon so dann gereicht dass jetzt nach diesen acht stunden der punkt kam ich meine wir haben ich habe immer noch nicht all meine inseln überhaupt voll gebaut diese kleinen da das ist ja anders setzen ja also wenn du war acht stunden geht spielst du halt nicht auf das ziel irgendwann dieses große weltwunder oder wieder genau das ist das mal was halt was anderes sondern überlegst du wie habe ich in den sechs sieben stunden viele oder irgendwie sowas ja was ich halt sehe dadurch dass der baublatt so gering ist hast du das klappt damit halt noch so viel stärker gemacht das ist eigentlich das ist halt das mit wenn also nimmst du da die balance halt raus wobei ich halt auch glaube dass cup würde besser funktionieren also jetzt wissen wir auch alle was das bedeutet ich glaube wenn wir das noch mal machen sollten so ein event wer sich nächstes mal das cup sichert wird das nicht ganz so in ruhe ausbauen können ja ich habe es auch gar nicht gecheckt weil ich habe das ja ich habe das noch nie gespielt ich wusste überhaupt gar nicht um die macht dieses ortes aber jetzt weiß ich das aber gesehen haben wir ihn trotzdem noch nie oder du warst schon im cup nennen jetzt ja ja ich war dann nicht aber da also das war dann schon besiedelt aber ich war ich kann mir das erst angucken wenn ich das auch entdeckt habe ja mal kann ich mir das mal angucken okay weiß ich immer noch nicht wie das aussieht naja jetzt kommt der dreckige pirat und versenkt man da noch zwei linien schiffe geiler das ist eine riesengroße cup oder was ja allen mit ein ressort da gibt es auch noch andere inseln aber es gibt halt so eine riesige hauptinsel die die sehr fett ist und die haufenweise ressourcen hat die tatsächlich im im verhältnis in diesem spiel noch stärker ist weil halt alle anderen inseln klein und schwach sind der hat mir jetzt echt noch zwei linien schiffe versenkt hammer krass das ist extrem ärgerlich gerade das ist extrem ärgerlich wird es bisschen schwieriger meine helfen noch zu kriegen also ich bin absichtlich schon aus also abgezogen was der weil ich nicht wusste ob du mich im cup angreifst nachdem ich gesagt habe ich ziehe dir alle hilfen ab okay habe ich drei hilfen genommen und umgedreht in der sekunde weil ich bin gut befestigt aber ich bin nicht so gut befestigt dass ich naiv genug bin dort zu bleiben du bist zu perfide ich finde das nicht gut ich lade nächstes mal leute einen die schlechter sind in anno ich nehme das mal als komplimente das ist das höchste kompliment von einem niederträchtigen menschen wie mir ist doch du bist zu perfide das ist doch das mehr kriegst du von mir nicht also erwarte auch nicht mehr dass das war es jetzt aber ich habe jetzt die hunderttausender marke auf meinem konto geknackt gerade also immerhin es geht gerade richtig hoch mir nur meine ich könnte jetzt noch mal sechs kanonengießereien bauen was was ich jetzt glaube ich mache ist um noch mal im wirtschafts vor bisschen hoch zu gehen mich an dem mann zu bedienen der jede moralische standfestigkeit ja verwirkt hat dieses spiel denzel ich will noch ein paar inseln und wir warte warte das kannst du nicht einfach so dahin stellen und erst wenn das auch adäquat begründet wurde kannst du da angreifen brauchst karsus belli irgendwie ja karsus belli ist ich will dein land was kannst du jetzt schon wieder mich irgendwo irgendwas wo denn das im inseln von allen seiten wird hier mit schlamm geworfen er ist es absolut niederträchtig hier noch diese schweine das war mein ferienhäuschen schwein und jetzt kommt frauen und kinder das weißt du ja immer und frauen und kinder oder wie jetzt bin ich verwirrt den kenne ich nicht den ausruf ich auch nicht ich war ich erachte auch nicht mehr so was was denzel so von sich gibt es ja offensichtlich alles so ein bisschen leere worte ich habe gar nicht ich habe gar nicht verstanden was bei euch angekommen ist was was meinet ihr eber und ihr wohnen und was war das von ausruf ich habe gleich hier leben frauen und kinder aber ich genieße das einfach kein blau hier in meinem cup zu sehen würde ich das blau dulde ich nicht ja das kann ich dir nicht mal verübeln leute ihr müsst doch noch ein letztes aufbäumen muss doch noch möglich sein du hast ein schiff nils oder ja und aber dass das bäumt sich auf ja du ich bin dabei ich arbeite dran aber ich muss halt gucken alter morris wird sie jetzt tatsächlich das hopfen dieses angreifen natürlich droht stone ja natürlich oh mein gott ich entdecke gerade eine geile mechanik man kann ja oben einstellen dass man sieht welche ressourcen also oben ganz oben in der mitte angezeigt werden das ist sehr hilfreich ist halt wirklich eine praktische mechanik aber ich teile sie sofort mit euch wie ihr seht alles alles wissen was ich habe wird sofort mit euch geteilt so bin ich wollte auch nur zu protokoll wie morris wenn du meine bevölkerung abschlachtet mache ich gerade ein foto mit kindern in der hauptstadt so eine bildaufgabe ist ja auch nett alter was ist das hier alter was ich habe ein so ein busch der sich nicht abreißen lassen will ich weiß nicht was ich dazu sagen soll ich habe ich habe ihm am ende dann doch die gräser rausgerupft so alles gut weiter geht's oh oh schade sie haben an einfluss gewonnen du bist die du bist der nicht nicht versehentlich der handelsschiff mit insel verloren wenn es nils dein mitleid ist ist so rührend ja wirklich da 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 das habe ich keine also das was mir wirklich an dem ganzen spiel am unangenehmsten ist ist dass ich meine handwerker ja meine handwerker abwärts die graden muss auf arbeiter also das ist echt das schäbigste das ist ich muss von haus zu haus gehen und meine handwerkern sagen so ey leute sorry ich weiß ihr habt keine spielen mehr an den händen und und so und verkehrt in besseren kreisen und geht auf maskenball und so aber ich brauche euch echt gerade in der fabrik und es wäre wirklich toll wenn ihr euren stand noch mal wechseln könntet willkommen in der manufaktur ey denzel willst du jetzt echt dieses eine schiff da noch wegnehmen oder was ja und wenn es das da werde ich dich für bezahlen lassen das sage ich dir dafür hole ich mir jetzt diese insel noch komm nur was führt sie zu uns gut dann sehe ich mal nach dem kleinen mm-hmm Die Insel eines Konkurrenten wurde eingenommen Was haben wir denn? Oh, jetzt dauert er ewig Setzt irgendwer grad jemand Also irgendjemand grad einen Ries unter Druck? Nö An irgendeiner Stelle dieser Erde Ein Schiff von ihm versenkt Was willst du mehr? Ja, ich bin Ich bin wieder dabei Alter, der fährt an mir vorbei Der kreist an meiner Insel hier Vorsicht, er befindet sich zentral auf Patrouillentour Achtung, Achtung Ich bin gerade im Kampf mit ihm Er fährt gerade die Ehe auf den Hafen zu Ich will halt Also das Problem ist Was habt ihr denn flottentechnisch in der alten Welt? Ja, das kann ich dir doch jetzt nicht sagen Gar ein Linien Schiff Das muss ich dir doch Denzel hat ein Linien Schiff und Nils hat zwei Chatte mich doch mal an Wo bist du denn? Kann ich dich denn hier anchatten? Da, chatten Pass auf Ich schlüster dich an Gott, ich hab schon wieder diesen Aufstand, ey Ja, ich auch aber gerade Katastrophe Oh, und ein Feuer auch noch Oh Gott Ich muss echt ein bisschen mehr dran denken über all diese Feuerwachen zu bauen Das hab ich ein bisschen verpennt dieses Mal Ich hab dich da mal angeschrieben Ich hab grad entdeckt, dass es einen Chat gibt Komplett absurd Ja, ich spiel Arno schon sehr viele Jahre Das war mir bekannt Mhm Mhm so noch mal hier irgendwo eine feuer der stadt bitte ach gott nicht da nirgends hin ich bin ein idiot verdammt morris kommt jetzt wieder zu mir sehr viel bei mir zu der jahreszeit sehr gefährlich selbst verauert ist nicht in knee nein was fahrt ihr denn schon ihr soll doch nicht angreifen nein ich sag ja um die jahreszeit die gewässer der seegang schwierig schwierig so diese musik die treibt mich wirklich in den wahnsinn hier erfahrung lehrt die menschen so vieles vorsicht etwa und ein schiff das kann doch nicht das kann doch nicht ernst sein du entkommst doch nein darum seid ihr auch vorgefahren ja gut denn es sagt nils dafür zahlst du denzel thaler versenkt alles von ihm das gibt's doch gar nicht auge um auge denzel du willst die welt ja natürlich vor aufständen kommt schon das kleine piss schiff schön wurde aber zum glück ist ja dass der art über da um mehr neues zu geben kommen so jetzt wäre für dich der perfekte moment und zu drehen weißt du heute noch mehr schiffen jetzt kommt das spiel leckt gerade auch recht übel bei mir ja das ist halt auch nicht richtig was du hier tust okay jetzt auf die zivilbevölkerung du hast die verteidigungsanlagen zerstörter ja die stadt gibt ja nicht auf da muss ich ja weiß das heim da vorne das ist ein kindergarten komm krieg ich noch ein schiff von dir da wird mal wieder knapp ich hab mir einfach mal die ganzen anteile geschnappt hier ja okay nein jetzt ja densel ich glaube du hast dich leider auch so ein bisschen eine ungünstige position manövriert so was ich sagst du herr busfahrer ja ich meine im sinne von dass das glaube ich ja nils was was geht denn da ab geh weg oh gott da kommt ja richtig was auf in den kampf seht wie sie fliehen die blauen feigen ja gut dann ich meine wir haben nur noch 20 minuten die entscheidung von der ist in der trete der eigenen schiff gesprengt wird und nicht kapieren kann das doch alles nur gut business war genau der bin ich jetzt feuer ich rette dennis ich rette ihn ja ich brauchte halt auch eine flotte aber was weißt du schon aber ich lasse dich noch bluten nils das wirst du schon noch hier erleben bewegt dich mit deinen schiffen ne warum was machst du stehst da rum alter ja warum soll ich mich denn bewegen die kanonen die kanonen bewegen sich doch nein das ist kein panzer auf das ist kein panzer das ist kein panzer das ist wohl wahr das ist wohl wahr man diese ganzen aufstände in der hauptstadt das ist so anstrengend wirklich meine menschen hassen mich ich weiß gar nicht warum gut dass du es auch nicht weißt ja nils das wird eine knappe kiste das ist doch typisch wie wir es immer machen oder wir radieren uns nochmal so richtig gegenseitig ja einfach noch mal sinnloses blut vergießen und verlust von menschenleben ein spiegel der menschheit komm haben wir noch irgendwas was für hier dem indianer haben wir noch gesehen warte lebt ja noch wo hast du denn so schnell so viele schiffe hergebaut der hat in sechs werften auf einmal gebaut sechs werften glaube ich oder ja stimmt tatsache mein großer fehler war tatsächlich dass ich so jetzt mach doch was ihr müsst was damit machen ich habe am ende nicht mehr nicht mehr ich hätte mehr kanonen werke bauen müssten da habe ich nicht schnell genug geschalten ähm für die ehre aber ein problem ich komme mit den kanonen für die ehre habe ich das gemacht und das war mir wichtig jetzt muss doch gar nicht mehr kommen jetzt ist ja hier schon äh äh es gibt quasi glaube ich nur noch also wirklich sehr wenige kriegsschiffe in der gesamten alten welt ja jetzt kommen so die dekadenten flüchtlinge aus dem kap kommen jetzt zurück um uns alle zu erobern also ich fühle mich nicht wie ein dekadenter flüchtling ich habe auch die neue welt von dir schon zerstört also ich bin ich komme nur um meine heimat zurückzufordern so maurice dem gehört die eigentlich gerade äh mir ah ja ärgerlich außerdem hat mein chat gesagt dass er ekelhaft sein möchte das ist vollkommen legitim nachdem was mein chat heute so abgeliefert hat wir alarmen etwas diese musik treibt mich in den absoluten wahnsinn so 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 leute tja ey aber jetzt wo maurice paar schiffe verloren hat ihr müsst auch was jetzt ihr müsst auch was reinschmeißen ja gut wir haben noch eine viertel stunde leute schmeißt alles was ihr habt noch mit rein meine stadt brennt erster denzel hat gar nichts mehr der dürfte jetzt auch gar kein geld mehr kriegen eigentlich weil ich ja alle anteile hier habe äh minus schöne rote minuszahl kriege ich hier äh nils du hast mir tatsächlich noch was das ist bisschen bedauerlich und belastend ähm ähm tja aber aber natürlich ich will gar nicht ehrlich gesagt wirklich wissen mit wie vielen linienschiffen hier jetzt angewalzt kommt ähm es ist nicht so schlimm auch mal eigentlich eine eine ruhige nacht quasi in 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 optimismus für die zukunft verbringen bevor ich äh platt gewalzt werde oh was ist das da das ist ein öl tanker schade ja ich habe auch schon gedacht oh geil aber der kostet auch 300.000 ja das ist ein bisschen viel wie geld hinst du gerade moris äh 150.000 wenn ich wünschte wirklich ich hätte mich aufstände die ganze zeit dann wird es mir finanziell gesehen noch ein bisschen besser gehen ja äh durchaus durchaus boah ist das ätzend ja ich glaube eine meiner bäuerinnen wenn ich das gerade richtig verstanden habe hat mich als unkraut betitelt wie bitte ja es ist schwierig ey man muss sich nicht alles gefallen lassen ne warum streiken die propaganda ich habe mit der propaganda übertrieben ich müsste jetzt mit der propaganda aufhören aber nee es geht auch ohne ok ok Leute wie sieht es aus seid ihr bereit ich bin auf dem weg ne aber ich hab halt linien schiffe die sind nicht das schnellste das ist äh richtig aber mögen die winde dir gnädig sein ich hab zumindest eine flotte von ihm schon mal vernichtet das ist tatsächlich sehr traurig ich hab langsam das Gefühl dass ich nicht rechtzeitig ankommen oh doch oh doch das finde ich nicht gut ja macht ja keinen stress es kommen eh nicht alle gleichzeitig also nicht alle rechtzeitig an es kommen zwei ähm zwei äh schübe von linien schiffen und ich glaube das zweite kommt nicht mehr rechtzeitig der zweite schub ist aber schade ja ich bin jetzt schon auch gefreut gehabt ehrlich gesagt ja ich weiß auch nicht ich wollte eh einen motor einbauen aber die haben gesagt nee nee brauchst du nicht motor wer braucht das wie immer ist mit einem motor arbeiten segel sind die zukunft und da haben wir den scheiß was ist das das ist gar nicht hier keine schütztür mehr so dann geht der hier nicht verstehe ich nicht wo seid ihr denn jetzt ja ich habe wieder als eine flotte von ihm vernichtet und jetzt muss ich natürlich ein bisschen mal die segel wieder reparieren und so und dann ich mache jetzt in den letzten minuten noch einiges versuche ich noch an schaden ihm zuzufügen mit einem mit einem schlag das kann ich nicht angreifen gerade gestohlen hast ja und ich ja das macht nichts da oben ist ja noch eine die habe ich alle gerade genommen sind die alle gerade auf cooldown ja das ist wirklich ein pech für dich weil dann muss ich zu deiner hauptinsel fahren genau das ist doch hier lasst uns noch ein fettes battle machen die ist was machst du jetzt irgendwelchen rand inseln kommt ja mann ich mache richtig randale dass ich nicht alle meine schiffe darüber bekommen habe die sind halt so lahm was ich machen die brauchen wir auch so lange zum bau und ich habe noch vier quasi schiffe die noch gebaut werden und ich habe genug geld ich habe gerade 180.000 steigen ich auch aber keine kanonen ich habe auch kanonen insel erobert was muss ich machen insel erobern oder anteil beanspruchen was ist jetzt besser für mich erobern damit reißt das ab sein dann gehört es hier ja es ist es ist mein ewiges schicksal hier am ende durch eine allianz der schurken und solchen events manchmal vernichtete werden nicht immer zum glück letztes mal habe ich mich behaupten aber aber die die stunde der rache schlägt halt dann doch immer aber ich finde es gut dass noch action haben hier zum schluss dass es gibt mehr action als ich dachte ich hatte echt ein bisschen bei anfang ich liebe das spiel ist es geil ist es wirklich so gut für diese art von event aber ich finde es überraschend hast du da gar keine kanonen vielleicht ja voll wenig kanonen da ist noch einige hier ja ich war dann nicht komplett alleine rein ich bin nicht lebensmüde ich warte auf die pinke flotte die da irgendwie bei irgend so kleinen inseln rumspielt ja ich mache immer alles noch kaputt hier ja aber wir wollen ja die hauptstadt ja die auf meinem wege mache ich die schneise der verwüstung das ist noch neun minuten um eine hauptstadt zu kriegen ja okay wo hast du deine truppen da ich komme weiter ist nein der hat genug da glaubt mir der hat die ganzen türme da bist du da auch ich bin ich bin unter dir ja da kommst du zu mir und dann warte ich noch auf dich und dann fahren wir zusammen ja wir müssen da nach rechts ich warte auf dich ja okay warte warte kommt her in die schlacht so okay komm ich komm ich komm ich komm wie dreht denn der wind ja wir haben richtig beschissen den wind für den kampf gerade das geht immer richtig ab hier also im normalfall hätte ich jetzt gewartet bis der wind dreht wir müssen nämlich gegen den wind schießen das ist ärgerlich okay das habe ich ja kaum schiffe ich muss mich wirklich komplett mit meinen kanonen verteidigen ich bin jetzt auch unterwegs wo ist denselmann egal aber wir sterben in einem letzten großartigen gefecht auf was schließen wir zuerst da bin ich seite an seite kämpfen sie pinkie und türkisi was ist denn strategisch wichtig hier dass diese erstmal die sachen die zurückschießen können wahrscheinlich die kanonen auf jeden fall ja ich werde es euch nicht leicht machen ihr halunken diese kanonen sind so stark ich werde euch noch alle mit in den tod reißen das kriegen wir nicht läuft weg oder macht das sind alles aufs kontor zu setzen aber wir haben aber nicht genug schiffe für die menge an ich komme du kommst erst jetzt an ja großartig ja aber das hast du noch gesehen wie sehr dein arsch langsam aber dennis dass du überhaupt noch reden kannst ich kann die nicht schneller bewegen ich habe ja schon ich weiß dass ich selbst nicht vertrauenswürdig bin du hast keinen grund meinen worten zu glauben ich hoffe du nimmst diese lektion vielleicht selber mit das war glaube ich dein erstes multiplay event mit nils bobenhau da seid ihr völlig beknackt bei euch hat es wohl ich bin richtig gekränkt gerade wie ich doch richtig randale gemacht habt eine flotte im alleingang vernichtet habt ihr zwei inseln kaputt gemacht und nur weil meine schiffe zehn meter hinter dir waren das ist doch nicht das ist doch nicht aber das war aber das hast du doch gesehen ja ich habe doch gesagt lässt uns kommen dass wir gerne kommen zu bekommen dass ich nicht bewegt dadurch habe ich mich bewegt das ist was das hat halt gedauert aber wir haben noch die zeit guck mal wenn wir jetzt selbst wenn wir jetzt erst angreifen würden ich mache einfach so lange weiter bis alle weg sind das habe ich mir verdient so habe ich mir meine punkte zerschossen haben wir alle ich glaube habe ich nicht geil habe ich jetzt das meiste militär wahrscheinlich ich habe ja nichts mehr so ist mit einer letzten salve jetzt habe ich auch noch eine krankheit auf der insel ich glaube wir beschließen ist damit oder was sagt ihr das ist ein schönes ende ich lasst uns die punkte gucken ich würde ich vermute pia gewinnt eigentlich in beiden punkte disziplinen ja du hast das meiste militär und die meiste wirtschaft da sieht man das denn eigentlich im diplomatie menü das heißt die titel pfeffersack und admiral oder admiral gehen beide an dich die frage ist wer hat die meisten inseln was kann ich mich auch admiral pfeffersack nennen also du hast alles recht mit diesen titeln jetzt zu machen was du willst die gehören dir bis zum nächsten event dann lass uns doch mal die jeder zählt mal bitte seine inseln besitzer titel in vier und du die inseln zählen kurz also meines 1 warte mal warte mal warte mal ich habe ja noch zwei erobert ich habe noch zwei obert von dir das ist ja große klasse ich habe zehn inseln pia kriegt zwei punkte für das cup auf jeden fall die insel zählt ja für zwei trotzdem noch sehr respektabel was zwei von drei titeln gewonnen und bist jetzt auch klar nachdem du wirklich schon in den abgrund geballert wurdest ich habe mich noch schlecht gefühlt aber hätte ich gar nicht sollten war alles richtig drei inseln abgenommen aber aber allen respekt also ich zögere nicht schäme mich nicht zu sagen dass du eindeutig die beste annumsspielerin in dieser runde bist wenn natürlich das ist ja übertrieben aber sehr nett dankeschön man muss ja auch noch dazu sagen dass du auch noch echt einiges pech hattest du bist mit beiden piraten ins gehege gekommen aber gibt gibt doch mal ein fazit ab wie fandet ihr aber jetzt für so ein event wie fandet ihr das regelwert und den ablauf was würdet ihr vielleicht noch ändern weil ich das ist ja auch alles hier ein neues format deswegen bin ich immer dankbar für für alles was was noch an an input gegeben wird weil wie wie hat es euch getaucht ach ich fand es mega gut hat echt spaß gemacht oder kommt noch jemand an meine insel und den was ist wer ist das denn egal erst totem pirat glaube ich egal ich fand es mega lustig ich fand es auch so in der besetzung sehr entspannt die acht stunden sind sehr schnell vorbeigegangen was das was die regeln angeht muss ich ehrlich sagen dass mir da so ein bisschen die andere erfahrung fehlt das ist beim g8 gipfel hatten wir halt wie gesagt vor anderthalb jahren multiplayer matches war mein einziges und jetzt wieder so dass ich überhaupt nicht sagen kann welche justierung für mehr action gesorgt hätten ich fand das aber so wie es jetzt war ich gut werden natürlich vielleicht früher anfangen können uns anzugreifen das problem dabei ist das hast du ja auch gemacht als du hier angegriffen hast du kannst dann jemanden gerne auch mal drei stunden vor ende der sendung aus dem spiel nehmen und das will man ja auch nicht so dass auch dass der ablauf was das angeht recht gut war also dass am die leute gucken ja auch an weil sie aufbau auch cool finden am anfang haben wir uns aufgebaut in ersten vier stunden und die zweite hälfte ging jetzt wirklich von krieg zu krieg zu krieg also fand ich das sogar ganz cool ich glaube also jetzt extrem gut gefallen auch von der besetzung und allem auch jetzt von dem wie lang es ging fand ich echt nice und so ich persönlich wird es halt super interessant finden wirklich vielleicht in zweier teams also in vier vier mal zwei leuten zu starten weil ich glaube wenn du in vier zweier teams spielst passiert das mit diesem mehr krieg automatisch weil du dich einfach so viel schneller auf die sachen konzentrieren kannst du ich spiele normalerweise mit meinem mitbewohner voll gerne anno zu zweit und da ist es halt wirklich so dass der eine am anfang nur die quests macht und halt piratenschiffe jagen geht und der andere halt aufbaut und beide sind halt komplett beschäftigt damit das heißt wenn du halt einen hast der kämpft dann können die leute auch untereinander viel mehr kämpfen und die ganzen handelsrouten werden viel aktiver angegriffen weil du halt einen hast der die sachen baut und einen der versucht es zu verteidigen bzw versucht anzugreifen ich habe das könnte auch noch mal so eine ganz eigene gruppendynamik schaffen dass man da vielleicht dann immer einen erfahreneren spieler mit einem anfänger zusammensetzt in ein team und dann halt so vier teams zusammensetzt ich glaube das kann auch mega lustig sein ja ich bin noch überlegen ob es nicht vielleicht also ob nicht vielleicht drei zweier teams auch reichen würden wahrscheinlich weil was ich in diesem format ja schon gerne will ist acht leute können eigentlich nicht miteinander reden groß sie sind dann alle zu zweit in ihrem ding aber ich finde ja auch den austausch wenn alle sich hören der ist mir hier sehr wichtig und zu sechs geht das glaube ich gerade noch werfen ja zu fünf präsident ging das ging auch ganz gut ich glaube zu acht ist es eng wir hatten ja bei hennos event war es ja dann so dass man nur eine stunde immer jede stunde sich gehört hat und was mein chat auch gerade sagt zu acht könnte es auch extrem leggy werden ich habe auch glaube ich wir sollten wahrscheinlich alle nächstes mal ein bisschen die grafikeinstellungen runtersetzen bei mir hat es schon krass jetzt am ende gestottert und gezuckelt ich weiß nicht wie es bei euch war ja auf jeden fall ja während der schlachten weil die wenn jede kanone einzelne irgendwie berechnet oder was dann schuckelt das ein bisschen ja und denn was sagst du noch zum abschluss es hat mir ja spaß gemacht auf jeden fall regeln von den regeln her fällt mir auch nichts bei einem hätte besser machen können ich meine es ist halt immer noch an oder es ist ein spiel wo eigentlich unbedingt multiplayer immer dazugehört ich glaube nicht jeder teil hat er ja auch ein und ja auch weil es ist einfach eine breit mit reingabe ihr könnt es zusammenspiel ist eigentlich kein kompetitives spiel und wenn einer einfach mal unten was startet auf irgendeiner handelsroute am anfang dann ist das spiel gelaufen und das dann ein bisschen gucken ja und da du hast dich auch komplett zurückgehalten dann ein der bei ihren spaß und ganz lustig aber du hast irgendwann natürlich die bremse gibt es gerade nicht ganz rauszunehmen und ob das denn also klar ist muss ich vorher einig ob man super super competitive spielen will dass das war dann auch so ein bisschen mein ding was ich dann so als ich sag mal als als post des dings doch so ein bisschen vorgeben wollte so so okay so will ich ja eigentlich auch nicht spielen ich habe selbst der angriff erfolgt wer in der annahme dass das kap schon weiter war als gedacht ich bin ja nicht angetreten um jetzt okay nach vier stunden die hat gesagt sie will mich angreifen jetzt kriege ich sie schnell raus das ist nicht die art von event die das hier sein soll und ich finde es ist dann auch es war dann ja sehr lustig die ganzen kriegsführungen am ende ich hatte auch noch mal schön ein paar fette entscheidungsschlachten hier am ende zu haben es wird in meinem chat jetzt noch gefragt wollen wir nächstes mal ohne das cup spielen ich persönlich finde dass das kap das ding schon bereichert hat wir haben nur alle noch nicht ganz so gecheckt wie stark es ist man hätte da ja auch darauf reagieren können aber glaubt dass das kap also dass ich habe das kap nur behalten können weil du deinen angriff gebremst hast weil du mich sonst aus dem spiel katapultiert hättest und weil halt denn ziel und nils beide nicht wussten wie krass das cup eigentlich ist ich glaube nicht dass man das kap grundsätzlich rausnehmen muss weil normalerweise also wenn man zeit weiß dann gehen raschen da ja alle drauf und dann finde ich tatsächlich sogar spannend weil da meistens die kriege im kap passieren und jeder seine hauptinseln behält und dann führt man halt im kap die schlachten ums kap und das finde ich hat auch sehr cool ja ich finde auch so dass kap hat eigentlich durchaus ich habe es ja mit mit absicht reingenommen weil ich dachte es kann bestimmt in irgendeiner form eine interessante multiplayer dynamik schaffen hat es ja auch in dem fall war es nicht die dass wir alle darum gekämpft hat aber dass es dir ein richtig fettes comeback ermöglicht hat und ich finde das eigentlich cool deswegen würde ich auch gar nicht sagen dass man es rausnehmen soll es ist im balance aber deswegen haben wir ja auch mehr als zwei spieler im one on one würde ich wahrscheinlich eher raus streichen und sagen dann wäre es dann hat hat halt dann gewonnen aber wir sind ja zu viert das heißt da kann man ja auch durchaus gucken und von daher würde ich auch mal sagen also ich war eigentlich auch ich war sehr zufrieden damit es gelaufen ist von den regeln her ich hatte mir echt ein bisschen mehr sorgen gemacht so wie dynamisch verglichen mit crusader kings auch wie viel hat er anno zu bieten im multiplayer ich fand es mega spaßig ich fand vor allem auch natürlich fand ich es mega cool dass ihr alle am start wart das ist immer wieder eine freude mit euch und an denzel und shurioka gehen natürlich auch veteranenmedaillen jetzt allmählich raus hier war jetzt dreimal in folge am start das ist der hammer irgendwie als schokolade oder so damit ich die essen kann ja ich schau mal was dich machen lässt kannst du dann zusammen mit deinen anderen beiden titeln essen die du jetzt an dich gerissen hast also meinen fahrs ist auf jeden fall ich hätte bock das mal wieder zu machen das spiel hat sich für dich bewährt und ich würde es sehr gern wieder mit euch machen weil ihr alle fantastisch war selbst du nils selbst du bist aber ein fantastischer erz ja das war super ich bin dabei ich habe das spaß gemacht geil habe ich ja sehr gefreut dich heute kennenlernen zu können jetzt wir kennen uns ja ja nils kennenlernen ist so eine sache da hat man danach meinungen also ich hätte wirklich unfassbar viel spaß in der runde hat das hat mega spaß gemacht war ich gar nicht vom ersten schwarzen peter auf einmal was habe ich denn falsch gemacht also diese runde nicht aber ich habe halt immer noch so im hintergedanken wie du einfach steinweins familie weg gemächtet hast geschwiegen hat und einfach gesagt hast oh ja ups das war ich natürlich aber das muss man sagen wir haben gestorben gespielt das war episch es war absolut großartig aber du musst auch verstehen ich wäre ein nah wenn ich das nicht im hinterkopf behalten würde dann sage ich zum abschluss natürlich noch mal allen zuschauern vielen dank auf allen drei kanälen waren ja einige leute wunderbar am start und haben sich als wahlweise niederträchtiger chat und liebenswürdige herausgestellt und natürlich geht mache ich ganz dreist für alle von euch werbung denkt dran das renke spiel bei uns ist jetzt ein monatliches format den letzten samstag jeden monat spielen wir ein geiles strategie spiel mit geilen gästen immer auf max 16 bis 24 uhr und immer mit geilen gästen wie ihr gesehen habt ihr dann immer sehr gerne auch ihre sicht streamen dürfen und ich hoffe alle von euch hier nicht zum letzten mal gesehen zu haben denn es war ganz fantastisch ja gleichfalls schließlich mich an vielen dank für die einladung moris vielen dank für denn es auch an euch hat sehr sehr großen spaß gemacht ich verabschiede mich noch mal eben von unseren zuschauern und gleichzeitig auch von euch ich freue mich auf das nächste mal ich freue mich auch und schönen abend tschüss leute so freunde jetzt muss ich mal eben hier erst mal aus dem discord mich raus bewegen und dann quatsch ich noch kurz mit euch so lief der anruf lasst mich in ruhe der war super wo seid ihr denn chatty mc chattenstein da seid ihr hallo leute also zack zack so da seid ihr also ich hoffe ihr den spaß heute an dieser kleinen wochenend samstag abend unterhaltung und ich muss sagen ich hatte echt großen großen spaß mit das richtig mal die mucke aus hier mir das richtig laune gemacht ich fand das sind sehr schöne runde sehr entspannt sehr lustig die zeit ist auch echt dann schnell vergangen es war immerhin echt acht stunden mit vorbereitung noch ein bisschen mehr und das ging echt gut weg und ja freue mich sehr auf die nächste runde freue mich sehr wenn ihr noch mal ins vod schaut und eure kommentare hinterlässt wie ihr das ganze so fand fandet da werde ich mal drin lesen für den moment wünsche ich euch ein wunderschönes restwochenende und dann sehen wir uns am montag wieder auf dem sender bei bundesliga wir machen zweitliga special dass dann um weiß ich nicht 19 uhr oder so mit vielen tollen gästen schaltet da wieder ein ist ein vielen lieben dank an timo der ganz spontan heute mich rauf geschaltet hat sozusagen auf dem sender und mich jetzt auch gleich wieder abschalten wird vielen lieben dank lieber timo dass zu dir spontan die zeit genommen hast und ich bin jetzt mal raus macht's gut leute ciao